Kapitel 1 von Judith Trachtenberg Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Judith Trachtenberg Roman von Carl Emil Franzos Erstes Kapitel Vor etwa zwei Menschenaltern in der Regierungszeit des Kaisers Franz lebte in einer kleinen Stadt Ostgaliciens ein wackerer und vom Geschick reich gesegneter Mann, Nathaniel Trachtenberg mit Namen und seines Zeichens ein Lichtzieher. Er hatte dieses Gewerbe von seinem Vater in bescheidenem Stande übernommen, es aber allmählich durch Tatkraft und Ausdauer hoch emporgebracht, indem er auch die Erzeugung von Wachskerzen hinzufügte und durch die Gediegenheit seiner Ware, vielleicht noch mehr durch die weise Mäßigung im Einfordern der Zahlungen fast alle Vornehmen des Landes zu seinen Kunden zu machen wusste. Mit dieser Festigung seines Reichtums hielt auch die innere Klärung des Mannes gleichen Schritt. Von der Natur mit guten Gaben ausgerüstet erwarb er in stetem Verkehr mit den Adeligen und Beamten und durch die zahlreichen Reisen, welche er zu Geschäftszwecken nach dem Westen unternahm, im Lauf der Jahre größere Bildung als damals den meisten seiner Glaubensgenossen gegönnt war. Er sprach und schrieb das Deutsche rein und geläufig, las regelmäßig die Wiener Zeitungen und in seinen Musestunden sogar zuweilen einen Dichter, Lessing oder Schiller. Aber wie sehr sich dadurch seine Ansichten über Ziel und Zweck des Lebens von denen seine armen, umdüsterten Glaubensbrüder entfernen mochten, so blieb er doch mit ihnen durch Tracht und Lebensführung eng verbunden und kam nicht bloß jedem Gebote des Glaubens, sondern auch jeder Satzung der Rabbinen mit ängstlicher Treue nach. Sie kennen die Luft nicht, in der wir atmen müssen, pflegte er, seinen aufgeklärten jüdischen Geschäftsfreunden in Wien oder Breslau zu erwidern, wenn sie ihm leise Vorwürfe darüber machten. Ob ich es wirklich für sündhaft halte, am Sabbat einen Stock zu tragen, ist gleichgültig. Wesentlich aber ist, unsere Leute durch das Beispiel eines Mannes, den sie achten müssen, darüber zu beruhigen, dass man deutsche Bücher lesen, mit den Christen in reinem Deutsch sprechen und dabei doch ein former Jude bleiben kann. Darum wäre es fast ein Frevel, wenn ich heute meinen Talar zu einem deutschen Rock verschneiden ließe. Und glauben Sie, dass mich dies meinen Edelleuten oder dem Herrn Kreiskommissär näher brächte? Mitnichten. Sie würden derlei nur als den ohnmächtigen Versuch verhöhnen, mich ihnen gleichzustellen. So müssen denn wir wenigen Gebildeteren im Lande vorläufig nach außen bleiben, wie wir sind. Dies, fügte er stets hinzu, sei seine innerste Überzeugung. Und wie ernst es ihm damit war, bewies er auch durch die Art, wie er seine heiligste Pflicht erfüllte. Die Erziehung der beiden Kinder, welche die früh verstorbene, särtlich geliebte Gattin hinterlassen. Es war dies ein Knabe, Raphael und ein um zwei Jahre jüngeres Mädchen, Judith, welches sehr schön zu werden versprach. Beide erhielten durch einen Lehrer, Herrn Bergheimer, welchen Trachtenberg aus Mainz in sein Haus berufen, eine sorgliche, den Anforderungen der neuen Zeit entsprechende Erziehung. Aber mit nicht geringerer Sorge wachte der Vater über ihren Unterricht im Hebräischen und den Gebet. Ich will, sagte er dem Lehrer, nicht entscheiden, ob es ein Glück oder ein Unglück ist, als Jude geboren zu sein. Ich habe darüber meine besonderen Gedanken, welche Sie den kindlich-frommen Mann vielleicht tief erschrecken würden. Aber ein Schicksal ist es, und sein Schicksal soll der Mensch unverbittert tragen lernen. Darum suche ich meine Kinder in der vollen Pietät für das Judentum zu erziehen. Die Demütigungen, welche ihnen aus ihrer Abstammung erwachsen werden, kann ich ihnen nicht lindern oder gar fernhalten. Diesen Gesinnungen entsprach es auch, dass er zwar jeden Keim des Christenhasses im Gemüte der Kinder mit Eifer bekämpfte, aber sie dennoch früh mit dem Gedanken vertraut machte, einst ihres Glaubens, ja ihre Gesichtsbildung wegen schwere Kränkungen erdulden zu müssen. Sie sollen sich daran gewöhnen, pflegte er, mit traurigem Lächeln zu sagen und ließ es vielleicht nur darum geschehen, dass Raphael und Judith mit den Kindern einiger christlicher Honoratioren verkehrten. Allerdings gestatteten dies nur jene Familien, welche guten Grund hatten, dem reichen jüdischen Fabrikant die kleine Gefälligkeit zu erweisen. Aber derer gab es, wie nun einmal die Verhältnisse der Landstadt lagen, nicht wenige. Nathaniel Trachtenberg maß diesem Verkehr geringe Bedeutung bei. Und vollends kam ihm nie zu Sinn, dass derselbe jemals in anderer Art als ihm vorschwebte Einfluss auf die Gemüter seiner Kinder üben könne. Und dennoch lag es hauptsächlich an diesen Eindrücken, wenn die Geschwister in einer ganz seltsamen Atmosphäre emporwuchsen, gleichsam auf der Grenzscheite, wo sich der dumpfe Brodem des Ghetto mit einer anderen, nicht reineren Luft mischte, welche von dem Weihrauchduft eines fanatischen Glaubens, von dem Motordunst verfallener polnischer Adelsherrlichkeit geschwängert war. Von den Judenkindern der Stadt durch Sitten, Sprechweise und Wissen geschieden, standen sie ihren christlichen Gespielen nicht minder fern, durch jenen anerzogenen Instinkt jener tausend Äußerungen des Vorurteils, welche sich hüben und rüben fast unwillkürlich regten und jeden wahrhaft herzlichen Verkehr unmöglich machten. Aber wer je in ein Kindesherz geblickt, weiß ja, dass es auf die Stillung jedes Bedürfnisses verzichten kann, nur nicht des Dranges, Liebe zu geben und zu empfangen. Wie eifrig auch der Vater seinen Lieblingen das Gefühl des Alleinstehens in einer fremden oder fremdgewordenen Umgebung zu lindern suchte, so sollte doch die Zeit kommen, wo er sich gestehen musste, die Bitternis solcher Vereinsamung für ein junges Gemüt nicht voll ermessen zu haben. Die Zeit, da der sonst so lebenskundige Mann fast hilflos zusah, wie die beiden den ersehnten Anschluss an ihre Altersgenossen gleichsam mit Gewalt zu erzwingen suchten. Es geschah dies, als Raphael das einundzwanzigste, Judith das neunzehnte Jahr erreichte. Beide hatten eben den Tanzkursus beendigt, welcher im gastlichen Hause des Kreiskommissärs von Broblewski, eines der kostspieligsten Freunde Trachtenbergs, abgehalten worden war. Der Jüngling, welcher von Bergheimer durch häuslichen Unterricht für die Hochschule vorgebildet wurde, erklärte nun mit bitterer Entschiedenheit, er habe es satt, sich um seine grausen Haare und runden Augenwillen schlecht behandeln zu lassen. Er werde nie wieder ein Christenhaus betreten und seinen Verkehr ausschließlich unter jenen suchen, zu denen er durch Abstammung und gemeinsames Leid gehöre. Im entgegengesetzten Sinne hatten die Erfahrungen dieses Unterrichts auf Judith gewirkt. Sie ward in den christlichen Familien immer heimischer und rümpft ihr Nächsten, wenn sie die hebräische Lehrstunde erledigen musste. Beiden trat das Machtgebot des Vaters entgegen und hinderte sie, ihren Neigungen ganz zu folgen. Aber sie fügten sich doch nur so weit, als sie nicht anders konnten, oder vielmehr, wie sich Nathaniel in ruhigen und gerechten Stunden sagte, soweit sie eben konnten. Denn der kluge Mann hatte wohl erkannt, dass in beiden einer der stärksten Triebe der Menschenbrust seinen Willen durchkreuze, hier die befriedigte, dort die gekränkte Eitelkeit. Der arme Raphael war seinen kleinen Tänzerin doppeltässig erschienen, weil er ein Jude war, wogegen die frühgereifte Schönheit seines Schwesterchens ihre jugendlichen Hofmacher vielleicht umso mehr entzückte, weil sie der Jüdin gegenüber Hoffnungen hegten, deren sie sich bei Mädchen ihrer Kreise nie ertreistet hätten. Das war alles. Und doch kam dem Vatererzen allmählich und immer öfter die Befürchtung, dass diese Kinderei vielleicht dereinst tief und verhängnisvoll auf ihr Los einwirken werde. Aber durch sein eigenes Wesen und Werden darauf hingeleitet, der klugen, scharfen Berechnung mehr zu vertrauen als unbestimmten Ahnungen, fühlte der Fabrikherr alle Sorgen schwinden, wenn er seiner sorglich ausgeheckten Zukunftspläne gedachte, welche durch diese Neigungen, zumindest nicht durchkreuzt, ja sogar, wie er sich zuweilen selbst zu überreden suchte, gefördert werden konnten. Er hatte den einzigen Sohn für das Studium der Rechte, den Beruf eines Rechtsanwalts bestimmt, nicht allein deshalb, weil er nach der Anschauung seines Volkes im Doktordiplom die höchste Auszeichnung des Juden erblickte, sondern weil er den Jüngling so recht zu Muster und Vorkämpfer seiner Glaubensgenossen erziehen wollte. Da nun Raphael sein Leben in Galicien verbringen sollte, so war es vielleicht gut, wenn ihn diese früh erwachte Hingebung an die Unterdrückten für seine Aufgabe stählte. Während Judith, welche der Vater einem gebildeten, aufgeklärten Juden in Deutschland zu vermehlen gedachte, in den christlichen Kreisen am besten jene Kenntnis feinerer Umgangsformen erlangen mochte, deren sie in der künftigen Heimat bedurfte. Durch diese Erwägungen geleitet, ließ Trachtenberg den Dingen, je länger, so lässiger den Lauf, und trat nur insoweit dem frühreifen Eigenwillen weiter entgegen, als er ihr von eine Trübung ihrer geschwisterlichen Liebe befürchtete. In der Tat gestaltete sich das Verhältnis beider nun immer peinlicher, und an wem die größere Schuld lag, war mindestens dem Vaterherzen zu entscheiden unmöglich. Sicherlich aber wurzelte das Zerwürfnis weder im Mangel an Liebe, noch, wie es scheinen mochte, in der Verschiedenheit der Naturen. Denn wohlglichen Raphael und Judith einander körperlich in keinem Zuge. Er ein linkischer, hagerer Jüngling, dem um das blasse Schaf gezeichnete Antlitz ein Urwald tiefschwarzen, grausen Haares stattet. Sie, eine weiche, süße, üppige Mädchenknospe, das helle, schöne Antlitz von goldrot schimmernden Flechten gekrönt. Wohl hob sich ihre Heitigkeit und Genussfreude doppelt grell ab von seiner düsteren, grübelnden, schwerflüssigen Art. Dennoch wies sie sich in ihrem innersten Wesen so deutlich als irgend möglich, dass sie einst unter demselben Herzen gelegen. Beide waren begabt, feinfühlig und empfindlich. Beide ehrgeizig bis zur Eitelkeit, selbstbewusst bis zum Trotz und ein Jedes, dem Anderen fast teurer als sich selbst. Aber gerade diese Gleichheit aller seelischen Kräfte musste sie scheiden und erbittern. Jedes hielt die eigenen Neigungen für die einzig Trefflichen, Vernünftigen und Berechtigten. Jedes fühlte sich durch den Tadel des Anderen unmäßig verbundet. Jedes härmte sich mit grimmiger Sorge um die Zukunft des Anderen und drückte sich die billigen Stachelreden der Welt selbstquälerisch ins tiefste Herz ein. Sieh jede höhnische Bemerkung der polnischen Dämchen über den finsteren Talmudisten. Er, jedes giftige Hohenwort des Ghetto über die Abtrünnige. So kamen die Geschwister, während ihre Liebe heimlich fortglühte, äußerlich fast in Feindschaft und gerieten allmählich von Trotz und Eitelkeit getrieben viel weiter, als sie je selbst für möglich gehalten. Weil jüdischen Verkehr immer hochmütiger miet, darum sagte sich Raphael in offener Feindseligkeit von den Christen los. Weil er den tausend Geboten des Rituals immer ängstlicher nachkam, vernachlässigte sie dieselben gänzlich. Nur noch darin äußerte sich die einstige Zärtlichkeit, dass keines des Vaters Ohr und Herz und Anklagen gegen das Geschwister bestürmte. In seiner Gegenwart fiel nie ein hartes Wort. Freilich hielten sie sich für diesen Zwang doppelt schadlos, wenn sie einander allein gegenüberstanden. Namentlich wurde ihr Verkehr zum Gegenstand unerschöpflichen Havers. Sie bespöttelte seine Freunde im Ghetto, ihr Rede und Denkweise, ihr Gehaben und ihre Lebensführung. Wozu ja allerdings Grund genug vorlag. Raphael wurde nicht müde, verachtungsvoll von dem Kreiskommissär und seinen Gästen zu sprechen. Und zur Erfindung brauchte auch er wahrlich nicht zu greifen. Herr Ludwig von Wroblewski war der höchstgestellte, aber keineswegs der geachtetste Mann der Stadt, weil ihm die Leute einige an sich gute Eigenschaften nicht verzeihen konnten. Während andere Männer seines Standes in veralteten Anschauungen befangen, gleichsam die Vorsehung ihres Sprengels spielen wollten und die Bewohner unablässig zur Verbesserung von Wegen und Brücken drängten, war er der Meinung, dass Reifemänner ihre Angelegenheiten selbst am besten ordnen könnten. Und während jene, wenn ein Verbrechen geschehen war, dem Schuldigen nachspürten, schien seinem feinen sittlichen Empfinden das Bewusstsein des Frevels eine genügende Strafe für den Missetäter. Auch die Beschäftigung mit den Streitigkeiten um Geld und Gut war ihm peinlich. Waren Kläger und Beklagter ganz arme Leute, so glaubte er, am humansten zu handeln, wenn er den Akt ruhig verstauben ließ. Wo ihm jedoch solche Bedenken nicht hinderten, wandte er dem Prozess seine volle Tatkraft zu und während andere Richter es vermieden, mit einem der Streitenden zu sprechen und sich auf das damals geltende schriftliche Fahren beschränkten, erkannte er, wie wenig zureichend dies verfahren sei und pflegte sich daher von den Parteien unter vier Augen die Gründe aufzählen zu lassen, die für Recht sprachen. Selten noch mag ein Richter Sonne und Wind so gewissenhaft verteilt haben. Hatte zum Beispiel der Kläger bloß 500 der Beklagte 1000 Gründe beigebracht, so ruhte er nicht eher, bis der Kläger das Gleichgewicht hergestellt, was dann freilich die Entscheidung sehr erschwerte. Ging es gar nicht anders, so überließ sie Herr von Wroblewski dem Schicksal. Er zog für jede der beiden Parteien eine Karte. Die Höhere gewann. Das darf nicht verwundern, die Karten waren ihm überhaupt sehr vertraut. Ein vielbeschäftigter Mann muss seine Zerstreuung haben. Allerdings zerstreute sich Herr von Wroblewski nicht bloß allabendlich, sondern auch, sofern er nur Partner fand, auch vor- und nachmittags. Er spielte alles, am liebsten freilich als liberaler Mann und Feind des Polizeistaates, die Verbotenen, die Hazardspiele. Außerhause wechselte sein Glück oft. An seinem eigenen Tische, er bewohnte das erste Stockwerk in Trachtenbergshause, gewann er immer. Dieser merkwürdige Zufall wurde viel besprochen und steigerte die Verehrung für den Kreiskommissär nicht erheblich. Vielleicht jedoch bewährte sich auch hier das alte Sprichwort vom Glück im Spiel und Unglück in der Liebe. Herr von Wroblewski war mancher Dame der Stadt gefährlich geworden. Aber in seinen eigenen vier Pfählen hat er sich geringer Zärtlichkeit zu erfreuen. Seine Gattin, Frau Anna, eine starke Plondine am Ausgang der 30, stammte aus einem alten polnischen Geschlecht, war aber eine warme Anhängerin des metternischischen Regimes, welches sich bekanntlich auf Kirche und Armee stützte. Auch von ihr war es schwer zu entscheiden, ob sie sich lieber auf den dicken Prior der Dominikaner Pater Hieronymus oder auf den geschmeidigen Hussaren Rittmeister Herrn von Bariassi stützte. Sie hatte ihre Mädchenjahre im Hause ihrer Tante, der Gattin eines der höchstgestellten Beamten in Lemberg, verbracht und wusste dem kinderlosen Ehepaar das Leben so angenehm zu machen, dass der dankbare Ohrheim ihr eine Mitgift und den Bräutigam schaffte, auch in der Folge noch für sie sorgte. Auch sie schien ihm ein stetes dankbares Erinnern bewahrt zu haben. Und dadurch erklärte sich auch das Naturspiel, dass ihr ältestes töchterliche Mann da, dem gütigen Ohrheim, sehr ähnlich sah. Der einflussreiche Mann erhielt Herrn Ludwig auf seinen Posten, welche Klagen immer gegen ihn erhoben wurden. Und darum erachteten sich auch die Honoration der Stadt nicht für verpflichtet, strenger und sittlicher zu denken als die Regierung. Die Empfangsabende des Herrn Kreiskommissärs waren die glänzendsten auf fünf Meilen im Umkreis. Freiwillig blieb ihnen niemand fern. Damit pflegte auch Judith den Bruder zu schlagen, wenn er wieder einmal seine Verachtung über den Mann im ersten Stockwerk aussprach. Und im Grunde wusste auch Trachtenberg dem Sohne auf solche Reden nicht viel anderes zu erwidern. Du bist jung, sagte er ihm, und willst die Welt besser machen. Aber wenn du älter wirst, so wirst du erkennen, dass es nur eine Möglichkeit dazu gibt, sich selbst immer mehr zum Guten zu erziehen. Dieser Pflicht ringe auch ich nach. Mehr zu tun ist mir wenigstens in unseren Zeiten und Umständen nicht möglich. Gewiss, Wroblewski ist ein bestechlicher Richter, ein Falschspieler, ein Schurke. Würde er aufhören, es zu sein, wenn ich den Verkehr mit ihm abbrechen wollte? Ich habe meinen Einfluss auf ihn nie zu einer Schlechtigkeit benutzt. So oft er mir nahegelegt hat, sein Vermittler bei einem unsauberen Geschäft zu sein, ich habe es stets abgelehnt. Er wirbt mir Kunden, dafür wohnt er umsonst. Er spricht mir meine Forderungen zu, wenn ich sie einklagen muss. Dafür bekommt er 20%. Täte ich es nicht, so würde er einen anderen Fabrikanten empfehlen und ich käme auch zu meinen 80% nicht. Gut, aber Judith wandte Raphael ein. Fordert es auch dein Geschäft, dass Judith jeden Dienstag in dieser Gesellschaft verweilt? Warum sollte ich ihr das Vergnügen nicht gönnen, war die Antwort. Der Hausherr ist verächtlich, die Hausfrau nicht tadellos, aber die Gäste, auch die Tochter des Physikus, des Apothekers kommen regelmäßig. Streng gehütete Mädchen, braver Eltern, jene laufen keine Gefahr. Warum deine Schwester? Jene nicht, aber Judith, wie oft hatte Raphael diese Worte auf der Zunge und sie blieben doch stets ungesprochen. Womit sollte er auch seine Befürchtungen begründen? Er hatte ja keine Tatsachen zu bieten. Nur Beobachtungen, die der Vater schwerlich als unbefangen hätte gelten lassen. In diesen unerquicklichen Stimmungen verfloss ein Jahr. Raphael musste nun eine Hochschule beziehen, der Vater entschied sich für Heidelberg. Bergheimer sollte den weltfremden Jüngling dahin gleiten und noch einige Monate an seiner Seite bleiben. Auch einen anderen Auftrag gab Trachtenberg dem alten Lehrer mit, einem Bewerber für Judith ausfindig zu machen. Denn da das Mädchen nun herrlicher aufgeblüht war, als selbst er, der zärtlichste der Väter je zu hoffen gewagt, und er sich zudem seines Reichtums stolz bewusst war, so schien ihm für sie der Beste gerade gut genug. Und weil er die Juden Westdeutschlands auf seinen Reisen vor allen anderen schätzen gelernt, so schwebte seinem Ehrgeiz ein gebildeter, angesehener Freier aus jener Gegend als höchstes Ziel vor. Judith ahnte nichts davon, vielleicht weil sie gerade in diesen Tagen von bitteren Kummer erfüllt war, dem Weh über die baldige Trennung, von dem trotz alledem so heiß geliebten Bruder. Zwar setzte sie nun gerade ihren Verkehr mit den Christen doppelt eifrig fort und schlug keine Einladung zu einer Landpartie oder einem Tanzkränzchen aus, aber gern hätte sie ein Jahr ihrer lauten Freuden darum hingegeben, wenn ihr Raphael durch ein einziges herzliches Wort die Möglichkeit gewährt hätte, ihm wenigstens jetzt ihre Reue und Liebe zu bekennen. Aber ohne solche Ermunterung dies Geständnis abzulegen, schien ihr unmöglich. War er doch gerade in diesen Tagen düsterer und schroffer als jemals, freilich nur, weil ihm dasselbe Weh schier das Herz abdrückte. So kam der letzte Tag vor seinem Scheiden heran, ein sonniger Septembertag, und Judith nahm sich am Morgen fest vor, nun endlich ihren Stolz zu bezähmen und die ersehnte Unterredung herbeizuführen. Ein Zufall verhinderte es. Der Tag für das Haus Trachtenberg betrüblich, war ein festlicher für die anderen Bewohner der Stadt. Der neue Gutsa, Graf Agenor Baranowski, sollte zum ersten Male ihr Weichbild betreten. Von seiner Gunst hing viel für die Bürgerschaft ab, war er doch durch seinen großen Besitz der einflussreichste Mann des Kreises. Darum hatte man ihm zu Ehren die Häuser geschmückt, die Wege ausgebessert, ja sogar ein seltener Fall, die Straßen blank gekehrt. Am eifrigsten waren dabei die Juden gewesen und hatten eine Unmenge von reißig und buntem Papier verbraucht, nicht weil sie sich den jungen Gebieter besonders wohlgesinnt wussten, sondern im Gegenteil, weil ihm der Ruf schroffen Judenhasses voraufging. Raphael hatte für diese knächtige Demut die schärfsten Worte. Der kluge Vater dachte anders, sein Haus war am reichsten geschmückt. Vom Giebel flatterte sogar eine Fahne in den Hausfarben der Baronowski, hellblau und Silber. Dem Wunsche Raphaels, die nächsten Stunden auf der Heide zu verbringen, bis die Komödie vorüber sei, trat er nicht entgegen. Er selbst jedoch begab sich zu der Triumphforte, die nächst seinem Hause errichtet war, um als Sprecher der Juden den Einziehenden zu begrüßen, während Judith in das obere Stockwerk ging. Die Wohnung des Herrn Kreiskommissärs präsentierte sich im Sonnenlicht nicht eben günstig. Der verschossene Samt, der Möbel, der Staub in allen Ritzen und Ecken, das seltsame Durcheinander von Prunkstücken und kümmerlichem Hausrat traten grell hervor. Es passte dazu, dass Frau Anna die üppigen Formen in ein Kleid von schwerer roter Seite gepresst und einen Turm künstlicher Blumen auf dem Befehle gab, während sie die Gäste empfing. Den Herr von Wroblewski, welcher den Grafen von Lemberg erkannte, hatte sich lange vorher die Ehre gesichert, ihn schon an diesem ersten Abend in seinem Hause begrüßen zu türmen. Auch viele Gäste aus der Nachbarschaft waren geladen und ein Teil schon am Morgen eingetroffen. Die Herren standen unten an der Triumphforte, die Damen wollten den Einzug aus Franas Fenstern ansehen. Die stattliche Frau fluchte im Stillen und hatte doch für jede ein freundliches Wort. Sogar für Judith. Kind, wie schön du dich gemacht hast, rief sie ihr zu. In der Tat sah das Mädchen in dem Kleide von blauem Karton reizend aus. Wie gesponnenes Gold schimmerten die Flechten um die feine Stirn. Den Hals hatte sie mit einem weißen Seitenbande geschmückt, dessen Schleifen weit hinab fielen. Die Hausfarben! Frau Anna hob schelmisch drohend den Finger. Wie schlau du bist! Ein Zufall stammelte Judith von dunkler Röde über Bössen und sie log nicht. Frau Anna lachte. Du brauchst es nicht zu leugnen. Ich wollte nur, ich wäre für meine Wanda auf den Einfall gekommen. Wie schade, dass ich dich für den Abend nicht laden konnte. Aber wir sind ohnehin an hundert Personen. Mir graut, wenn ich an das Souper denke. Nun, für jetzt wenigstens habe ich dir einen guten Platz freigehalten. Und sie führte sie an das entlegenste Fenster, wo sie einige arme Verwandte untergebracht. Die mussten die Einladung ohnehin nur als unverdiente Gnade empfinden und durften ihr, welches die Bauern der Umgebung bildeten Festigkeit und machten vergebliche Versuche, der Triumph vor der Nähe zu kommen. Wo die Honoration Stellung genommen, zu Rechten der Kreiskommissär, der Prior, der Bürgermeister und mehrere christliche Handwerksleute zur Linken Nathaniel, der Rabbi und einige jüdische Männer, die unter einem roten Baldachin die Tore rollen trugen. Judith konnte nicht allzu viel zum Glück werdet das Harren nicht lange. Die Böller dröhnten, dann fielen die Glocken des Klosters ein, schon wurde das Bauern Bandarium sichtbar, Bemerkung Bandarium gleich Feenlein, welches den Gebiet eingeholt, dann seine Karosse, der Erraschen stieg, der Bürgermeister, zur Zeit begleitete der Apotheker der Stadt diese Würde, begann seine Rede, ein kleiner hagerer Mann mit einem verschrumpften Gesicht, welcher, wenn er schwieg, einem lebensmüden Hühnchen glich, aber eine Löwenstimme in der Kehle hatte und im ganzen Kreis als Demostienes berühmt war. Er machte seinem Rufe auch diesmal keine Unehre. Mit Begeisterung vertiefte er sich in die Tage der Vorzeit und erörterte die Frage, ob das Geschlecht der Baranowski älter sei oder jenes der Jagiellonen, woran sich ein Überblick der polnischen Geschichte knüpfte. Graf Agenor, ein junger, hochgewachsener Mann mit schönem, ernsten Antlitz, welches vielleicht nur durch den tiefschwarzen Vollbart etwas bleich erschien, hörte anfangs aufmerksam zu. Dann begann sein Blick umher zu schweifen. Er glitt über die Fenstereihe des Trachtenbergschen Hauses und Judith errötete tief, sie sah deutlich, wie sich sein Antlitz belebte, wie er dann, als müsste es sein, nach ihrem Fenster starte. Galt dies ihr? Auch ihre Nachbarinnen bemerkten es und begannen zu zischeln. Die Hausfarben haben gewirkt. Sie hörte es deutlich und wollte sich zurückziehen. Aber im selben Moment hatte auch der Apotheker endlich seine Rede beendet. Die Menge rief hoch. Der Graf dankte in kurzen Worten und wollte wieder seinen Wagen besteigen, als Nathaniel hervortrat. Sie sah deutlich, wie sich der junge Edelmann ungeduldig abkehrte und seinen Blick nach ihrem Fenster richtete. Abermals überflog eine Glutwelle ihr Antlitz. Ihr Vater sprach nur wenige Worte. Der Graf dankte durch ein Kopfnicken und fuhr von dem Banderium geleitet weiter. Als er an ihrem Fenster vorüber kam, blickte er zu ihrem Po und legte sogar wie zum Gruße die Hand an die diamantengeschmückte Konfederatka. Fußnote Die Konfederatka ist eine hohe polnische Mütze. Ende Fußnote Es ist gewiss, dass er uns nicht eben liebt, sagte Trachtenberg einige Stunden später beim Mittagessen. Als aber Raphael wieder eine scharfe Bemerkung machte, fragte er lächelnd, hätte er uns lieber gewonnen, wenn wir Gegenbrauch und Anstand an seiner Begrüßung nicht teilgenommen hätten? Raphael erwiderte nichts mehr. Er saß nun schweigend da, finsterer als je, und er hob sich sofort nach Schluss der Mahlzeit, um noch, wie er sagte, die Koffer auf seiner Strube in Ordnung zu bringen. Da fasste sich Judith ein Herz und bot ihm ihre Hilfe an, allerdings schnippisch genug und seine Ungeschicklichkeit bespöttelnd. Sie hatte diesen Ton freilich nur angeschlagen, um sich Mut zu machen und im Falle der Abweisung einen gedeckten Rückzug zu sichern. Er aber hörte bloß den Hohn heraus, erwiderte bitter, dass er sich wohl auch in diesem Letzten ohne sie werde helfen können und verließ zornig das Zimmer. Gleichwohl blieb sie bei ihrer guten Absicht und war froh, als ihr der Zufall später die Möglichkeit einer neuen Anknüpfung bot. Da kam nämlich schon in der Dämmerung und kurz nachdem Herr von Wroblewski von der Empfangsfeier im Schloss der Baranowski heimgekehrt, Fräulein Wanda die Treppe hinabgestürzt und richtete ihr fliegenden Atems die Bitte der Mutter aus, am Abend doch jedenfalls zu erscheinen, da einige junge Damen in letzter Stunde abgesagt. Ähnliches hatte es sich schon oft begeben. Judith hatte kein Arg darin gefunden, dass man die Hausgenossin gleichsam zur Aushilfe lade. Auch diesmal lehnte sie nur deshalb ab, weil dies ja der letzte Abend war, welchen Raphael daheim verbrachte. Aber Wanda ließ dies nicht gelten. Du musst kommen, bat sie, du kannst ja Raphael mitbringen. Er hatte seit einem Jahr die Treppe zum oberen Stockwerk nicht mehr betreten und dass Frau Anna den finsteren Talmudisten zu ihrem glanzendsten Festblut war etwas befremdlich. Aber das schoss ihr nur eben durchs Hirn. Sie lädt ihn, dachte sie, weil sie weiß, dass er nicht kommen wird und richtete danach die Antwort ein. Sie werde mit Vergnügen erscheinen, wenn sie Raphael gleichfalls dazu bewegen könne. Als jedoch Wanda darauf förmlich in Erregung geriet und versicherte, mit diesem Bescheid wage sie kaum heimzukommen. Es liege Mama so viel daran und Papa auch. Ja, Papa besonders. Kurz, Mama werde sie sehr schelten, war Judith abermals etwas erstaunt, blieb aber desto hartnäckiger Wanda unter nochmaligen Bitten gegangen war, zu ihrem Bruder. Ihr Herz schlug, als sie die Tür aufklingte. Er saß an seinem nun leeren Arbeitstische, das Haupt auf die Arme gestützt und starrte trübe in das Licht der Kerzen. Mühsam brachte sie die wenigen Worte hervor. Wie tagvoll! Er lachte höhnisch auf. Nun, ich gehe natürlich nicht, aber dich will ich nicht hindern. Es wäre dir ein Opfer und mir keine Freude. Sein Ton weckte ihren Trotz. Wenn es dir so gleichgültig ist, erwiderte sie scharf, so habe ich dir freilich nichts mehr zu sagen. Aber ich dir, rief er wild, erhob sich und fasste sie am Arm. Es ist das letzte Mal, wo ich es noch tun kann und darum will ich es dir deutlicher sagen als bisher. Du bist kein Kind mehr, Judith, begreifst du noch immer nicht, welche Rolle du unter denen da oben spielst. Du bist eine Jüdin und darum fällt es ihnen so wenig bei, dich für ihresgleichen zu halten, als etwa ich unseren Haus und für meinesgleichen. Und wärest du schön wie Sulamit und weise wie die Königin von Saba und gut wie ein Engel des Herrn. Du bist eine Jüdin und darum kein Wesen wie sie. Fühlst du dies nicht? Mein Gott Mädchen, du bist wirklich fühllos für diese Schmach. Du redest irre, sagte sie höhnisch, dich verblendet die gekränkte Eitelkeit. Wer die Ghetto Luft in den Salon mitbringt, darf sich freilich nicht beklagen. Sie suchte ihren Arm freizumachen, aber er ließ mich. Verstehst du noch immer nicht, warum sie dich laden? fragt das Hauptbuch des Vaters. Das alte Lied rief sie und riss ihren Arm los. Nun denn, rief er in höchster Erregung, dann höre etwas Neues, was ich dir bisher verschwiegen habe. Du bist kein Kind mehr, ein voll abblühtes, ein schönes Mädchen, Judith, schön und eine Jüdin. Ist es dir wirklich noch nicht aufgefallen, dass dich diese Herrchen anders behandeln als ihre christlichen Tänzerinnen, dass sie sich gegen dich solcher Reden erfrechen? Sie stand schwer atmend, von purpurröde übergossen. Du lügst, stieß sie hervor. Ich wollte es wäre so, erwiderte er und rang wie verzweifelt die Hände. Da könnte ich morgen ruhiger reisen. Lass dich warnen, Schwester. Der dem Vater dem Mietzins schuldig bleibt, sondern auch, weil es die jungen adeligen Herren wünschen, denen er nach dem Tanz ihr Geld im Pharao abnimmt. Die wollen ihren Spaß mit der schönen Jüdin haben. Hüte deine Seel, Schwester, hüte deine Ehre, du wärst die Erste nicht. Soweit hat es ihn, wie er starrt, vor Entrüstung angehört. Nun aber trat sie auf ihn zu, das Antlitz so totenbleich, so wild verzerrt, dass er unwillkürlich zurückwich. Sie setzte an, sie wollte reden, aber die Stimme versagte ihr. Das verzeige dir Gott, stieß sie endlich heißer hervor und verließ wankenden Schrittes die Stube. Sie eilte auf ihr Zimmer, schob den Riegel hinter sich zu und warf sich auf ihr Ruhebett nieder. Da lag sie wohl zwei Stunden in der Dunkelheit, das ungestüme Gemüt von wilden kämpften Empfindungen zerwühlt. Der Zorn der gekränkten Eitelkeit, der ungerecht erlittenen Schmach durchtobte ihre Pulse. Ihre Finger trümmten, ihre Arme erhoben sich, als wollte sie den Beleidiger erwürgen. Aber es war ja Raphael und dass es ihr geliebtester auf Erden war, der so ihre unschuldigen freuten und sie selbst befleckt, trieb ihr die Tränen in die Augen, da sie wie Bäche über die Wangen stürzten. Aber waren diese Freuden wirklich so unschuldig, wie sie bisher gewähnt? Judith war bis zu jenem Augenblick ein so reines Geschöpf gewesen, wie nur je eines unter zärtlicher Hut im Poge blüht. Ihr Blut wusste nichts von Begierden, ihre Fantasien nichts von verlockenden Bildern. Wie ein Schleier hatte bisher die einfältige selige Unschuld ihre sonst so klugen Augen verhüllt. Nun aber, noch riss jener Schleier nicht, aber er ward immer durchsichtiger, je tiefer sie sich in ihr wildes Weh hineinwühlte. Heiser als von den Tränen rannten nun ihre Wangen von Scham. Und wie hilflos musste sie sich diesen hässlichen Gedanken hingeben. Ach, stöhnte sie, er weiß nicht, welches Verbrechen er an mir begangen hat. Aber diese Anklage, so schmerzlich sie war, riss sie doch empor. Der Zorn trat wieder in sein Recht. Der Zorn gegen den Bruder und der wilde trotz dazu und drängten alles zurück. Sie grübelte nicht mehr über sich selbst. Sie wollte nicht ergründen, ob er recht gesehen, ob ihr wirklich jene Männer und Jünglinge anders begegneten als den anderen Mädchen. Er sollte nicht Recht behalten, sie wollte es nicht. Ihn verblendete der Christen aus, und sie war schuldlos. Sollte sie sich deshalb in Einsamkeit vergraben, weil es ihm so beliebte? Und als es in diesem Augenblick an ihre Tür pochte, und sie Wandas Stimme hörte, Mama schickt mich noch einmal, sie lässt herzlichst bitten. Erwiderte sie, ich komme. Wuf, sich hastig die Tränenspuren von den Wangen, rief die Dienerin und gleitete sich an. Als sie eine halbe Stunde später den Saal betrat, kam ihr Frau Anna entgegen, diesmal auf die Kirche gestützt. Endlich rief sie erfreut, und bei Gott, heute hast du deinen guten Tag, so schön wie jetzt habe ich dich kaum noch gesehen. In der Tat gab die Erregung dem schönen Antlitz einen Reiz mehr. Auch der dicke Prio schmunzelte wie ein Faun und strich ihr ums Kind. He he und wie die Wangen glühen bocht das Herzchen so sehr? Er schien nicht übel Lust zu haben sich davon zu überzeugen. Judith wurde totenbleich und wich zurück. Was fällt ihnen bei flüsterte Frau Anna Zornig ihrem würdigen Anbieter zu, der offenbar vom Buffet kam und riss ihn zurück. Sie ließ ihren Blick durch den Saal gleiten. Die Paare ordneten sich eben zu einer Quatrilie. Da war auch Graf Baranowski. Er erfüllte eben eine bittere Pflicht der Höflichkeit, indem er die sehr umfangreiche Gattin des dünnen Bürgermeisters zum Tanze führte. Wer weiß, sagte Frau Anna lächelnd, welche Ehre dir beschieden gewesen wäre, wenn du früher gekommen wärst. Nun musst du dich mit dem jungen Wolchinski begnügen. Wladko. Der lange unbeholfene Mensch stolperte eilig heran. Sie tanzen mit Fräulein Judith die Quadrille, er zögerte. Ich bin stammelte er. Ich habe was schon engagiert. Nein, aber was sonst müde? Frau Annas Augen blitzten ihn nicht eben freundlich an. Wird's? Alorne, er zuckte die Achseln und bot dem Mädchen den Arm. Judith folgte ihm unsicheren Schrittes, gesenkt den Hauptes wie von der Demütigung erdrückt. Habe ich derlei grübelte sie früher nicht erlebt oder bemerke ich es erst heute? Wladko freilich war schon früher recht unhöflich gegen sie gewesen. Er hatte getan als ob er sie nicht erkenne, ebenso seine Schwestern. Aber sie den Grund kannte. Das Haupt der Familie, Herr Severin von Wolczynski, dem von den Gütern seines Hauses schließlich nur noch ein kleiner Meierhof in der Nähe des Städtchens gehörten, hatte Nathaniel vergeblich um ein Darlehen ersucht. Der Fabrikant hatte erwidert, dass er die Rechnung für die gelieferten Wachskerzen in den Rauchfang schreiben wolle. Aber Geldgeschäfte mache er grundsätzlich nicht. Der junge Herr sprach keine Silbe. Er vermied es sogar, seine Tänzerin anzusehen. Dann schien ihm endlich ein Einfall bekommen. Auf Ehre begann er. Ich erkenne sie jetzt erst wieder. Die Kerzen brennen zu dunkel. Schlechte Ware. Von irgendeinem betrügerischen Juden um teures Geld geliefert. Judith atmete tief auf. Mein Vater hat sie geliefert, sagte sie laut. Die Ware ist gut, auch billig, obwohl er bei manchem betrügerischen Edelmann um sein Geld kommt. Die Nebenpaare waren aufmerksam geworden. Das stachelte Herrn Blatko auf. Ein Edelmann betrügt niemals, rief er. Zuweilen doch, war die Antwort. Ware beziehen, die man nie bezahlen kann, ist ein Betrug. Einige lachten. Auch der Prio kam herangeweilt. Er war eben wieder im Buffettzimmer gewesen. Nun hielt er sich kaum mehr auf den Füßen. Aber Blatko leilte er, was sangst du mit der schönen Jüdin? Küße sie doch lieber. Meinen sie, der junge Mensch lachte verlegen, im nächsten Augenblick hatte er seinen Arm und die Zitternde geschlungen und sie auf den Nacken geküsst. Lachen und Händeklatschen lohnte die kühne Tat. Totengleich zitternd riss sich Judith los. Welch feiges Bubenstück, rief sie außer sich. Sie haben recht, sagte eine tiefe, klangvolle Stimme, so laut, dass sie den Lärm übertönte. Ein feiges Bubenstück. Es war Agenor Baranowski. Herr Graf, fuhr Wladko auf. Ich stehe gleich zu Diensten. Darf ich Sie um Ihren Arm bitten, mein Fräulein? Er führte die Bebende durch die Reihen, die sich lautlos vor ihnen öffneten. Wohin darf ich Sie geleiten? fragte er. Ist Ihre Frau Mutter hier? Nein, ich habe keine Mutter, aber ich wohne hier im Haus. Ich weiß, erwiderte er, sie sind die Tochter des Herrn Trachtenberg, der mich heute so freundlich begrüßt hat, also zur Hausfrau. Zur Treppe. Das Mädchen fühlte seine Kräfte schwinden. Er geleitete sie in den Flur und verabschiedete sich mit einer tiefen Verbeugung. Aber Judith! Atemlos kam Frau von Wobleska aus einem der Gemächer nachgestürzt. Das Mädchen hörte sie nicht mehr. Auch der Graf war wieder in den Salon zurückgekehrt. Ende von Kapitel Eins Kapitel 2 von Judith Trachtenberg von Karl-Emil Franz Soes Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Am nächsten Tag sprach man überall nur von dem verhängnisvollen Kuss und seinen Folgen. Im Salon des Hang-Kreiskommissärs in der Weinstube des Aarons Siebenschläfer, wo sich die christlichen Honoratioren zusammenfanden, und im Vorhof der Beetschule, wo die öffentliche Meinung des Ghetto zusammengebraut wurde. Das kommt davon, klagten die Juden, wenn ein jüdisch Kind schamlos entblößt, unter Christen geht und mit Männern tanzt. Und was muss sie gleich so empfindlich sein, wenn der junge Herr einen Witz über ihren Vater macht. Aber der Schuldige sündigt, der Unschuldige büßt. Jetzt werden der Vlatko und der Agenur mit Pistolen aufeinander schießen. Und wenn der eine tot bleibt oder gar, was Gott verhüten möge, alle beide, über wen kommt das Blut? Über uns alle. Ein jüdisch Kind hat es ihr angestiftet. Das dreiste Ding riefen auch die Christen, freilich, schön ist sie. Dadurch hat sie auch den Grafen verhext und das ist zugleich seine einzige Entschuldigung. Was ging es ihnen an? Er hätte sie gleichfalls küssen sollen. Übrigens hat der Skandal schon damit angefangen, dass man die Jüden zu einem solchen Fest lud. Frau Anna hatte, wenn derlei in ihrer Gegenwart angedeutet wurde, die Verteidigung bereit. Er hat es selbst ausdrücklich gewünscht, beteuerte sie. Da zieht die Kokette schon beim Einzug seinen Blick auf sich, so dass er gleich darauf meinen Mann nach ihrem Namen fragt und ihm dann beim Abschied zu Recht nachdrücklich sagt, ich freue mich die vielen schönen Damen heute Abend wieder zu sehen. Sagen sie selbst blieb mir da etwas anderes übrig? Und nun wird das Kekgeding noch gar auf seine Heldentat stolz sein. Da irrte sie freilich. Der armen Schönheit war es zumute, als könnte sie ihr Antlitz nie wieder der Welt zeigen. Die Reue zernagte ihr hilfloses Herz und die Tränen quollen über die erblichenen Wangen. Sie hatte seit jenem Vorfall ihre Stube nur einmal verlassen, im Morgengrauen, als der Wagen vorfuhr, welcher den Bruder in die Ferne führen sollte. Da war sie ihm um den Hals gefallen und hatte in heißem Schmerze sein Antlitz, sein Gewand, seine Hände mit ihren Küssen und Tränen bedeckt, dass auch seine Liebe stürmisch hervorbrach und sich seine Tränen mit den ihrigen mischten. Verzeih stammelte sie dabei immer wieder. Du hast es gut gemeint und stets recht gehabt, tausendmal recht, auch gestern Abend, und ich will mein Leben lang daran denken. Er hatte keine Ahnung von der peinlichen Szene, ebenso wenig der Vater, der gerührt dabei stand. So reißten sie leichten Herzens ab, Nathaniel um dem Sohne noch eine Tage Reise weit das Geleite zu geben. Er wollte erst am Abend des nächsten Tages heimkehren. Bis dahin barg sich Judith in ihrer Stube. Selbst Frau Anna klopfte vergeblich an. Sie war gekommen, um vernünftig mit dem Mädchen zu sprechen, ehe aber man konnte doch nicht wissen, wie er die Sache auffasste. Und das war schon deshalb von Wichtigkeit, weil ihn Herr von Wroblewski eben um einen Vorschuss für den nächsten Prozesse anzugehen dachte. Unruhig ging sie fort, als hinter der Tür kein Laut hörbar wurde. Aber sie verlor wenig dabei, dass die Unterredung nicht stattfand. Und wenn ihr der eigene Vater gesagt hätte, dass sie Unrecht getan, als sie Schimpf mit Schimpf vergolden. Judith hätte es nicht geglaubt. Darin schwankte ihr Empfinden keinen Atemzuglang, aber ebenso wenig in der Erkenntnis, dass jene Menschen, deren Verkehr ihr zum Stolz und zur Freude gewesen, sie nur widerwillig geduldet. Ach, wie beschämend erschien ihr nur die Freundlichkeit, die man ihr zugewendet, beschämender noch als der Schimpf. Und weil ihr leidenschaftliches Herz zu heiß danach lächzte, sich im Hass berauschen zu können. Darum empfand sie es fast störend, da sie des einen des vornehmsten in diesem Kreise mit Achtung, mit Dankbarkeit gedenken mußte. Muss ich, knischte sie dann. Sie gedachte seiner Blicke am Vormittag. Ihr Antlitz hatte ihn bestochen. Vielleicht war es sogar nur der Wunsch gewesen, sich ihren Dank zu verdienen. Dann aber musste sie daran denken, wie ritterlich er für sie eingetreten, wie ehrfurchtsvoll er sie durch den Saal geleitet, und sein Antlitz taugte wieder vor ihrem Blick empor, das blasse, edle, ernste Antlitz mit den gebietenden Augen. Nein, nein, schluchzte sie dann wieder auf, er ist gewiss nicht besser als seines gleichen. Aber auch dieser Gedanke brachte ihrem armen Herzen nicht Stärkung, sondern neues Weh. Auch ein anderes Menschenwesen weinte um jener Szene willen bittere Tränen, nur, dass es dabei nicht ganz so schön anzusehen war, wie das goldhartige Judenkind, Herr Wladko von Wolczynski, und mit ihm schluchzten der Vater, die Mutter und die vier Schwestern, dass der Meierhof von Jammer wiederhallte. Nur sein Vetter Jan blieb hart, heulender zu, brummte er. Wolltest du dich nicht duellieren, so durftest du dich nicht von uns zur Forderung bewegen lassen. 25 Schritt, einmaliger Kugelwechsel, Memme, sei ein Mann, schieße du ihn über den Haufen, Rehe triffst du doch auf 20 Schritt. Jan, rief Flatko, wie du nur so herzlos sein kannst, hat denn ein Reh dabei auch eine Pistole in der Hand, mit der es auf mich zielt, das ist ein verdammtes Gefühl und da auch die Damen im Quintett zu schlurzen fortfuhren, so entschloss sich der alte Herr Severin endlich einen Versuch zu machen und begab sich zum Kreiskommissär. Ich will ihnen begann er düster und energisch keine Vorwürfe machen, aber Blutvergießen zu verhindern ist ihre Pflicht. Graf Agenor ist der letzte seines Stammes. Von der Hand eines Wolczynski soll er nicht fallen. Er mag meinem Sohne eine bündige schriftliche Abbitte leisten, die wir in der Lemberger Zeitung veröffentlichen, dann braucht das Duell nicht statt zu finden. Herr von Wroblewski hatte Mühe, seine Heiterkeit zu verbergen. Ganz gelang es ihm nicht. Das wird nicht gehen, sagt er. Graf Agenor war, ehe er durch seines Vätters Tod Herr dieser Güter wurde, Ulanen Offizier, und hat mit Scharge quittiert. So, rief der Baron und tat, als ob er erstaunt wäre. Das erfahre ich erst jetzt, dann würden wir ihm freilich nur die Wahl zwischen moralischem und physischem totstellen und das wäre zu hart. Also, eine schriftliche Erklärung, die nicht in die Zeitung kommt. Herr von Wroblewski räusperte sich. Also, meinetwegen, man soll uns nicht nachsagen, dass wir rachsüchtig sind. Eine mündliche Abbitte. Wir laden einige Herren ein. Er kommt zu uns und der Baron stockte. Herr von Wroblewski räusperte sich stärker. Oder, hm, wir laden niemand dazu. Oder kommen bei Ihnen zusammen. Sie ich Wladko er ganz zwanglos. Keine langen Erklärungen. Er murmelt so einiges. Nicht so böse gemeint und so weiter. Man schüttelt sich die Hände und Herr von Wroblewski hatte nun gar einen Hüstenanfall. Zum Kuckuck brach der Alte los und wischte sich den Angstschweiß von der Stirn. Leichter können wir es ihm doch nicht machen. Wir können doch nicht zu ihm kommen, damit er die paar Worte sagt. Oder glauben Sie dass wir das könnten? Es wäre ungewöhnlich sagte der Kreiskommissär. Nun wieder Grabes Ernst. Ungewöhnlich? Darin liegt nichts. Mein Gott, alles auf der Welt muss zum ersten Male geschehen. Lieber Freund, ich bitte, ich beschwöre Sie. Ich will das meine tun, versprach Wroblewski und hielt Wort. Schon am nächsten Morgen begab er sich zum Grafen und trug ihm lachend das seltsame Anabiden vor. Auch Agenor lachte laut auf. Es geht nicht, sagte er dann. Ich bin Offizier. Was immer ich dem braven Jungen sage, es würde als Abbitte gedeutet gedeutet werden. Aber Sie dursten doch nicht nach seinem Blute. Erwägen sind nur ein junger Mensch, der Champagner, eine Jüdin. Er traf sie als Gast in ihrem Hause. Freilich, glauben Sie, dass ich den Wladgo entschuldigen will? Ein dummer Junge, aber Hand aufs Herz, lieber Graf, wir kennen uns ja nicht erst seit gestern. Hätten Sie eine Silbe gesprochen, wenn das Mädchen hässlich gewesen wäre? Ja, erwiderte Ageno ernst und fest. Sehen Sie, ich liebe die Juden gewiss nicht, im Gegenteil, und zwar keineswegs um jene Erfahrungen willen, die ich selbst als junger Offizier mit ihnen gemacht. Das finde ich begreiflich, verzeihlich, sogar natürlich. Jedes Wesen auf Erden wehrt sich mit seinen Waffen, die ihren sind das Geld und die List. Noch mehr, ich habe mich oft gefragt, wessen Schuld es ist, dass ihnen nur diese Waffen möglich sind. Es sind ja Menschen, die auch vortreffliche Eigenschaften haben und in mancher Beziehung streng sittlich empfinden. Sittlicher als wir. Ich gebe zu, es ist vielleicht zum größeren Teil unsere Schuld. Aber es ist nun einmal ein Kampf. Wir schlagen mit Keulen auf sie los und sie stechen uns in die Ferse. Und darum stelle ich mich, ohne über Schuld und nicht Schuld zu grübeln in die Reihen jener, zu denen ich nach Blut und Stand gehöre. Aber lieber Graf unterbrach ihn der Beamte, als ob es der Worte bedürfte. Glauben sie, dass ich die Juden liebe? Aber ihr Standpunkt ist nicht der meinige, erwiderte Agenor etwas scharf. Sie als Richter dürfen keine Partei nehmen, ich als Privatmann darf es. Und als Mann von altem Adel muss ich es. In diesem Kampfe geht zunächst mein Stand zugrunde. Und das schneidet mir durchs Herz. Denn ich denke sehr hoch von diesem Stande, seiner Notwendigkeit, seiner Aufgaben. Wir Aristokraten, ich meine, wir wirklichen, reichen, reinblütigen, alten Geschlechter, sind die einzigen festen Pfeiler jedes Staates. Und wir polnischen Aristokraten sogar die einzige Hoffnung unseres Volkes. Es hat niemand als uns. Einen Bürgerstand gibt es kaum. Die Bauern sind gegen uns. Und nun sehen sie sich im Lande um. Ein Mann um den anderen, ein Geschlecht ums anderes sinkt und fällt. Durch Leichtsinn, Trägheit, schlechte Wirtschaft, gewiss, aber wäre der Jude nicht im Lande, ginge das Schuldenmachen so leicht. Und wer ist der Erbe? Der Jude! Wer sitzt auf den Gütern der Wolczynski, denen noch vor hundert Jahren zwei Quadratmeilen gehörten? Armenier als Scheinbesitzer für die Juden, weil diese keinen Grundbesitz erwerben können. Sehr wahr, rief Woblowski, aber deshalb dürfen sie doch den letzten Sprössling des Geschlechts nicht totschießen. Das will ich wäre. Denn was wird aus ihnen? Nur wenige vermögen sich noch durch Heirat mit einer bürgerlichen zu rangieren. Und auch das ist ein Unglück, eine Erniedrigung. So weit wie in den westlichen Provinzen sind wir allerdings noch nicht. Dort hat neulich ein Graf Wagensberg eine Eskeles geheirat. Soll es auch bei uns noch dazukommen? Und darum lautet die erste Regel in diesem Kampfe Das ist doch nicht etwa ein Vorwurf? fragte der Beamte gekränkt. Sie haben es ja selbst gewünscht und er erzählte wie er jene Worte des Grafen bedeutet. Sie haben mich vielleicht verstanden erwidert Agen nur etwas verlegen allerdings sagten sie mir dass das Mädchen auch sonst in ihrem Hause verkehre aber es war doch recht inkonsequent von mir und hat sich auch gerecht schwer gerecht glauben sie dass es mir angenehm ist mich einer jüden wegen schlagen zu müssen aber so geht wir glauben nur einen schritt vom wege zu tun und er führt uns eine meile weit ab es war zum ersten male in meinem leben dass ich einer jüden in gesellschaft begegnete aber da ich sie da fand so musste sie mir als dame gelten wie jede andere und stand da ihr eine und darum versichere ich ich hätte mich auch einer hässlichen angenommen übrigens ist die frage müßig judith ist schön sehr schön leider leider ja der graf blickt ernst ja düster vor sich nieder lieber wroblewski sagt er gepresst wenn ich nicht so gründlich davor bewahrt wäre von ihnen für einen heiligen gehalten zu werden ich würde mich des bekenntnisses schämen dass ich seit dem ersten Blick und dies schöne antlitz aber wurde sagen es wirklich nicht kurz jammer schadet dass sie eine jüdin ist und und ein braves mädchen der graf atmete tief auf eine blutwelle schlug über sein antlitz bis zur stirne empor und die finger um kralten das papier messer von elfenbein mit dem sie bisher gespielt so fest dass das dünne stäbchen zerbrach die Augen des kommissärs hatten sich weit geöffnet nun kniff er sie listig zu und der mund rundete sich als setzte er zu einem pfiff an dann aber sagte er halblaut man muss immer hoffen sie haben einen alten freund in dieser stadt auf den sie unbedingt zählen können unbedingt und in allem lieber graf der junge aristokrat wandte ihm je sein an blitz zu es war noch immer gerötet und die lippen bebten was soll das heißen stieß er barsch hervor wroblewski blickte ihn fest an und lächelte er sagte nichts der graf schlug die augen nieder sprechen wir nicht mehr davon er atmete mühsam wenigstens fügte er fast murmelnd hinzu wenigstens heute nicht mehr und was ihren schützling den wolchinski betrifft so kann ich ihm nicht helfen er erhob sich der kommissär griff zum hut leben sie wohl lieber freund sagte er und streckte dem anderen die rechte entgegen aber der graf liebte beide hände in die taschen seines kurzen reitrocks versenkt adieu herr von roblewski der kommissär lächelte noch verbindlicher und ging auf dem korridor vor der tür blieb einen augenblick stehen ich hätte nicht gedacht dass du noch so jung bist mein gönner murmelte er der händedruck aber den du mir schuldig geblieben wird dich unter allen umständen geld kosten viel geld liebster dann begab er sich in das haus der bolschinski seine mitteilung entfesselte die tränenströme von neuem nur herr saverin behielt seine fassung dass sich zwei junge edelleute einer jüden wegen worten darf der himmel nicht zulassen ich bin getrost gott wird ein wunder tun die fromme zuversicht des kreises sollte nicht trüben das wunder geschah am abend desselben tages war nathaniel heimgekehrt er war tief erschreckt als ihm judith verstört entgegentrat auch nachdem er ihre beichte vernommen ging er noch lange schweigend in ungewohnter erregung auf und nieder nun fassung kind sagte er dann endlich und strich ihr zärtlich das wirre haar aus der stirn vielleicht wäre es würdiger gewesen auf die erste stichelrede des burschen nicht zu erwidern aber das ist geschehen aus dem gerede der leute mache dir nichts es wird rasch verstimmen mich mich betrüben nur die folgen für dein eigenes herz wie unglücklich würdest du sein wie einsam bleiben wenn du deine heutige meinung über die christen festhielt ist das aber wirst du nicht denn diese schlechte meinung ist ebenso falsch wie die frühere gute und nun geh armes kind und schlafe dein Kopf weh aus er selbst blieb noch lange wach dem alten manne war sehr bitter zumute armes kind dachte er selbst deine schönheit dein frohsinn hat den hass nicht entwaffnen können und wie schwer wirst du vielleicht an jener Stunde zu leiden haben wirst du eine polin du würdest durch das abenteuer nur noch begehrenswerter werden und brechen sich gar die beiden um dich den Hals so würden dir hundert andere nachlaufen aber du bist die tochter eines stammes bei dem ein mädchen verloren ist wenn es durch etwas anderes zuerst von sich reden macht als durch die kunde seiner verlobung verloren verdammt wenigstens in der eigenen heimat er sah da nicht zu schwarz er kannte seine leute schon dass er sie das zwanzigste jahr hatte erreichen lassen ohne sie zu vermählen war ihnen befremdlich genug erschienen wie mussten sie erst jetzt urteilen ob ihm bergheimer einen freier aus der fremde schaffte war nun zur lebensfrage für judith geworden daheim fand sie keinen mehr und wenn er als mitgift berge goldes aufschütten wollte das war unmöglich gleich viel ob es zum duell kam oder nicht fand es aber statt und gab dem gerücht flügel durchs ganze Land dann erfuhr auch der fremde freier schon in der ersten galizischen Stadt wem er entgegenreise mit furchtbarer wucht senkte sich diese befürchtung auf des alten mannes gemüt und bin ich selbst ganz schuldlos fragte er sich habe ich meinem kinde jene erziehung gegeben die ihm frommen konnte tat ich recht raffaels warnungen zurückzuweisen am nächsten morgen ging er nicht in sein kontor sondern auf die straße zu bekannten in die weinstube des aron siebenschläfer unbefangen brachte er die rede auf die begebenheit und behandelte sie scherzhaft die leute waren sehr erstaunt dann aber wunderten sich mindestens die christen darüber dass sie die kleinigkeit so ernst genommen die juden freilich schüttelten die köpfe um die mittagsstunde begab sich nathaniel zu seinem mieter ins erste stockwerk den wortschwall roblevskis schnitt er kurz ab ich weiß sagte er sie können nichts dafür nun aber müssen sie mir einen gefallen tun das duell darf nicht stattfinden aber wie soll ich es verhindern der graf und vlatko beide schnauben rache nathaniel war ein rücksichtsvoller mann im notfall aber konnte er auch sehr deutlich werden da irren sie sagte er sanft und leise vlatko stirbt vor angst der graf hat ihnen gestern erklärt wie peinlich ihm das duell um einer jüden willen ist sie irren weil sie für die vermittlung eine hohe forderung an mich stellen und die höhe durch die schwierigkeit der aufgabe rechtfertigen wollen daraus kann aber nichts werden sie wissen ich lasse sie gern verdienen an diese sache wende ich keinen heller dass ich den ruf meiner tochter durch geld fleckenlos erhalten hätte lasse ich mir nicht nachsagen wollen sie es aber aus alter freundschaft tun herr von roblewski machte eine mine als hätte ihn trachtenberg eben seiner wärmsten verehrung versichert was braucht es vieler worte zwischen uns sprechen sie alter freund die schwierigkeit vor der jude fort liegt in der form der graf kann keinerlei abbitte leisten vlad nicht ohne abbitte zurücktreten das wird durch folgendes umgangen vlad erscheint mit seinem vater morgen elf uhr bei mir und bittet mich den vater um entschuldigung der graf nimmt davon kenntnis und erklärt so scharf er vlad gos haltung an jenem abend missbillige so warm erkenne er die ritterlichkeit dieser freiwilligen sühne an vortrefflich rief der beamte aber wenn nun vlad sich weigert der kommt gern höchstens wird severin der meinung sein dass ich auch weigerten darlehens geben sollte aber sie machen ihm gewiss begreiflich dass dies keine gelegenheit ist wo er in ehrenmann geld fordern kann selbst verständlich also morgen elf uhr und je feierlicher desto besser nicht wahr nein nur das notwendige aber der graf sollten wir ihn und seinen kartellträger den rittmeister nicht dazu laden er hört vlad gos erklärung an gibt sofort die seine nathaniel dachte nach dann nickte er kurz wenn mir der herr graf die ehre geben will ich darf ihn also in ihrem und fräulein judith namen einladen nur in meinem jüdische mädchen laden keine kavaliere ein natürlich rief der beamte eifrig sie sind immer taktvoll aber dabei sein wird sie wohl ich denke nein aber panie nathaniel rief der beamte eifrig das geht für ihre tochter nicht weil sie eine jüdin sondern weil sie eine unbemagelte dame ist und darum müssen sie sich in jene form fügen die man wählen würde wenn sie eine christin wäre nathaniel dachte nach meinetwegen sagte er dann kurz herr von wroblewski atmete auf sie sollen sehen ob ich ihr freund bin bis zum abend haben sie nachricht schon zwei stunden später konnte er melden dass es geglückt sei gleichzeitig ging das gerücht von dieser austragung der sache durch die ganze stadt die christin ärgerten die juden freuten sich beide aber fragten was mag es den nathaniel gekostet haben als judith am nächsten vormittag gegen die elfte stunde das empfangszimmer betrat klang ihr von der straße her trotz der geschlossenen fenster ein dumpfes brausen entgegen sie warf einen scheuen blick hinaus draußen stand kopf an kopf die schaulustige menge erblassend wicht sie zurück was wundert's dich fragte nathaniel lächelnd es ist merkwürdigeres zu sehen als vor fünf tagen dass ein neuer gutsherr einzieht ist schon oft da gewesen aber dass ein schlachtsitz kommt ein jüdisch mädchen um verzeihung zu bitten noch nicht übrigens hätte ich viel darum gegeben wenn er unterbrach sich wie sie so vor ihm stand so gleich und ernst und harmvoll da wollte ihm das herz vor mitleid überquellen und der leise vorwurf starb ihm auf den lippen mein armes kind murmelte er gerührt vielleicht lag's auch an dem schwarzen wollkleid und dass sie gegen ihre gewohnheit heute jede blume jeden schmuck verschmäht aber sie schien ihm so ganz anders als sonst ein ernstes mädchen mit wissenden traurigen augen nicht sein holdes übermütiges kind mehr die gestalt schien schmächtiger die züge schärfer geworden hast du heute nacht geschlafen fragte er und streichelte zärtlich die blasse wange gewiss erwiderte sie gedrückt sie blickte nach der uhr noch fünf minuten zu elf wanda war eben hier erzählte sie dann morgen liest willischewski oben seine gedichte vor sie lud mich dazu ein ich habe abgelehnt mit unrecht rief trachtenberg eifrig schon die klugheit gebietet es sich nicht zu stellen als ob du neulich einen unsühnbaren frevel erduldet hättest und willst du plötzlich wie eine nonne leben ich bitte dich also vater unterbrach sie in flehen wenn du wüßtest ich weiß aber ich bitte dich judith sie verstummte das war ein befehl gegen den es keinen widerspruch gab draußen hielt ein wagen aus der menge wurden einzelne hochrufe hörbar judiths wangen bedeckten sich mit glühender röte der graf sagte nathaniel er eilte dem jungen manne entgegen und beugte sein weißes haupt so tief als begrüßte er einen herrscher gott segne ihren eintritt sagte er pathetisch und doch herzlich und er lohne ihnen ihren edelmut ich kann es freilich nicht in worten sagen aber herr trachtenberg sagte agenor abwehrend sein blick fiel auf judith sie war nun wieder bleich ein zitternd überflog ihren leib sie sind doch nicht krank rief er und trat auf sie zu nein ich fürchtete schon die folgende aufregung sie schien fassungslos vor verlegenheit auch er fühlte sich befangen nicht zum wenigsten deshalb weil das gleiche mädchen im schwarzen kleide so wenig jenem bilde glich welches er zuerst von ihr empfangen und dass ihm seine erregten sinne seither so oft vorgegabelt der vater fasste ihre hand willst du nicht dem gnädigsten herrn grafen danken fragte er verzeihen sie dem kinde fügte er dann hinzu die erinnerung an den peinlichen vorfall sie weiß sonst zu antworten das hat er von wolchinski erfahren sagte agenor lächelnd auch bedarf es wahrlich des dankes nicht niemand hätte an meiner stelle anders gehandelt das war eine pflicht die ich gegen jede dame erfüllt hätte judiths antritts belebte sich gegen jede fragte sie hastig gewiss erwiderte er dann schien ihm der sinn der frage aufzugehen ich wußte dass sie eine jüdin ja fiel sie ihm ins wort aber hätten sie es für jede jüdin getan ich meine wenn ich alt und hässlich judith rief natanje was sprichst du da er war ganz fassungslos auch der graf schien betreten welch plumpe koketterie fuhr sie ihm durchs hirn aber das schmerzvolle beben um die blassen lippen schien dagegen zu sprechen des vaters zugruf brachte ihr erst zum bewusstsein wie ihre frage gedeutet werden konnte wieder schlug ihr die purpurröde übers antlitz nein rief sie abwehrend während sich die augen mit tränen füllten mein gott ich meinte nur sie konnte es nicht aussprechen herr von roblewski und der rittmeister traten ein dicht hinter ihnen herr severin mit seinem sprössling und dem fetterjahen die szene spielte sich programmgemäß ab bladko stammelte die ihm von roblewski vorgeschriebenen worte der graf gab seine erklärung ab jan sprach seine ansicht aus dass bladko sich nicht mehr gekränkt fühlen könne die herren schüttelten einander die hände das alles werde kaum drei minuten judith stand fast teilnahmslos da kein wunder meinte herr severin als er mit seinem anhang das zimmer verließ zum rittmeister sie ist von der ehre betäubt erst als ich auch der graf zum gehen anschickte fasste sie sich wieder gnädigster herr graf begann sie mit zitternder stimme und ihre hände falteten sich unwillkürlich sie dürfen nicht etwa glauben als ob ich vorhin nein bei gott sie täten mir unrecht aber sehen sie ich weiß freilich nicht ob sie mich verstehen können sie der vornehmste herr hier aus dessen umgang sich jeder eine ehre macht die tränen erstickten ihre stimme ihm wurde seltsam zumute als das arme blasse schöne kind so in zittriger angst mit empor gehobenen händen vor ihm stand und das gefühl das sich dabei in seinem herzen regte ließ ihn auch das wirre stammen verstehen es wäre ihnen zum troste fragte er wenn ich ihre frage von vorhin ehrlich bejahen könnte sie würden daraus schließen daß einige unter uns das vorurteilen er verstummte nicht teilen hatte er sagen wollen das durfte er als ehrlicher mann nicht aussprechen er teilte es ja ja rief sie nun denn ich hätte es für jede andere dame ihres glaubens getan ich könnte mich sogar auf einen zeugen berufen herrn von roblewski hier er hat mir vorgestern zufällig dieselbe frage gestellt und dieselbe antwort erhalten der kreiskommissär hatte bisher mit angehaltenem atem gelauscht so ist es rief er eifrig dank dank murmelte judith und ehe der graf es hindern konnte hatte sie seine hand erfasst und geküsst als agenur in der nächsten minute mit roblewski vor seinem wagen stand und einsteigen wollte fragte der kommissär wollen sie uns eine große ehre erweisen lieber graf morgen liest uns der dichter wiliszewski den sie vielleicht dem namen nach kennen seine neuesten verse vor engster kreis wir sind bisher nur unser fünf meine frau hat nämlich noch die judith eingeladen obwohl sich das mädchen eigentlich nicht für wiliszewski interessiert und das letzte mal als er las den ganzen abend im nebenzimmer allein in den albums geblättert hat dürfen wir auf sie hoffen er blickte dem grafen forschend ins erregte antlitz der verachtungsvolle blick der ihn traf schien ihn gar nicht zu kränken im gegenteil nun lächelte er sogar der graf hatte den blick gesenkt die hand auf den wagenschlag gelehnt stand er unschlüssig da bedauere stieß er endlich kurz hervor für morgen abend bin ich versorgt wie schade rief der kommissär der wagen rollte davon er sah ihm lächelnd nach und dasselbe lächeln lag auf seinen lippen als er in seiner wohnung angelangt seiner frau sagte für morgen sechs gedecke ende von kapitel 2 kapitel 3 von judith trachtenberg von carl emil franzos diese librivox aufnahme ist in der public domain hertadeus von wiliszewski war einige geringe unterschiede abgerechnet eine art polnischer walter von der vogelweide auch er wirkte weniger durch sein wissen als durch sein talent zog von hof zu hof mahnte die adligen zur milde jubelte wenn er ein neues gewand bekam und bemühte sich viel um lehen so viel mag sogar selten ein mensch geliehen haben und gleich walter war auch er ein vorwiegend politischer lyriker aber von der einseitigkeit des deutschen fernen den adligen las er kampflieder gegen österreich vor und besang auf bestellung des kreisamts den geburtstag des kaisers für bürgerliche hatte er spottferse auf den adel für adelige verhöhnungen des bürgertums bereit auch er war später sicherlich von adel denn das von stand unter seinen gedichten und auf seinen briefen ein wappen aber auch seine adelige geburt ließ sich nicht bestimmt erweisen einige hielten ihn für einen schustersohn der im gymnasium durchgefallen die übrigen für einen ehemaligen barbiergesellen auch seine geburtsstätte ließ sich nicht erkunden auch um ihn stritten einige landschaften da jede die ehre ablehnte er selbst pflegte sich immer als den sohn jener gegen zu bezeichnen in welche er gerade subskribenten für seine gedichte erwarb wäre dies buch je erschienen so hätte es in sehr großer auflage hergestellt werden müssen denn von wie vielen tatäus die drei gulden dafür erhob ist nicht zu zählen aber gleich dem minnesänger ließ er sich an der mündlichen wirkung genügen ungeladen und plötzlich recht wie eine gabe des himmels pflegte er auf den gutshöfen einzutreffen einige warfen ihn nach drei andere nach acht tagen hinaus freiwillig ging er niemals da man von der poesie allein nicht leben kann so vermittelte er zuweilen eine kleine bestechung oder sonstige niedertracht daher auch seine freundschaft mit dem greiskommissär dieser sohn der musen war's dem zu ehren frau anna die kleine gesellschaft versammelt die langen graublonden locken noch wirrer als gewöhnlich auf den hageren wangen die röte der erregung saß tatäus da und deklamierte die gedichte zur verherrlichung des adels ein graf hatte ihn schon lange nicht angehört und argenor war gekommen obwohl er gestern abgesagt nur aus interesse für den dichter hatte er es in letzter stunde ermöglicht was aber tatäus am meisten beglückte war die gespannte aufmerksamkeit dieses reichen mannes er las eben seine historische ballade der blutige tag der held war eigentlich ein boniatowski aber der dichter las immer baranowski ins versmaß passte es ja das hochgefühl dichterischer begeisterung erfüllte seine brust hol mich der teufel dachte er wenn das nicht 50 gulden trägt nachdem er geschlossen blieb es still die gesichter seiner hörer konnte er nicht genau unterscheiden weil frau anna den lampenschirm so gestellt dass das licht nur auf das manuskript fiel aber dies schweigen war ja das deutlichste zeichen der tiefen wirkung wunderbar sagte endlich die hausfrau das vers geklingelt war unbeachtet an ihrem ohr vorbeigegritten sie hatte nur den grafen betrachtet wie er so regungslos da saß befangen wie ein knabe ein seufzer hob den üppigen busen ein prachtmensch und das alles dieses juden mädels wegen sehr sehr anmutig murmelte nun auch der graf und fuhr aus seinen brüten empor besonders die schilderung der landschaft rief der kreiskommissär der landschaft fragte judith erstaunt sie allein war dem gedichte gefolgt schon um fassung zu gewinnen das unruhig pochende herz zur ruhe zu zwingen da sie leichteren herzens dem befehl des vaters geworcht und gekommen war nur des grafen verdienst seine beteuerung hatte ihr den glauben an diese menschen zurückgegeben aber nun er so unvermutet eingetreten war es ihr als müßte sie fliehen sich selbst entfliehen herr von roblewski tat als hätte er ihren leisen einwand überhört und dieser menschen rief er begeistert man sieht sie ordentlich vor sich stehen und die gefühle fügte er vorsichtshalber hinzu etwas zum hänker dachte er wird doch in dem langweiligen zeug vorgekommen sein dann gab er seiner tochter einen wink sie glitt unbemerkt zur türe hinaus ein meister unser tadeus fuhr er laut fort einige seiner balladen reichen an mitskiewicz herren auf ehre an mitskiewicz und wie vielseitig er ist sie würden ihn wohl lieber graf nach dem bisher gehörten unter die sentimentalen poeten zählen und nun tadeus nun lesen sie uns die lieder venus im schlafrock es war eine reihe schlüpfriger gedichte welche judith bei der letzten vorlesung ins nebenzimmer getrieben sie hatte nicht recht verstanden warum die anderen hörer so sehr gekichert aber ihr instinkt hatte ihr gesagt dass derlei nicht für ihre ohren taube vielleicht später sagte der poet nun möchte ich das gedicht könig kasimir und die schöne äster lesen was fällt ihnen bei rief roblewski erschreckt er kannte es es war ein wüster schimpf gegen die juden lassen sie nur beruhigte ihn tadeus sie kennen die neue fassung noch nicht da sich nämlich in den letzten jahren auch einige jüdische gutspächter in ostgalicien so weit für die polnische literatur interessierten dass sie ihn ab und zu einige tage beherbergten so hatte er die geschichte von kasimir dem großen und seiner jüdischen geliebten auch in judenfreundlicher tendenz bearbeitet das passt heute ausgezeichnet dachte er und bringt die 50 vielleicht auf 100 gulden denn jene ballszene war ihm ja wohl bekannt und der charakter seines edlen freundes bürgte ihm dafür dass er heute nicht zufällig bloß judith und den grafen zu seinen hörern zählte und er begann zu lesen schon die ersten verse beruhigten den hausern die worte der früheren fassung der dichter wolle verkünden wie sich die juden pest in polen eingenistet waren nun durch die sanfte wendung ersetzt wie das volk des alten bundes hier eine freistadt gefunden in dieser turnart war das ganze gedicht umgeschrieben wie kasimir der schönen erstes liebe den juden frei briefe geschenkt und sogar die geliebt zur königin erhoben der schluss war eine warme mahnung zur brüderlichkeit wieder war es eine weile still ausgezeichnet murmelte endlich der hauser und blickte dabei nach dem grafen aber diesem war nur eine empfindung vom antlitz abzulesen wie verzückt starrte er in die erregten züge des schönen mädchens ihm gegenüber judith gewahrte es nicht schwer atmend mit halbgeschlossenen augen sah sie in sich versunken den stürmischen empfindungen hingegeben welche die dichtung in ihr erweckt sie hatte nie vorher von der schönen esther vernommen wie eine tröstliche offenbarung überkam nun ihr verzagtes herz die erkenntnis dass jene schranken welche sie in den letzten tagen so qualvoll empfunden nicht von der natur selbst gesetzt seien es hatte eine zeit gegeben wo sie nicht bestanden eine jüdin war königin von polen gewesen und gott hatte es nicht gewährt und die menschen nicht gehindert und dann musste sie das heißen dunklen gefühls gedenken welches sie seit jener ballszene erfüllte ein graf war noch lange kein könig sie richtete sich auf als wollte sie den gedanken abschütteln der sie überkommen und begegnete dabei dem starren blutvollen blick des grafen sie zuckte zusammen eine blutwelle jagte über ihr antlitz sie erhob sich als wollte sie fliehen ausgezeichnet wiederholte problewski mit ungeheuchelter wärme nun aber um gottes willen fügte er in gedanken bei ein gespräch unter vier augen und jetzt bitte bitte lieber poet die venus lieder er lachte wie ein faun sie sind köstlich graf auf ehre gefügig griff der sänger nach dem sehr verschlissenen manuskript diese lieder wurden am häufigsten von ihm gewünscht aber der graf legte sie ins mittel ich denke sagte er sehr bestimmt wir bitten herrn wiliszewski um etwas anderes was auch für damen taugt dagegen gab es keinen widerspruch der dichter las eine schauerliche aber unbedenkliche ballade dann ging man zum souper es verlief still genug der graf und duditz schwiegen und der poet hielt wie immer sprechen bei der mahlzeit für sündige vergeudung einer kostbaren zeit die ja für ihn nicht alle tage wiederkehrte so musste wroblewski allein die kosten der unterhaltung tragen denn auch frau anna blickte in stümmen sinnen vor sich nieder sie war übel gelaunt den plan ihres bieteren eheherrn zu fördern war sie nicht gewillt im gegenteil der prachtmensch seufzte sie immer wieder und wie sie sich so das junge verträumte mädchen ansah schien ihr ein guter einfall zu kommen aber judith sagte sie lachen du nimmst ja keinen bissen hat es dich so tief gerührt dass unser wiliszewski die schöne erste königin werden lässt die wirkung war tiefer als frau anna gehofft das mädchen zuckte zusammen und wechselte die farbe wurde sie dies nicht fragte sie fast tonlos frau anna lachte laut auf aber du hast es doch nicht im ernst geglaubt warum nicht rief der kommissär und warf seiner gattin einen wütenden blick zu auch ich glaube es es war doch wirklich so lieber wiliszewski der poet hatte gerade den mund so voll dass er zunächst gar nichts erwidern könnte eine ausweichende antwort schien ihm geraten einige er schluckte krampfhaft einige chronisten sagen es die verlässlichsten bestätigte roblewski energisch aber so kommen sie mir doch zu hilfe wandte sich frau anna an den grafen ich habe immer nur gelesen sie war des königs geliebte der graf zauderte aber kaum eine sekunde lang so war es auch sagte er unser poet kennt ja die alten chronisten zweifellos besser als ich aber vor der modernen forschung würde sein gedicht überhaupt schlecht bestehen es ist erwiesen dass casimira große den juden nur aus denselben gründen das land öffnete wie den deutschen um ersatz für den fehlenden bürgerstand zu schaffen dass ihnen die schöne ester länger gefesselt als seine anderen freundinnen steht fest aber großen einfluss auf seine handlungen schreibt ihr die geschichte nicht zu ihre kenntnisse in ehren sagte der kommissär doch ich habe oft das gegenteil gelesen auf ehre sehr oft aber dass der große casimir der letzte piast die jüdin heißer geliebt als je vorher eine christin geben auch sie zu gewiss erwiderte agenor das berichten alle die tafel wurde aufgehoben die gesellschaft ging in den salon wanda und judith setzten sich an den albumtisch frau anna verwickelte den grafen in ein gespräch der poet nahm den haus an den beschlag aber dieser hörte zerstreu zu obwohl wiliszewski ein geschäftliches anabieten das er ihm bereits früher gemacht nun neuerdings und dringlicher entwickelte der kommissär hatte einen spitzbuben aus guter familie verschiedener betrügereien wegen in untersuchungshaft gesetzt tadeus schilderte beweglich den schmerz der angehörigen nachdem der mensch als novize in einem franziskaner kloster nicht gut getan wollten sie ihn nun nach russland schicken aber eine verurteilung werde seine geschwister schwer treffen es ist gut fiel ihm der kommissär endlich ins wort ich bin ja kein unmensch wir sprechen nächstens darüber nun aber gehen sie ins rauchzimmer der poet gehorchte der kommissär trat auf wanda zu sie verschwand auf seinen blick und die gleiche wirkung erreichte er auch bei seiner gattin wenn auch nicht ganz so rasch aber frau anna verstand sich auf seine minen sie erkannte dass sie ihm heute nicht straflos zum zweiten male den willen durchkreuzen würde und nun lieber graf bat der kommissär mit einem blick auf judith müssen sie auch mich entschuldigen herr von wroblewski begann agenor sie befehlen ich muss ihnen sagen dass ich dass ich die art nicht billigen kann mit welcher sie er verstummte obwohl der haushaar mit gesenktem blick wie ein reuiger sünder vor ihm stand schelten sie mich nicht sagte der kommissär verderben sie mir die freude die große freude nicht sie heute unvermutet hier zu haben trotz ihrer gestrigen ablehnung er verbeugte sich und glitt geräuschlos hinaus der graf biss sie auf die lippen unschlüssig blickte er ihm nach und dann auf judith sie starrte auf das buch das vor ihr lag das licht der lampe beschien die rotgoldenen flechten das feine oval des blühenden gesichts er holte tief atem und trat auf sie zu sie schreckte bei seinem nahen empor und als sie sah dass sie mit ihm allein war schien es dass sie fliehen wollte was hat sie so gefesselt fragte er möglichst unbefangen und blickte auf den aufgeschlagenen stahlstich heidelberg eine herrliche stadt mein regiment lag einige zeit als bundesgarnition in mainz da bin ich oft drüben gewesen mein bruder soll dort studieren sagte sie er fragte warum raffaele nicht eine österreichische hochschule aufgesucht sie erwiderte es sei auf bergheimers rat geschehen der die heidelberger juristenfakultät besonders gerühmt der vater habe zu bergheimer das größte vertrauen wie er ihm ja auch des bruders und ihrer erziehung ganz anvertraut und als er nun wissen wollte in welchen gegenständen und wie sie von ihm unterrichtet wurden erzählte sie eingehend darüber wenn der kreiskommissär etwa horchte so konnte er von dieser führung des gesprächs wenig erbaut sein aber es sollte bald eine bedeutungsvollere wendung nehmen sie erzählte dass bergheimer ein überaus eifriger botaniker sei und ein großes herbarium ostgaliziens angelegt habe da hat ihn wohl auch der schlossgarten sehr interessiert fragte agenorm gewiss aber dort ist er nie gewesen warum nicht er durfte ja nicht der eintritt ist juden verboten wie die tafel am eingang sagt sie dürfen aber nicht glauben fügte sich hinzu dass ihn dies verbittert hat es ist wohl kein böser wille unserer herrschaft pflegte er zu sagen an jedem schlossgarten in botolien steht eine solche tafel wer sie weg tun wollte dem würde das am ende gar veragt werden bergheimer ist ein so milder edler mensch und für sich eine ausnahme zu erwirken war er nicht zu bewegen so sehr es ihn zu dem blumen zog vielleicht erlaubt es der gärtner meinte er aber ich will es nicht besser haben als meine brüder und er hat recht gehabt da haben wohl auch sie den garten nie betreten o doch erwiderte sie errötend ich bin oft dort gewesen mit wanda oder den töchtern des bürgermeisters zuweilen auch allein die wächter kannten mich aber sie schwiegen und ich sie stockte ich war schwach genug mich dessen zu freuen ich dünkte mich besser als die andern aber ich habe es redlich abgebüßt wie mir zumute war als ich erkannte durch die szene hier im hause fiel er ihren wort ich weiß ja seit gestern welchen eindruck sie ihnen gemacht haben muss mit unrecht fräulein judith glauben sie mir diese kluft sie lauschte regungslos gleichwohl stockte er nein er konnte und durfte nicht lügen diese kluft meinte sie endlich ist doch wohl nicht so tief aber wozu darüber sprechen also in heidelberg wird ein trauriges lächeln umspielt ihren mund sie sind ein ehrlicher mann herr graf sagte sie auch vorhin hatten sie allein den mut die wahrheit zu sagen und nun verstehe ich auch warum ich den namen jener esther nie gehört habe weder von meinem vater noch von raffael oder von bergheimer wieso ihr antlitz flammte sie war ja eine verworfene sagte sie ein sehr herbes urteil erwägen sie doch wie sehr casimir sie liebte das eben glaube ich nicht ich sollte vielleicht nicht darüber sprechen es gilt ja als unschicklich aber warum sollte ich es verschweigen liebte er sie wahrhaft so musste er sie zu seinem weibe machen und war dies nicht möglich weil er ein könig war und sie ein judenkind so mußte er ihr fernbleiben und sie nicht dem schlimmsten geschick preisgeben der verachtung unter uns juden wenigstens wird ihr name sicherlich wenn überhaupt dann nur zum bösen genannt das weiß ich freilich nicht erwiderte er aber wer menschlich fühlt dürfte sie selbst dann nicht erbarmungslos richten wenn casimir kein könig gewesen wäre nehmen sie an sie habe ihn aus ganzer seele geliebt sie schüttelte den kopf das glauben sie nicht ich weiß nicht sie schien fassungslos vor scham und verlegenheit fuhr dann jedoch tapfer fort wenigstens habe ich von solcher liebe nie unter uns gehört meine eltern eine zärtlichere und glücklichere ehe hat es schwerlich gegeben und doch haben sie sich erst bei der verlobung kennengelernt und so ist es fast immer ich glaube darin sind wir anders glauben sie dies wirklich rief er dann wäre ja auch jene kluft von der natur selbst gezogen dann wären sie nicht menschen wie wir aber ich meine sie verwechseln ursache und wirkung die abgeschlossenheit das festhalten an der uralten sitte hat ihr volk dazu geführt wenn ich sie so vor mir stehen sehe warum sollte ihnen sprechen sie nicht von mir bat sie mit gefalteten händen und so flehenden tones dass er schwieg so stumm klang eine lachende stimme in diese schwüle stille hinein es war frau anna als judith am nächsten tage zur mittagsstunde das speisezimmer betrat kam ihr der vater freudig entgegen ein brief von unseren lieben rief er aus breslau sie haben die reise bisher ohne unterbrechung zurückgelegt wollen aber nun acht tage dort bleiben ehe sie über sachsen und bayern an den neckar gehen denke nur bergheimer hat in breslau einen ehemaligen mainzer schüler gefunden der jetzt als bankier dort etabliert ist berthold wertheimer heißt er er kann den jungen mann nicht genug rühmen ich habe schon an raffael geschrieben auch die heutige tat unseres grafen habe ich ihm mitgeteilt wie hat er wie haben wir alle dem edlen manne unrecht getan welche tat fragte judith du weißt es noch nicht in der ganzen stadt spricht man von nichts anderem die tafel am eingang des schlossgartens steht nicht mehr und er hat es uns vorstehern in einem freundlichen briefe mitgeteilt du schreibst doch an raffael ein wort hinzu er lässt sich herzlich grüßen und fügt bei judiths versprechen beim abschied unserer letzten unterredung eingedenkt zu bleiben macht mich froh und heiter was meint er damit nichts murmelte sie halb abgewendet eine kinderei so dachte ich aber bist du nicht wohl kind du bist so blass ende von kapitel drei kapitel vier von judith trachtenberg von carl emil franzos diese libri box aufnahme ist in der public domain es war drei wochen später ein milder heller oktober tag karg ist dieser landschaft jeglicher schmuck zugemessen der andrwärts das menschenherz erfreut unendlich ist dringst die ebene ausgegossen selten erhebt sich in sachter steigung eine erdwelle aus der fläche und verrinnt dann wieder in ihr trüb und träg rollen zwischen schlammigen ufern die flüsse und bäche ihrer wasser von den fernen bergen her in das tiefere noch traurigere steppenland hinein mancher versickert am wege im tiefen moor oder staut sich in einem weiher dessen weiter trüberspiegel das schilfrohr der kleinen schlammigen inseln widerspiegelt und das blasse ewig vom dunst der ebene getrübte blaue der himmelsglocke schmutzig sind die städtchen wo im dichten knäuel armselige hütten das verstoßene nur zu unsäglichem elend auserwählte volk der judenhaus dürftig die dörfer wo der ruthene dumpf und trotzig unter des polen peitsche den boden bepflügt selten reiht sich an das ackerland ein birgen gehölz aber unendlich meile um meile so weit den wanderer der fuß trägt umgibt ihn die braune heide wo nur der wachholder gedeiht die eriga blüht furchtbar ist hier der winter wenn der sturm aus norden den schnee über die ungeheuren flächen treibt karg und kurz der frühling versengend der sonnenbrand des sommers aber mild und licht erquickt der herbst die armen menschen das dürftige land in heller roter glut leuchtet die heide in dunklerer das gehölz tiefblau erscheint durch die größere klarheit der luft der himmel und selbst um das kahle steppenfeld ist ein schmuck gebreitet das marienhaar welches in tausend fäden dahin schwimmt wer im herbst über die heide geht den macht sie nicht fröhlich aber sein herz wird ruhiger und sänftigt sich das war auch dem grafen agenor beschieden als er an jenem oktobertage langsam während der klang der mittagsglocken über die heide zitterte wieder seinem schloss zu rittet er war am frühen morgen aufgebrochen nach einer schlaflosen nacht wo ihn böse geister gerüttelt und wach erhalten die reue und die begier es war zwischen ihm und der schönen jüdin gekommen wie es kommen musste von jener stunde ab wo er dem versucher unterlegen unserer vorlesung gekommen er hatte sie dank der geschicklichkeit des kommissärs seither wiederholt allein gesprochen und brauchte sie nun nicht mehr zu fragen ob sie sich wirklich nicht jene empfindung zutraute welche die christen liebe nennten und seit gestern brauchte er der hässlichen vermittlung nicht mehr sie war zum ersten male allein in den schlossgarten gekommen und war ihm ans herz gesunken sein arm hatte den blühenden leib umschlingen sein mund ihre lippen berühren dürfen nur einen atemzug lang aber sie hatte ja versprochen heute wieder zu kommen und hielt sicherlich wort wohl kam er auch heute nicht zum ziele und es wehrte noch wochenlang bis er jene glut in ihr wachgeküsst die in seinen adern tobte aber auch diese stunde musste kommen und sie wurde sein eigen aber so wild ihn die leidenschaft rüttelte dass er empor sprang die kühle nachtflüft ein ließ und dann im lehnstuhl niedersaß um frei atmen zu können diese gewissheit des erfolgs machte ihn nicht glücklich im gegenteil so elend wie er sich in seinem stolzen bei allem frischen lebensmut ernsten gemüte nie gefühlt denn er war wie sie ihm nachgerühmt ein ehrlicher mann der junge stattliche ulanen offizier hatte fröhlich genossen was ihm frauengunst bescherte aber sein gewissen konnte ruhig bleiben er hatte kein weib von des gattens seite gerissen kein mädchen ins elend gebracht was ihn davon abhielt war ein aufs äußerste getriebenes gefühl der pflichten welche seine adlige geburt an die makellosigkeit seiner lebensführung stellte daneben die völlige abhängigkeit von dem willen seines nun kürzlich verstorbenen vaters der kluge tüchtige mann hatte früh erkannt daß es dem sohne trotz einiger trefflicher eigenschaften doch an jener fehle welche für den sproß einer verarmten seitenlinie der offizier werden sollte die wichtigste war an willensstärke an kraft des entsagens es gab unter seinen kameraden wenige die nicht in kleinen dingen einfluss auf ihn hatten ein achselzucken ein bestimmt gesprochenes wort verfehlten selten die wirkung auf seinen leicht bestimmbaren sinn einigen war er wohl auch in großen dingen williger gefolgt als ihm ersprießlich war nicht gerade aus überstarker genusssucht sondern weil er sich nicht ausschließen nicht allein stehen konnte das gehört zum aristokraten oder bist du nicht offizier die worte hatten den an sich so braven mann oft genug weit in die irre geführt darum eben hatte der vater mit guter absicht seinen einfluss auf ihn mit aller zähigkeit festgehalten und gemähert diesem einfluss war es mit vielleicht hauptsächlich zu danken daß ich agenor doch stets mit ehren behauptet bis ihnen des vaters dann des vetters tod zum haupt des geschlechts machte und nie war ein unwahres wort über seine lippen gekommen nun aber hatte er schon bisher gelogen und betrogen und musste es noch weit dreister tun wenn er ans ziel gelangen wollte er hatte judith gewonnen weil sie ihn für ritterlich und edel hielt frei von vor urteilen gegen ihr volk weil sie seiner ehrlichkeit seiner liebe vertraute ein wort von der kluft die sie schied eine andeutung der unmöglichkeit sie zu seinem weibe zu machen und sie war ihm für immer verloren sie hatte bisher nie von der zukunft gesprochen keine frage an ihn gestellt aber wenn sie es tat und wenn es nicht dazu kam wenn sein betrug seine lüge auch ferner im schweigen oder in vieldeutigen antworten bestanden durfte sie ihm deshalb minder das gewissen beschweren und die er betrug er begehrte sie nicht bloß sondern liebte sie auch heiß und aus ganzer seele wie ist das nur über mich gekommen fragte er sich oft und fand keine antwort gewiss ihre schönheit hatte auf den ersten blick seine sinne entzündet aber daran allein lag es nicht sie war so gut so achtungswert in ihrem stolz so rührend in ihrer hingebung so bedauernswert durch die art wie sie ihre stellung unter den menschen empfangen eine stellung die ihr fremder wille gegeben aber auch dies alles genügte nicht um ihm selbst das wunder zu erklären welches sich mit seinem herzen begeben vielleicht dachte er zuweilen vielleicht ist nur das mitleid das grauen vor dem schicksal welchem ich sie entgegen führe wenn ich schwach bleibe dieses schicksal war ihm stets düster genug erschienen das ist kein mädchen sagte er sich welche sich in das los einer maitresse fügen könnte oder schlau und niedrig genug dächte sich durch betrug an einem anderen manne zu retten in dieser qualvollen nacht aber überkam es ihn vollends sie überlebt es nicht du wirst ihr mörder es trieb ihn auf mit fiebernden pulsen ging er in seiner schlafstube auf und nieder bis ihn die ermattung wieder in den lehnstuhl sinken ließ aber die stimme seines gewissens sprach fort durch die nächtliche stille ihr mörder wenn deine schwäche fortwährt konnte er stark sein ihr entsagen es schien ihm unmöglich jetzt wo jeder nerv seines körpers in heißer fast schmerzhafter begier zuckte mehr als je unmöglich konnte er sie zu seinem weibe machen lieber sterben sagte er sich und wie er so dasaß und brütete da schien ihm nur eins noch gleich schlimm wie die schmach dem stammbaum seines geschlechts den namen der tochter des nathaniel trachtenberg einzufügen eine ehrlose handlung zu begehen in diesen wirren kämpfenden gedanken fand ihn der morgen er ließ sein ross satteln und jagte ihm die heideneis querfeldein stürmte er dahin ohne rast ohne ziel dann ließ er dem pferd die zügel und wie er so langsam über die heide dahin ritt von welcher sacht die morgennebel wichen da war es auch ihm heller im hirn und im gemüte er hatte alles zu düster gesehen zu scharf zugespitzt im dunkel dieser peinvollen nacht mit tausend gründen suchte er sich dieser tröstlicheren auffassung zu festigen nur an eins konnte er auch nun nicht glauben der fall dass ein mann aus edlem geschlecht ein mädchen an sein herz nahm das ihm nicht ebenwürdig war und sie fand nach jahren wenn sich ihre wege trennten ein neues glück dieser fall konnte sich hier nicht wiederholen aber wenn auch nicht zu seinem weibe zur gefährtin seines lebens konnte er die schöne stolze machen und war dies eine schmach welche sie entbrüstet zurückweisen mußte sie tat es nicht wenn sie ihn liebte wie nach der rührenden schilderung der chronisten die äster jenen könig geliebt aber ehrlich wollte er bleiben und ihr sagen daß sie auf seine treue seine liebe rechnen dürfe nicht auf seine hand das nahm er sich fest vor wie er so über die rotglühende heide ritt er wollte keine schuld auf sich laden kein verbrechen an ihr begehen und riss sie sich von ihm los so mußte er die kraft finden es zu tragen wer nie an die möglichkeit des entsagens gedacht die heide im herbst lehrt es ihnen stilleren herzens voll guter vorsätze kehrte er heim als er in den schlosshof ritt zogen sich seine braunen finster zusammen vor dem portal hielt die britschka des kommissärs die begegnungen mit dem manne waren ihm nun immer peinlicher geworden je dreister und vertraulicher er sich gegen ihn benahm und in der stimmung die ihn jetzt erfüllte fiel ihm nichts schwerer als ein gespräch mit seinem treuen helfer er traf den unwillkommenen gast im frühstückszimmer sehen sie liebst rief er dem grafen lachend entgegen dass ich keine umstände mache auch ein kuvert habe ich mir schon von ihrem jahren besorgen lassen agenur nickte nahm platz und lud ihn durch eine handbewegung ein sich zu bedienen was verschafft mir die ehre fragte er kurz gar zu hoch scheinen sie die ehre nicht anzuschlagen sagte der beamte lustig und versorgte seinen teller mit unrecht sie können wahrlich mit mir zufrieden sein oder glauben sie dass sie das mädel ohne meine hilfe zu einem rang du im schlosspark gebracht hätten nicht diesen ton vor der junge mann auf das also wissen sie auch schon oh ich weiß noch mehr meinen glückwunsch zum ersten kuss ich war ja selbst im garten auf ehre ganz zufällig und dass ich schweigen werde unter ehrenmännern braucht man wohl darüber nicht erst worte zu machen dass er das wort ehre in jedem satz wiederholte konnte nicht verwundern denn jeder satz war eine lüge nicht er hatte die beiden belauscht sondern seine gattin die von neugierde und neidgetrieben judith gefolgt war als sie das haus verlassen und nicht bloß ihm hatte sie ihre beobachtungen anvertraut sondern auch der frau bürgermeisterin einer dame die mit seltenem pflichteifer eine lücke im leben des städtchens ausfüllte indem sie soweit ihr der atem reichte die aufgabe eines lokalblattes erfüllte in diesem augenblick wusste es wohl schon jeder einwohner der das zehnte lebensjahr überschritten wollten sie mir nur dies sagen fragte der graf der beamte wurde elegisch das verdiene ich nicht ich bin in bester absicht gekommen und weil ich es für nötig hielt es ist ja möglich dass sie die abwesenheit des trachtenberg ausnutzen wollen und auch für heute ein rankebuch verabredet haben da wollte ich sie warnen der alte erfährt sonst gewiss schon gestern sah ich da zwei juden mädel herumstreichen die möglicherweise alles gesehen haben vergessen sie nicht dass die tafel verschwunden ist es war ja sehr edel von ihnen ganz könig kaisimir der auf esters geheiß dem juden alle pforten öffnen aber vorsicht der alte ist nur nach tarnopol gefahren er kommt ja schon heute wieder nun weiß ich freilich nicht wie weit sie mit dem mädchen sind aber eine einmischung des vaters käme doch vielleicht zu früh für ihre pläne der graf fühlte die röde der scham in seine wangen steigen er wollte ein heftiges wort sagen aber hatte er diesem manne gegenüber nicht das recht dazu verwirkt und nun liebster fuhr der kommissär fort habe auch ich noch eine bitte für mich er stockte der graf langte nach seiner brieftasche wie viel fragte er nein so ist es nicht gemeint es kostet sie nichts als ein gutes wort an einen menschen der von ihnen abhängt und mir ist geholfen ich bin da in eine verdammte klemme geraten aus gutmütigkeit auf ehre aus purer gutmütigkeit agenor blickte nach der wanduhr sie wies auf eins in einer halben stunde sollte er judith im park treffen bitte ohne umschweife sie erinnern sich wohl noch des pächters der auf ihrem guten sitchko sitzt ein armenier bogdan afanasyevich er war zu ihrem einzug hier gewiss erwiderte agenor ein dicker mann mit langem schwarzem bart er wurde mir als braver frommer aber sehr geiziger mensch geschildert sehr richtig sein geiz und seine frömmigkeit sind mir eben zum unglück geworden zu diesem herrn afanasyevich also kommt vor etwa vier monaten im juni ein junger priester der auf der durchreise nach seiner neuen pfarrer begriffen ist und bittet um ein nachtlager der frommer bogdan nimmt ihn freudig auf und klagt ihm beim nachtessen seine liebe not es herrscht große durre regen kann nur eine feierliche prozession bringen der pfarrer von sitchko ist krank und jener des nachbarortes fordert dafür zwölf gulden der junge priester erbietet sich es um fünf gulden zu tun der kranke pfarrer leitet ihm sein messgewand die prozession finden statt und am tage darauf fällt regen da also nach dieser probe zu schließen der fremde sein handwerk versteht so lässt bogdan um weitere fünf gulden ein neues vorratshaus von ihm einweihen auch die bauern benutzen die gelegenheit um ihre kinder billiger taufen zu lassen und so weiter nach einer woche zieht der priester weiter und wäre er nicht wieder gekommen so könnten beide teile noch heute zufrieden sein und ich sehe sie nicht im unglück wieso fragte agenur etwas ungeduldig mit einem blick auf die uhr werden sie gleich hören er kommt wieder und schon dies fällt bogdan auf der mann wollte ja nach seiner pfarrer auch dem geistlichen von sitchko der nun wieder genesen ist kommt der konkurrent bedenklich vor er geht der sache nach hält umfrage und was stellt sich heraus er ist ein lump der seiner familie wohlbegüterten leuten im solch jäberkreis schon viel herzleid gemacht hat den geistlichen huguspokus hat er deshalb weg weil er novice in einem kloster war aus dem er eines kirchendiebstahls wegen weggejagt wurde nachdem er bereits die niederen weihen empfangen bogdan macht mir die anzeige es melden sich noch einige andere bei denen er dieselben oder ähnliche streiche verübt ich lasse den menschen verhaften nun aber schicken seine brüder einen freund zu mir der großen einfluß auf mich hat das sind talent ich hoch schätze dem dichter willischewski und dieser überredet mich den lumpen um seiner unbescholtenen familie willen laufen zu lassen sie verpflichten sich ihn nach russland zu schicken ich sträube mich und sage endlich doch ja weil ich dem liebenswürdigen poeten nicht gern etwas weigere und nun denken sie was dieser bogdan tut er erklärt ich sei bestochen worden den betrüger der zudem einen kirchenfrevel begangen freizugeben gestochen ich und richtet eine eingabe an das gubernium in lemberg das kann ihnen doch nicht schaden sagt der graf der onkel ihrer frau hat seine schuldigkeit getan fiel ihm der kommissär ins wird und bogdan bekam auf seine beschwerde die gebührende antwort aber die frömmigkeit und der geiz lassen den mann nicht ruhen ihm schmerzen die zehn gulden und der missbrauch des heiligsten wie er es nennt und heute morgen höre ich dass er sich von einem hiesigen winkelschreiber eine eingabe an den lemberger erzbischöf aufsetzen lässt nun kennen sie ja die ordnung in unserem österreich der beamte vermag viel aber der pfaffe alles gelangt die eingabe an den erzbischöf so wird die sache untersucht und so rein mein gewissen ist ich verstehe ich soll bogdan ersuchen die sache auf sich beruhen zu lassen aber wie kann ich mich einmischen der mann ist ja im recht der freund fördert ihre hilfe sagt der kommissär sehr bestimmt da fragt man nicht viel nach recht und unrecht auch ich habe es ihnen gegenüber nicht getan der mensch heißt ignaz trudger bitte notieren sie den namen und schreiben sie ihrem pächter noch heute argenur hatte sich abgewendet dann ging er eine weile im zimmer auf und nieder endlich zog er sein notizbuch hervor und schrieb den namen ein herzlichen dank rief der kommissär und der brief geht noch heute ab nicht wahr auf wiedersehen lieber freund Ende von Kapitel 4 Kapitel 5 von Judith Trachtenberg von Karl Emil Franzus Diese LibriVox Aufnahme ist in der Public Domain Unter dem Eindruck dieser Unterredung begab sich Agenur zu dem Stelldichein mit der Geliebten abschütteln murmelte er indem er die Treppe zum Park hinab schritt und ballte die Faust dass ihm die Nägel schmerzhaft ins Fleisch strangen ich muss die Kröte abschütteln die mich befleckt mich und sie aber als er nun über das raschelnde Laub hastig der Tannenallee zuschritt es war die einzige die in dieser Jahreszeit durch das dichte nadelige Geäst einigen Schutz vor neugierigen Augen gewährte und er hatte darum schon gestern die Geliebte hierher beschieden mit jedem Schritt wich der Zorn immer mehr und als er nun harren zwischen dem grünen gezweig auf und nieder ging da war nur noch eine Empfindung in ihm der brennende Durst nach ihren Lippen ich will ihr alles sagen dachte er wohl zuweilen sie soll frei entscheiden und der Gedanke trat ihm sogar in leisem Flüstern über die Lippen aber er fühlte er sagte es nur um sich in dem Vorsatz zu stärken und als er eine halbe Stunde geharrt da fanden seine Lippen nur noch ein Wort das er unablässig wie im Fieber bald halblaut hervorstieß bald aus zugeschnürter Kehle heißer flüsterte komm 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 endlich hörte er ihren flüchtigen Schritt im Laub sah ihr Kleid durch die Zweige schimmern eilig kam sie heran das Antlitz glühend das Spitzentüchlein das sie ums Haupt geschlungen hatte sich halb gelöst und flatterte um das goldrote Haar endlich murmelte er und stürzte ihr entgegen sie blieb stehen und als sie in seine entflammten Züge blickte überflog ein Schauer ihre Glieder und sie streckte wie abwehrend die Hände vor er bewahrte es kaum endlich wiederholte er stammelnd riss die widerstrebende in seine Arme und sein Mund suchte ihre Lippen bis er sie gefunden nur einen Atemzug dann hatten sie sich ihm wieder entzogen ich bitte sie rief sie und es war ein so ängstliches Flehen in ihrer Stimme dass er von ihr ließ machen sie es mir nicht noch schwerer es ist ohnehin so bitter sie murmelte er du hast gestern du zu mir gesagt und ich will es auch heute sagen erwiderte sie vor sich rasch mit dem Tüchlein über die feuchten Augen und versuchte zu lächeln so schickte sich er seit gestern du hast mich geküsst ich bin deine Verlobte wir gehören fürs Leben zusammen sie sagte es mit einer Innigkeit einem Vertrauen das ihm der Ton ans Herz griff er ließ wie beschämt den Arm sinken mit dem er sie wieder hatte umschlingen wollen du liebe Gute sagte er unsicher und hatte Mühe die Stimme zu festigen während er weiter sprach gewiss wir gehören nun einander uns kann nichts mehr trennen nichts Judith und was in meiner Macht liegt soll geschehen dass du es nie bereust das durfte er versprechen das war sein fester Entschluss bei Gott dem Allmächtigen ich liebe dich wie nie eine andere zuvor ein seliges Lächeln lag auf ihren Zügen aber dabei füllten sich doch wieder die Augen mit Tränen ich glaube dir sagte sie wäre mir nur ein Augenblick ein Zweifel an dir gekommen und dass du es ehrlich und redlich meinst wäre ich sonst hier wäre ich gestern hergekommen ich säße dann in meiner Stube und weinte mir die Augen aus über mein Unglück einen Mann lieben zu müssen der mich nicht liebt mich nicht zu seinem Weibe machen will und vielleicht rief sie plötzlich fast schrill in wieder ausbrechender Leidenschaft vielleicht ertrüge ich es dann nicht so vorzuleben mit solcher Scham solchem Weh im Herzen Judith murmelte er erschreckt was sind dies für Gedanken törichte Gedanken sie nickte aber sieh wie viel ist in diesen Tagen über mich gekommen ich bin ja wie verwandelt ich glaube so ist es noch nie einem Mädchen ergangen ich habe keine Macht mehr über mein Herz es befiehlt mir und ich muss zu dir gehen und mich von dir küssen lassen und dich küssen und ähnlich ist's mit meinen Gedanken die schweifen umher wirr und wild nur wenn ich an dich denke bin ich ruhig ich kenne dich ja und dennoch sagte er und blickte sie zärtlich an dennoch musst du seit gestern viel geweint haben wundert's dich fragte sie mit trübem Lächeln bedenke auch mein Vater mein Bruder lieben mich und ich liebe sie wie werden sie erschrecken wenn du um mich wirbst wie tief wird es sie betrüben dass ich Christin werden muss vielleicht verliere ich dadurch ihr Herz für immer sie wenden sich von mir ab und wollen nichts mehr von mir wissen du weißt nicht was es bei uns heißt vom Glauben abzufallen da lebt in unserer Gemeinde eine arme alte Witwe Miriam Gold welche sich jetzt als Krankenpflegerin ernährt ihr Mann war Schankwirt auf einem Dorf und ihre einzige Tochter verliebte sich in einen Bauern wurde Christin und heiratete ihn der Vater starb aus Kram über die Schande die Hohnreden unserer Leute und auch das Leben der Mutter ist elend genug wäre nicht mein Vater für sie eingetreten sie wäre wohl zugrunde gegangen und sie hatte sich doch von ihrer Tochter losgesagt und spricht fast nie von ihr so wenigstens beteuerte sie mir sie hätte heute seit langen Jahren zuerst wieder von ihr gesprochen der Graf hatte stumm im qualvollen Wirrsaal der Empfindungen zugehört heute fragte er befremdet soeben nur darum weil sie so dringend bat mir ihr Geschick erzählen zu dürfen musste ich dich warten lassen vielleicht sie atmete tief auf vielleicht war es kein Zufall sie weiß wie es um mich steht und wollte mich warnen dann erfährt es auch wohl mein Vater und das wäre schlimm denn die Ehrlichkeit erfordert es dass er es nicht von anderen sondern von uns erfährt aus deinem Munde oder dem meinen und es dir so richtiger erscheint das will überlegt sein sagte der Graf gepresst ich möchte dir nutzlose Kämpfe ersparen bekenne die Wahrheit rief ihm sein Gewissen zu du bist ein Schurk wenn du nun schweigst aber wie es sagen und wie wird sie es aufnehmen vielleicht ertrüge ich es nicht so vorzuleben hatte sie vor und ausgerufen nutzlose Kämpfe erbittern ja nur fuhr er fort er sagte es mechanisch er fühlte wie ihm alles Blut zum Herzen strömte wie er bleich würde sie Judith dass ich dich liebe das weiß ich unterbrach sie ihnen und weil ich es weiß darum will ich ruhig sein und dir überlassen wann und wie du mit meinem Vater sprechen willst fragte er vorher mich so werde ich ihm freilich die Wahrheit sagen dass es mir bitter wäre fühlst du mir gewiss nach und darum ersparst du es mir sicherlich wenn du kannst und sprichst selbst sobald es dir möglich ist und weil du mich liebst darum ersparst du es mir gewiss auch dich heimlich zu sehen wenn du wüsstest wie mir gestern heute zumute war ehe ich herkam es ist nicht recht rief es in mir und ich fühlte die Scham auf meinen Wangen brennen und das helle Tageslicht quälte mich und ich kam doch ich musste wie mit Ketten hat es mich zu dir gezogen denn ich liebe dich ich liebe dich und wie sie so vor ihm stand das glühende Antlitz mit den zuckenden blutroten Lippen gesenkt den bebenden Leib vorgebeugt da wich das letzte was noch an Kraft in ihm war und jene Stimme schwieg vor dem Brausen des Blutes in seinen Ohren er presste sie an sich und bedeckte sie mit Küssen das Haupt das Antlitz das Gewand bis sie sich nach einigen Sekunden mit aller Kraft los riss ich habe es geduldet sagte sie atemlos weil es das letzte Mal ist vor deiner Werbung leb wohl darf ich dich nicht begleiten bat er und suchte den Arm um ihren Nacken zu schlingen sie schüttelte stumm den Kopf und eilte hinweg noch einmal blickte sie zurück er stand regungslos und starrte ihr mit glühenden Augen nach sie winkte mit dem Tüchlein und eilte dem Ausgang zu aber als sie nun die Straße betrat welche vom Schlosser durchs Städtchen zu ihrem Hause führte sauderte sie es schien ihr unmöglich so vor aller Welt Augen dahin zu gehen ihr war es als müsste jeder die Küsse sehen die ihr auf den Wangen brannten sie schlug eine Fußpfad ein der an der Rückseite der Häuser dahin führte saß auf einem bänkchen am wege nieder und wehrte den tränen nicht die ihr plötzlich wie ein bach über die wangen quollen dann nachdem sie sich ruhiger geweint setzte sie den weg fort und schlüpfte durch die hinterpforte ins haus im hofe stand der Wagen ihres Vaters er war also bereits heimgekehrt im Hauschlor trat ihr die alte Dienerin des Hauses entgegen die sie einst auf den Armen getragen die alte Sarah war sehr bleich und zitterte an allen Gliedern da bist du endlich schrie sie schrill auf und rang die Hände oh Gott barmherziger Gott warum hast du mich das erleben lassen auch Judith wurde weiß wie die Wand an die sie sich tastend lehnen musste aber der Augenblick der Schwäche ging rasch vorbei wo ist der Vater fragte sie im Empfangszimmer aber du kannst jetzt nicht zu ihm der Bürgermeister ist drin der hat ihm alles erzählt ich habe es eben erst durch die Köchin des Kommissärs erfahren oh Kind was du meldest mir sobald der Vater allein ist unterbrach Judith die alte und ging auf ihr Zimmer sie hatte lange zu hören für ihre Nervenqual unerträglich lange denn der Bürgermeister war ein braver Mann es schien ihm notwendig dass der Vater ungesäumt erfahre was die ganze Stadt wusste aber er war auch ein begabter Redner und darum hatte er zunächst mit einer Abhandlung über die Pflichten der Bräuenschaft begonnen dann die Sittenverderbnis der neuesten Zeit eingehend erörtert bis der unglückliche Mann endlich erfuhr um was es sich handle es war fast unheimlich anzusehen wie er so im Lehnstuhl da saß totenfahl regungslos nur zuweilen strich er mit zitternder Hand über den silberbeißen Bart ich danke ihnen sagte er nachdem der Redner endlich geschlossen seine Stimme klang etwas heiser aber er sprach langsam und ruhig wie sonst sie haben es gut gemeint aber nun die Hauptsache hat ihre Frau Gemahlin selbst jenen angeblichen Kuss im Park gesehen nein frau von und das sagen sie erst jetzt rief Trachtenberg laut fast fröhlich und nun gelang es ihm wirklich zu lachen eine verlässliche Zeugin nun bin ich ganz beruhigt allzu bestürzt war ich übrigens von vornherein nicht ich kenne ja mein Kind dass Judith im Park spazieren gegangen und den Herrn Grafen der sie artig angesprochen ebenso artig geantwortet glaube ich gern alles andere ist Lüge davon bin ich der Vater überzeugt nun wenn sie Panini Trachtenberg ja ich der Vater sagen sie dies jedem der es hören will ich bitte sie darum er geleitete den Besucher der etwas verdutzt war zur Türe dann schritt er langsam wieder dem Lehnstuhl zu erst da brach er mit einem dumpfen Wehlaut zusammen und barg sein Antlitz in den Händen so lag er regungslos und hörte es in seinen wilden Schmerzen nicht dass ein leiser zögernder Schritt das Zimmer durchmaß erst als Judith seine Hand zu berühren wagte fuhr er empor Vater begann sie mit zitternder Stimme zirne mir nicht es ist ein anderes Glück als du mir vorbestimmt hast aber ich habe es ja nicht ausgewählt es ist über mich gekommen schweig schrie er auf und schleuderte ihre Hand hinweg dass sie vor ihnen hinzutreten ihn anzureden wagte der Zorn darüber raubte ihm fast die Besinnung dann erst trat ihm ins Bewusstsein was sie gesprochen Glück stieß er hervor was faselst du da mein Glück erwiderte sie leise aber entschieden denn ich liebe ihn er wird mich zu seinem Weibe machen der alte Mann schnellte jählings empor die Augen wurden starr und drängten fast aus ihren Höhlen die Lippen zuckten wie abwehrend streckte er die zitternden Hände vor ah ah klang es lange denen von seinen Lippen wie ein dumpfer Schrei im nächsten Atemzug hatte er ihre beiden Hände gefaßt und zerrte die Beben dem Fenster dem helleren Licht zu seine Augen suchten die ihrigen und hielten sie fest immer bohrender senkte sich sein Blick in den ihren schwer fast röchelnd ging der Atem über seine Lippen aber er fand kein Wort in dieser höchsten Not seiner Seele nur in seinen starren entsetzten Augen lag die Frage auf die er Antwort gebot sie hielt seinen Blick aus das blasse Antlitz färbte sich immer höher bis der purpur Stirn und Nacken bedeckte aber die Wimpern senkten sich nicht ihr Blut das Entsetzen in seinen Zügen ließ die Reine die Frage dieser Augen fassen und verstehen und sie gab die Antwort er atmete tief tief auf und ließ ihre Hände fahren erzähle befahl er dann kurz sie zögerte habe ich kein Recht darauf schrie er auf ja vielleicht murmelte sie ich weiß nicht vater rief sie dann flehend ich weiß ja selbst kaum wie es gekommen ist ich wollte ja nicht ich musste und ihm mag es ebenso ergangen sein aber er meinte es ehrlich mit mir davon später befahl er erzähle sie begann zu berichten zuerst in wirren halblauten wie sie beim Einzug von seinem Blick getroffen wurden welchen Aufruhr der Empfindungen seien betragen an jenem Ballabend in ihr wachgerufen dann aber als sie von jener Unterredung nach der Vorlesung Wiliszewskis berichtete bezwang sie ihr bangen sie erzählte alles wie sie es wusste die volle Wahrheit er stand unbeweglich die Stirn an das Fensterkreuz gedrückt und horchte still nur einmal unterprach er sie als sie der folgenden Unterredung im Hause des Kommissars gedachte fragte er plötzlich und es fiel dir nicht auf dass ihr immer allein wart nein es war ja wohl auch nur ein Zufall fiel er höhnisch ein und schüttelte die geballte Faust gegen die Decke des Zimmers aber weiter er ließ sich wieder in den Lehnstuhl sinken sie saß neben ihm nieder und brachte ihre Erzählung zu Ende auch von der heutigen Unterredung verschwieg sie nichts Vater schloss sie flehend ich habe nicht vergessen und kann es nie wie schwer ich dich und Raphael kränke ganz glücklich kann ich darum nicht werden aber du bist gut und klug du wirst einsehen dass ich nicht anders kann sie sank zu seinen Füßen nieder und umschloss seine Knie Vater zirne mir nicht er saß lange schweigend und regte sich nicht dann tastete er sacht nach ihren Händen und löste sie von seinen Knien er hob sich trat ans Fenster und blickte auf die Straße hinaus auf welche sich die frühe Dämmerung des Spätherbstes senkte nur einmal flüsterte er vor sich hin und ich Thor habe deinen frühen Tod so oft beklagt wohl dir gleich darauf begann er laut deine Mutter aber er brach ab und stand wieder schweigend das währte lange es wurde immer dunkler im Gemache da raffte er sich endlich auf entzündete die Kerzen auf dem Tische und trat an sein Kind heran das noch immer auf den Knien lag das Haupt an den Stuhl gelehnt steh auf befahl er und trat dicht vor sie hin sie gehorchte sie wollte ihm ins Auge blicken und konnte es nicht so tief erschütterte es sie wie jählings gealtert sein antlitz erschien aber seine stimme bebte nicht mehr das ist ein schweres unglück sagte er mein herz ruft seinen dank zu gott daß er uns nicht ganz vernichtet hat aber was er über uns gesendet ist furchtbar genug ich mache dir keinen vorwurf du hättest keine heimlichkeiten vor mir haben sollen aber du bist zu jung und er ein schöner mensch ein graf und klage ich dich an so müßte ich mich anklagen ich hätte erwägen sollen unter welche menschen ich dich sende wie ihr verkehr auf dich wirken mußt ich hätte klüger sein sollen so klug wie mein armer braver knabe dem das herz bräche wenn er es je erführe er soll es nicht erfahren niemals sie machte eine bewegung als ob sie sprechen wollte niemals wiederholte er höre judith ich weiß dass der wahn heute dein auge verblendet dein uhr taub macht du kannst jetzt nicht verstehen was ich dir zu sagen habe die wand hier könnte es besser als du aber du sollst schon jetzt wissen so denkt mein vater der mich mehr liebt als sein eigenes leben und wird seinen sinn nicht ändern du wirst die leute da oben und den grafen nie mehr sehen und sprechen du wirst auf deinem zimmer bleiben und es ohne meinen befehlen nicht verlassen das beste wäre es ich ließe die pferde wieder anspannen und brächte dich sofort in das haus woher ich komme zu meiner schwester recha in tarnopol sie ist eine kluge milde frau deine dante recha sie weiß mit kranken umzugehen aber das ist leider erst in frühestens einer woche möglich das geräte wüchse sonst noch mehr vater rief sie zertritt mich nicht das wollen andere und waren auf dem besten wege dazu ich dein vater will dich retten ob der graf ein schurkischer verführe ist der kaltblütig gehandelt und sich den schurken da oben zum helfer gemietet hat ob er nur ein schwacher mensch ist der sich im rausch seines blutes den beistand des elenden hat gefallen lassen ich weiß es nicht es ist auch gleichgültig in beiden fällen wäre dein los gleich furchtbar gewesen du schimpf ihn nicht schrie sie auf er ist gut und ehrlich frag ihn wenn du zweifelst oder höre ihn an wenn er um mich werben kommt das könnte ich ruhig versprechen erwiderte er bitter denn er wird nicht kommen und fragen werde ich ihn nicht weil ich die antwort kenne und mich nicht verhöhnen lassen will der alte hat aus verzweiflung den verstand verloren und den grafen wirklich und wahrhaftig angefläht die verführte zu seinem weibe zu machen und nun aber wenn er kommt dann würde ich nein sagen nein und nein solange ein atem in mir ist dich vor unglück zu schützen denn feuer und wasser mischt sich nicht friedlich und ein weib welches seinem manne zum flure wird ist das unseligste geschöpft der welt wäre der graf agenur baranowski wirklich wahnsinnig genug meine tochter zu heiraten er wäre moralisch tot drei monate rausch und dann ein leben voller jammer du verdienst ein besseres geschick und nun kein wort mehr fuhr er gebieterisch fort als sie wieder sprechen wollte meinen willen mußtest du schon heute erfahren verstehen kannst du mich heute nicht sie trat einen schritt vor und hob flehend die hände er schüttelte stumm das haupt da ließ sie die arme sinken ein zittern überflog ihren leib gesenkten hauptes wankte sie hinaus er sah ihr traurig nach auch nachdem sich die tür längst hinter ihr geschlossen behielt sein blick dieselbe richtung so traf ihn die alte dienerin sie brachte die briefe die in seiner abwesenheit eingelaufen und fragte ob er das nachtessen wünsche er lehnte es ab setzte sich hin und versuchte die briefe zu lesen es gelang ihm nicht nur ein schreiben fesselte ihn der ehemalige schüler bergheimers herr berthold wertheimer in breslau teilte in wohlgesetzten worten mit dass er auf einer geschäftsreise durch galizien begriffen nächstens seine persönliche aufwartung machen werde das ist nun auch vorbei murmelte der alte mann schmerzvoll ich werde mich glücklich schätzen wenn das arme kind in einem in zwei jahren genesen sein wird während er so gramvoll brütete überhörte er ein klopfen an der tür und blickte erst auf als der besucher vor ihm stand es war herr von wroblewski mit wehmutsvoller miene streckte er dem juden die hand entgegen paninathanie sagte er weich ich weiß ihnen sorgen und schmerzen da darf der treue freund nicht fehlen im antlitz des alten mannes zuckte es er bezwang sich die dargebotene hand nahm er nicht aber die stimme klang ruhig als er fragte und was hat mir der treue freund zu sagen mein gott wie sie mich dabei ansehen als ob ich daran schuldig wäre da täten sie mir unrecht auf ehre in meinem haus ist zwischen den beiden jungen leuten nie ein verfängliches wort gefallen und ich war stark verstaunen als ich von der sache erfuhr schön sagte der jude noch immer kalt und gemessen aber sie verlangen nicht dass ich es ihnen glaube wozu die komödie was führt sie zu mir paninathanie sie kränken mich es war wirklich nur die alte freundschaft auf ehre und dann bin ich ja gewissermaßen an der sache beteiligt sie mögen mich behandeln wie sie wollen ich werde doch meine pflicht tun als ehrenden als ihr freund ich werde morgen oder wenn sie es wünschen noch heute zu dem grafen gehen und ihm sagen sie haben das junge mädchen in meinem hause kennengelernt ich habe daher das recht sie daran zu erinnern da sie im begriff sind ein verbrechen an einer ehrenhaften familie zu begehen und ich beschwöre sie jeden weiteren versuch zu unterlassen ja das will und werde ich tun gut tun sie was sie nicht lassen können aber mein gott sind sie etwa nicht einverstanden es ist der einzige weg auf den grafen zu wirken und einen besseren vermittler können sie ja nicht finden gewiss gewiss wenigstens keinen ehrlicheren aber ich brauche überhaupt keinen vermittler in dieser sache ich habe meiner tochter verboten je wieder mit dem grafen oder ihnen und ihren damen auch nur eine silbe zu sprechen und weil sie ein gutes kind ist ein jüdisch kind und im gehorsam gegen den vater erzogen so wird sie gehorchen es mag ihr nun leicht oder schwer fallen herr von roblewski lächelte aber heißt das nicht das kind mit dem bade ausschütten vielleicht gibt ja der graf die antwort ich meine es ernst und will das mädchen heiraten möglich ist ja auch dies würde nichts an der sache ändern ich würde nein sagen und judith weiß es nicht aus abneigung gegen den christen sondern weil eine solche ehe das sichere unglück für beide wäre er erhob sich das kann nicht ihr letztes wort sein rief der kommissär oder doch sie stoßen die hand des freundes zurück ja erwiderte der jude kurz ich nehme ihnen nicht übel dass sie gekommen sind vorher im tone unsäglicher verachtung wird denn jeder mensch muss nach seinen grundsätzen handeln ihr grundsatz als richter wie als privatmann lautet sich von beiden parteien überzeugen zu lassen der graf hat sie bereits überzeugt nun soll ich es tun ich verzichte aber roblewski wechselte die farbe sein gesicht verzerrte sich in hass und mut mühsam suchte er sich zu fassen aber pani natanje murmelte er man muss mich bei ihnen verleumdet haben vielleicht der bürgermeister oh wenn sie wüssten wie seine frau es fiele mir wirklich schwer mit diesen misstun von ihnen zu scheiden und doch sagte trachtenberg und richtete sich empor werden sie sich da rein finden ich musste sonst meinen kutscher rufen als der kommissär wieder in dem dunklen flur stand musste er sich an den türpfosten halten die bestürzung die wut drohten ihn zu übermannen das sollst du mir büßen stöhnte er büßen wohl an die zehn male wiederholte er das wort dann trat er auf die straße und ging sinnend auf und nieder endlich war sein entschluss gefasst so wird's gehen und heute muss es sein er blickte nach der uhr neun also bequem zeit raschen schrittes schlug er die straße zum schlosse ein eine halbe stunde später stand er vor dem grafen der junge mann hatte sich eben von seiner mahlzeit erhoben sie wollen sich nach dem brief erkundigen fragte er es ist besorgt ich habe nicht gezweifelt und bin nur gekommen um ihnen mein dank durch die tat zu sagen hastig berichtete er was geschehen natürlich in zweckmäßiger darstellung es muss eine ersetzliche szene gewesen sein das mädchen schwur dass es nie von ihnen lassen könne der alte dass er sogar ihre werbung als einen tödlichen schimpf betrachten würde nun hat er sie in ihr zimmer gesperrt und morgen in grauer frühe wird er sie fortschleppen zu verwandten in irgendein anderes ghetto wer weiß wohin das mädchen ist ihnen verloren wenn sie nicht rasch handeln der graf ging erregt auf und nieder was soll ich tun fragte er es wäre schlimm wenn sie meiner bedürften um dies zu erfahren eine entführung aber das ist eine gewalttat die noch nie vorgekommen ist übrigens können sie ruhig sein sie werden kein hindernis finden ich kenne das zimmer des mädchens und wenn sie sich weigert hat sie sich geweigert in den park zu kommen und sie sollte sich weigern mit ihnen zu fliehen jetzt nachdem der alte töricht und fanatisch genug war ihr zu sagen dass er sogar in eine ehe nie willigen würde aber sie wird eine schwur von mir verlangen so schwören sie schwüre der liebenden kennen sie das liedchen nicht übrigens scheinen sie schon einige gewandtheit in dieser schwierigen situation zu haben sie sind ohne schwüre so weit gekommen so wird es ihnen auch in der folge glücken es geht nicht mein gewissen erlaubt es nicht und während er so sprach stand vor seinen augen das schlösschen welches er fünf stunden von hier am rande des waldgebirges besaß und der wagen hielt vor der pferde und er trug die geliebte in seinen armen hinein ihr gewissen fragte der kommissär darüber können natürlich nur sie entscheiden überlegen sie sich die sache sie haben ja noch einige stunden zeit wollen sie es wagen so lassen sie ihre equipage gegen ein uhr in der straße hinter dem hause halten natürlich mehrere hundert schritte von der hofpferde ich meinerseits werde um diese stunde am offenen fenster an der vorderseite frische luft schöpfen sehe ich sie mit dem glockenschlag unten so öffne ich ihnen das tor wie gesagt überlegen sie es recht bründlich gute nacht oder auf wiedersehen er wandte sich zum gehen eine bewegung des grafen hielt ihn zurück nur eine frage trachtenberg hat seiner tochter gesagt dass er sogar meine werbung zurückgeweisen würde ist das wahr habe ich jemals gelogen fragte er von roblowski gekränkt und fuhr im selben atem zu gelächelt fort halten sie mich für dumm werde ich etwas behaupten von dessen unwahrheit sie sich sobald durch eine kurze frage an das mädchen überzeugen könnten lernen sie mich besser kennen lieber graf also wirklich sein fanatismus geht so weit das wundert sie doch nicht sind wir denn in den augen dieser leute überhaupt menschen und wenn dieser umstand ihr gewissen nicht erleichtern kann aber das ist ihre sache er verbeugte sich und ging ende von kapitel 5 kapitel 6 von judith trachtenberg von carl emil franzus diese librivox aufnahme ist in der public domain es war vier wochen später ein wüster hässlicher novembertag dicht hingen die grauen schneewolken hernieder zuweilen wenn der träge wind sie noch tiefer hinab peitschte fielen die flocken herab und wurden zu wasser in der luft zu kot auf dem erdreich und zwischen dem schlüpfrigen aufgewühlten boden und der niedrigen wolkendecke lagen die nebel dicht und endlos und unbeweglich der laue west der zuweilen die oberen luftschichten durchstrich den schnee zu flocken löste drang nicht zu tief hinab wie festgenagelt lagen sie da und das graue meer verschlang jeden ton und jede farbe selbst das schärfste auge konnte nur wenige schritte weit sehen wie ausgestorben lag die heide der mann der von westen aus den bergen her einen leichten wagen dem städtchen zu lenkte begegnete niemandem den er um den weg fragen konnte der wagen war leer und die feurigen rappen mit denen er bespannt war flogen wenn er ihnen die zügel ließ dahin daß der kot der straße wie in wellen empor schlug aber ungewiss jagte der mann in die graue dämmerung hinein nun war's um die mittagszeit und es war nicht heller als am morgen da er aufgebrochen fahr zu fitku es geht um tod und leben hatte ihm der kastellan gesagt da er ihn aussandte und er wußte ja selbst um was es sich handelte wieder ließ er den zügel schießen da stand plötzlich der wagen hoch aufzuckten die pferde umsonst der zähe morast ließ sie nicht mehr bis über die knie waren sie eingesunken der mann sprang ab nun klebte auch er fest er musste bei einer plötzlichen biegung des weges von der heerstraße ins weiche ackerland gekommen sein ratlos stand er da was tun wohin sich wenden jesus maria schrie er auf vielleicht stirbt sie inzwischen da klang ihm plötzlich ein ferner ton ins ohr er lauschte auf das war das mittagsgeläute vom turm der dominikaner er fasste die pferde am zügel und peitschte auf sie los da sie sich wild aufbäumten so brachte er dem klang nach den wagen auf die straßen zurück und da hob sich schon aus dem nebel das rote kreuz am eingang des städtchens da war die weg maut nur fünf minuten und er hatte dem kommissär den brief übergeben es sollte viel länger werden als er die ersten häuser erreicht traf er auf menschen gebt raum schrie er dann aber musste er im schritt fahren und als er den eingang der straße erreicht die er passieren musste ging es nicht weiter ein dichter menschen knäuel erfüllte sie die ganze bewohnerschaft des städtchens stand da festgekeilt christen und juden männer und weiber und drängte bald vor und bald zurück aber kein lauter schrei war hörbar sie flüsterten nur und selbst als der kutscher vorwärts wollte mahnten sie ihn halblaut ab siehst du nicht ein begräbnis der mann fügte sich da rein und drängte den wagen dicht an die mauer des klosters er fragte nicht wem es gelte was ging's ihm an und das war vielleicht gut für ihn und gut dass er nicht die livree seines herrn trug des grafen agnor baranowski es waren die ärmsten die sich hier versammelt und des zuges hatten um sich ihm anzureihen knechte tagelöhner und bettler hohes volk welches sonst seine tage dumpf und stumpf dahin schleppte von keiner freude belebt keinem schmerz betroffen es sei denn der sorge für das eigene armselige dasein dieser tote musste ihnen viel gewesen sein mit erregten minen standen sie da wollte einer eine laute frage tun oder ungestüm vorwärts drängen so wiesen ihm die anderen zur ruhe und unter den jüdischen männern war keiner der nicht einen einschnitt in sein gewand getan sonst wird dies zeichen der trauer nur für verwandte getragen dieser tote schien allen verwandt nur wenn eines der weiber aufschluchzte ging ein flüstern durch die menge und nicht bloß der schmerz auch die empörung schien in den gemütern zu walten auch ein dumpfer fluch war zuweilen hörbar und lief von mund zu mund vom trauerhause her klang schreien und weinen es ist seine schwester aus tarnopul mit ihren kindern murmelten die leute der sohn ist ja noch nicht da dann hob sich ein dumpfer ton in den lüften schwoll an und verschwamm das kurze gebet welches die mitglieder der begräbnis brüderschaft sprachen ehe sie ins haus tragen die leiche zu holen gibt raum ging es nun durch die reihen die leute drängten enger zusammen und ließen die mitte der straße frei einige kletterten auf den wagen des grafen der kutscher wehrte es ihnen nicht er sprang vom bock herab und machte sich mit den pferden zu schaffen er war ja nur ein armer roher knecht und als er in jener nacht vor vier wochen seinen herrn und das juden mädchen in das schlösschen am rande der karpaten geführt da war seine schuld daran nicht größer als jene der pferde die er lenkte dennoch war es ihm peinlich so vor alle augen auf dem erhöhten sitz zu bleiben nun wusste er wen sie vorbeitragen würden aber ehe dies geschah sollte noch ein anderes ereignis die gemüter erschüttern vom eingang der straße her klang plötzlich ein gellender schrei dann wildes lärmen und rufen raffael schrien die leute auf der sohn ist gekommen bis an das trauerhaus drangen die worte ein neues gebet das von dort her hörbar geworden brach kurz ab die ordnung war gelöst stürmisch strengte die menge vor der wegmau zu da keilte sie sich wieder fest alle fragten ob es wahr sei und wo er geblieben niemand wußte antwort endlich gab einer der ordner den vordersten bescheid und die gaben ihn weiter raffael habe vom mautner erfahren dass er zu spät gekommen und sei ohnmächtig zusammengesunden doch habe er sich rasch erholt und sei nun von der hofseite ins haus gebracht worden vom vater abschied zu nehmen zurück der zug beginnt bald sie gehorchten und formierten sich wieder zum spalieren aber der zorn und schmerz äußerte sich nun lauter als früher gellend klang der klageruf der weiber die männer ballten die faust und fluchten jutet und dem grafen tiefer zog der fetgo die kapuze ins gesicht und dabei wissen sie noch nicht dachte er was heute morgen drüben geschehen ist wahrlich er hätte mit seinem gräflichen herrn nicht tauschen mögen einige minuten später schien drüben das letzte wiedersehen vorbei wieder begann das gebet dumpf und feierlich halten die kehllaute des hebräischen spruches durch die trüben lüfte dann ordnete sich der zug voran die knaben der gemeinde an der spitze fünfjährige kinder alle im langen schwarzen gewand von den lehrern geleitet paarweise zogen sie dahin schweigend bis sie auf ein zeichen mit hellen stimmchen ein gebet anstimmten ganz kurz als hätten die hundert kinderkählen plötzlich einen schrei des schmerzes gefunden aber es war nur ein spruch für den frieden des toten amen amen halte das dumpfe echo aus den reihen die sie durchzogen dann kamen die jünglinge endlich die männer auch sie in ihrem besten gewand dem kaftan von tuch oder seite und jeder hatte es auf der brust aufgeschlitzt dass man den riss weithin sah einige beteten leise die meisten zogen mit düsterem antritts tief gesenkten hauptes dahin dazwischen klang gellend der ruf der toten wächter rettet die seele indem sie den zuschauern an langen stöcken die klingelbeutel entgegen hielten nun nahte im langen sterbegewande die begräbnis brüderschaft den leib in einen weißen leinwandkittel gehüllt das haupt mit dem weißen beetmantel bedeckt in ihrer mitte auf einem schragen von sechs männern getragen die leiche die füße nach vorn gekehrt nur von einer weißen decke nicht von einem sarg umhüllt dass die umrisse sichtbar waren die frauen schlutzten auf die männer schlugen sich an die brust und murmelten friede friede aber nachdem die andere hälfte der brüderschaft die allein den toten umgeben darf vorbeigezogen und die leidtragenden sichtbar wurden da faßte stärkere bewegung die menge und ein anderer ruf drängte sich auf ihre lippen noch im reisegewand von kot bespritzt schritt raffael einher er musste sich den schnitt in die brustseite des gewandes so gewaltsam beigebracht haben dass er bis auf die haut gegangen denn einige frische blutflecken waren an den rentern sichtbar pfahl aschenpfahl war sein antlitz da sich das schwarze haar doppelt scharf abhob die züge wie versteinend hoch aufgerichtet schritt er dahin die augen starr auf den schragen des toten vaters haupt gerichtet die stütze des urheims der neben ihm ging lehnte er ab nur die tief herabgezogenen mundwinkel die halb geöffneten lippen verrieten welcher schmerz ihn durchtobte nicht wie ein leidtragender wie einer der rache brütet war er anzuschauen der ernste schluchzte zuweilen ein weib aber die männer schwiegen und sahen ihn angehaltenem atems an und als einer rief räche ihn wir helfen dir da scholl es plötzlich von hundert lippen nach als hätten sie alle darauf geharrt erschreckt blickten der stadtarzt und die vorsteher die hinter raphael gingen zurück denn ihnen folgten die christlichen honorationen an ihrer spitze der bürgermeister auch herr von barjassi hatte sich mit seinen offizieren eingefunden der kreiskommissär fehlte langsam schritt der zug in das nebelmeer die triefen der heide hinaus dem guten orte zu wie der jude des ostens den friedhof nennt wer gehen konnte schloss sich an bald hatte fitgo die bahn frei gleichwohl schien es ihm richtig an der hofseite vorzufahren als hätte er ein heimliches geschäft welches selbst dies trübe tageslicht nicht vertrug die treppentür zum ersten stockwerk war verriegelt als der kutscher daran pochte trat einer der beiden husaren die scheinbar müßig im flur auf und ab gegangen heran und fragte nach seinen wünschen nachdem er bescheid getan klopfte der soldat zweimal an die tür wieder war es ein husar der öffnete endlich kam auch die köchin des kommissärs zum vorschein unser herr ist vor angst krank flüsterte sie dem fitgo zu er fürchtet sich vor den juden darum haben wir auch die einquartierung dich wird er wohl vorlassen in der tat durfte der kutscher nach einigen minuten eintreten der kommissär saß im lehnstuhl er sah übel aus aber noch blasser und erregter wurde sein gesicht als er den dargereichten brief überflog er enthielt nur zwei zeilen es ist ein unglück geschehen ich bin ratlos kommen sie augenblicklich und bringen sie den stadtarzt mit er schnellte empor was ist geschehen fragte er bebend wenn es nicht im briefe steht begann fitgo zögernd und verstummte wieder aber so spricht doch ich soll nach borki kommen den arzt mitbringen mir kann es also kein geheimnis bleiben die jüdin scheint krank zu sein der kutscher nickte sehr krank sie hat sich wohl ein leid angetan der mann schwieg aber so rede doch wie ist das unglück geschehen der arzt muss ja geeignete mittel mitbringen sie ist in den schlossteich gefallen wann heute in der ersten frühe der herr graf schlief noch wer hat sie gerettet der kastellan und ich es war ein schweres stück arbeit denn sie wehrte sich sehr gegen uns erst als sie besinnungslos war konnten wir sie ans ufer bringen der kommissär ging erregt umher auch das noch stöhnt er für sich hin der skandal war doch wahrhaftig schon groß genug aber was soll ich dabei fuhr er laut fort den arzt könntest du ja selbst holen freilich nicht den stadtarzt unsinn der ist ja selbst ein jude und das einzige gute ist noch dass sie vorläufig den ort nicht kennen ich werde dir eine zeile an den regimentsarzt in oskovga mitgeben er trat an den schreibtisch und setzte die feder an aber nach wenigen schritten hielt er inne höre fitko sagte er das ist doch rätselhaft gestern mittag ist der jude gestorben heute morgen ist drüben das unglück geschehen wer zum hänker hat es dem mädchen so rasch gemeldet niemand her erwiderte der kutscher es ist kein fremder im schlösschen gewesen das weiß ich noch nicht aber welchen anderen grund könnte sie haben überspanntes frauenzimmer lebt da in tausend freuden mit ihren geliebt mitten im worte brach er ab dieser rotenische tölbe da klotzte ihn so sonderbar an schlimm dachte er sehr schlimm dann wiederhol sie's auch und das darf nicht sein noch dieser skandal und ich bin verloren fort müssen sie beide fort er erhob sich vom schreibtisch ich fahre mit dir er trat ans fenster und lugte auf die gasse hinab sie lag völlig verödet wo hält der wagen an der hofpforte sehr gut da können wir unbeachtet nach roskowka kommen diese dummen juden haben mir nämlich gestern abend drohen lassen er ließ den kutscher ins vorzimmer treten und kleidete sich eilig an frau anna kam hinzu er teilte ihr den zweck seiner fahrt mit die beiden gatten wechselten kurze aber kräftige abschieds worte sie fasste seine tätigkeit in der sache in ein einziges wort zusammen und wünschte dass er auf der fahrt den verdienten lohn dafür finden möge er dankte mit einem hinweis auf den prior und den rittmeister dann schritt er die treppe hinab und warf als er vorbei musste einen scheuen blick nach der weit geöffneten tür des sterbezimmers die fenster waren verhangen die spiegel gegen die wand gekehrt in einem winkel des halbdunklen gemachs brannte eine öllampe das seelenlicht und über die dielen lief ein leises knistern als atmeten sie von der unheimlichen last befreit auf den beamten überflog ein schauer hastig durcheilte er den hofrahmen und bestieg den wagen einer der husaren nahm auf dem kutschbock platz und fort ging's durch das öde gästchen und dann den fluss entlang nach dem vorort woskowka wo die husarenkaserne lag und der regimentsarzt seinen wohnsitz hatte er war daheim und erklärte sich zur fahrt bereit auch das versprechen der verschwiegenheit leistete er willig als ihm aber nun der kommissär sagte wer seiner hilfe bedürfe und ihn bat etwaige hilfsmittel gleich mitzunehmen schien der alte derbe herr mit den wetterharten zügen tief erschüttert die tochter des trachtenberg fragte er und es zuckte um den borstigen weißen schnurrbart gestern bin ich am totenbett des vaters gestanden heute die tochter in welchem glück und frieden haben diese menschen noch vor zwei monaten gelebt o herr kommissär da ist ein furchtbarer frevel geschehen darüber ließ sie sich viel sagen werde der beamte ab indem er dem arzt das nötige verpacken half erst als sie im wagen saßen er hatte zwar den husaren verabschiedet aber dem kutscher den auftrag gegeben um das städtchen zu fahren so dass sie dem heimkehrenden zuge keinesfalls begegnen konnten teilte er dem arzte seine auffassung der sache mit sie sehen schloss er wie unrecht mir der pöbel tut aber auch der graf ist nicht so schuldig wie es scheint die wendung zum unglück hat doch eigentlich erst der fanatismus des alten bewirkt lieber will ich mein kind als leiche sehen denn als gräfin baranowska das waren seine worte auf ehre sonst hätte agenor nicht zur gewalt gegriffen desto besser sagte der arzt dann kann er sie jetzt heiraten der tote kann keinen einspruch mehr erheben hm der kommissar reuss würde sich verlegen eine antwort wusste er nicht aber der gedanke wühlte in ihm fort das war immerhin ein ausweg er gönnte zwar den juden den triumph nicht aber wenn es der graf tat dann kam es jedenfalls zu der peinlichen untersuchung nicht doch daran war ja nicht zu denken in allem übrigen mochte der junge mann wie wachs sein in diesem einen war er eisern seine ahnen das alte reine blut das war ja seine fixe idee wie hatte er es einmal ausgedrückt nur wenn ich zwischen einer jüdin und dem zuchthaus zu wählen hätte erst dann würde ich erwägen durch welches von beiden ich meinen vätern im grabe die größere schmach antue aber wenn er keine trauung wollte und dies doch das einzige mittel war judith am leben zu erhalten und weiteren skandal zu vermeiden der beamte schloss unwillkürlich die augen er war ein harter gewissenloser mensch und sein ganzes leben eine einzige große lüge aber vor dem gedanken der ihnen nun überkommen graute ihm im ersten augenblicke selbst und er suchte ihn abzuschütteln es wäre zu schlecht und auch zu gefährlich er bot dem arzt eine zigarre an und begann ein gespräch über das hässliche wetter in der tat war es eine schlimme fahrt auf den grundlosen wegen durch die graue triefende öde das gespräch stockte bald zu gefährlich da setzte der gedanke wieder ein aber das doch eigentlich nicht die beteiligten schwiegen gewiss und außer landes musste das paar ohnehin auf ein zwei jahre dann war auch judith ruhiger und wenn man es ihr vernünftig in guter manier beibrachte du lieber gott unversorgt sollte sie ja nicht bleiben und der lump fand sich sicherlich auch bereit und war leicht zu finden nach russland war er trotz seiner schwüre gewiss noch nicht gegangen wenn also der graf wollte so war das im grunde der beste ausweg und nun war er so weit sich den plan behaglich in allen einzelheiten auszumalen ihn erfüllte dabei eine seltsame empfindung im tiefsten herzen graute es ihm doch für sich selbst und gleichzeitig empfand er einen wolllustigen kitzel darüber welch erfinderischer kopf er sei und etwas davon war ihm wohl vom gesichte abzulesen was stimmt sie so heiter fragte der arzt und blickte ihn befremdet an der kommissär fuhr zusammen ich dachte woran dachte ich nur hm ich glaube es wird noch alles gut was das mädchen betrifft so vertraue ich ihrer kunst es wäre doch traurig wenn das schöne geschöpf so elend zugrunde ginge traurig war die antwort und für sie sehr unangenehm für mich aber liebster doktor sie glauben doch nicht dass wir uns für der anklage fürchten die der alte beim gubernium hat einreichen lassen dem grafen kann wenig mir nichts geschehen mein gott wir leben ja in einem rechtsstaat das gubernium wird sicherlich nach pflicht und ordnung handeln und die schrift der ersten instanz zur untersuchung überweisen das sind sie selbst nicht ich sondern das jesige kreiskommissariat das ist ein unterschied aber da sieht man wieder einmal vorher und nun elegisch fort welch ein rachgieriges volk diese juden sind statt seinen frieden mit gott zu machen benutzt dieser kreis die letzte frist die ihm noch gegönnt ist zu einer tat der vergeltung an jenen die er für seine feinde hält obwohl sie wahrhaft christlich an ihm gehandelt fiel der arzt ein und wieder zuckt es um den weißen schnurbart aber ich glaube der fall liegt hier anders nathaniel trachtenberg wäre schon viel früher gestorben wenn er nicht nach seinem gewissen noch dies letzte auf erden zu verrichten gehabt hätte das ist auch die überzeugung meines kollegen des stadtarztes staunend ja erschüttert haben wir zugesehen wie der eiserne wille denn siechen leib erhielt ich bin ja mein kollege war über land gefahren an jenem morgen nach der flucht seiner tochter der erste arzt gewesen der ihm hilfe geleistet er hatte sich nachdem ihm die alte dienerin gemeldet dass ihr klopfen an des mädchens tür vergeblich bleibe erhoben war zur tür geeilt und hatte die eichenbohlen durch die wucht seines leibes eingedrückt als wären sie dann lasse er wohl das zettelchen welche sie auf dem tische hinterlassen und stürzte zusammen hirnschlag linksseitige lähmung unbedingt tödlich als ich eine stunde später an seinem lager trat ihn zur ader ließ alles sonstige veranlasste tat ich mit dem traurigen bewusst sein du willst einen sterbenden den abend erlebt er nicht er blickte mich forschend an und leilte mit gelähmter zunge eine frage ich verstand ihn nicht da schrieb er es auf wie viel zeit ich wollte lügen und konnte nicht da ich ihn ansah ich erwiderte das stehe in gottes hand da schrieb er wieder erbarmen noch drei wochen und den blick den er dabei auf mich richtete diesen blick werde ich nie vergessen die ältesten der gemeinde hatten sich bei ihm eingefunden denen begann er nun seine wünsche aufzuschreiben und sie gehorchten auf den wink ein eilbote nach dem anderen wurde abgefertigt an seine verwandten den notar den advokaten dr rosenberg in lemberg ich werde ab aber als ich zusah wie sein auge dabei immer klarer die schrift deutlicher wurde ward mir ganz seltsam zumute und ich ließ es geschehen nun war noch die größte schwierigkeit zu lösen er sehnte sich nach dem sohn in heidelberg und sie rechneten aus dass er auf eine briefliche nachricht hin nicht vor fünf wochen daheim sein könne aber da fand sich binnen zehn minuten ein junger mensch der als kurier hinreisen wollte tag und nacht sehen sie herr kommissär diese juden es lässt sich ja mit recht auch viel gegen sie sagen aber es ist doch ein großer respekt in ihnen vor den sterbenden den toten leider nur ein allzu großer rief herr von roblewski ich will auf den alten keinen stein werfen der hass hat ihn verblendet aber wie kommen diese sonst so klugen leute dazu sich von ihm gegen mich in solcher weise aufwiegeln zu lassen es ist ja zu ihrem eigenen verderben ich weiß ganz genau dass der jüdische federfuchse aus lemberg der rosenberg der grebenste rabulist in galizien eine förmliche anklageschrift gegen mich aufgenommen hat und dieselben menschen die sonst vor meinem blick kaum zu atmen wagen drängten sich heran und unterschrieben natürlich lügen lauter lügen auf ehre ein christ herr doktor das müssen sie zugeben hätte seinen letzten atem nicht an eine rachetat gewendet der arzt zuckte die achseln vielleicht war es doch nicht die rach dir allein dient riet mein kollege und ich wir sahen natürlich diese aufregenden tagelangen verhörer am bette des gelähmten höchst ungern und stemmten uns dagegen aber da antwortete er uns der alte herr hielt inne nun fragte der kommissär lächelnd wer ein so gutes gewissen hat wie ich kann alles hören seine antwort lautete diese pflicht hält mich noch am leben es schreit gegen gott dass ein solcher mensch richter ist und ich will nicht vor gottes thron treten eh ich das meine getan die erde von ihm zu reinigen pardon herr von roblewski der beamte war doch etwas bleich geworden oh bitte geniert mich wenig es ist ja zu ungerecht zu töricht der graf entführt ihm die tochter und mich will er dafür strafen wenn es ihnen gar so sehr schmerzte so hätte er seine letzte kraft darauf wenden sollen sie zurück zu bekommen die juden sind ein so schlaues volk da hätten sie ja wohl den schlupfwinkel des grafen erkunden können schloss borki fragte der arzt das wusste nathaniel und die vorsteher schon am abend nach der flucht es war überflüssige vorsicht von ihnen mich zum schweigen zu verpflichten noch mehr es fand sich eine handvoll männer welche die judith mit gewalt holen wollten damit sie vor der gemeinde gerichtet werden können nathaniel verhinderte es nein entschied er vielleicht muss einer dabei sein leben lassen oder die gerichte strafen ihn dann hart um einer verworfenen willen soll kein braver in gefahr kommen und wozu sie richten das wird gott tun mir und euch ist sie eine tote aber im verborgensten winkel seines herzens muss doch noch eine empfindung für die unglückliche gewesen sein er sträubte sich lange gegen die furchtbare zeremonie welche in solchen fällen die ja allerdings sehr selten sind üblich ist in der hiesigen gemeinde soll ja seit zweihundert jahren kein mädchen ihren eltern mit einem christen entlaufen sein und als er sich endlich da rein fand da stellte er eine bedingung welche sicherlich keinem anderen bewilligt worden wäre ihm ihren führer ihrem vater konnten sie es nicht weigern ich verstehe nicht welche zeremonie das begräbnis was rief der kommissär erstaunt sie haben die judith begraben er wollte auflachen aber ein blick in die züge seines nachbarn ließ ihn verstummen es war so schauerlich ich werde es nie vergessen weil uns die gemeinde darum anflehte hatten es mein kollege und ich in den letzten tagen so eingerichtet daß einer von uns immer um ihn war wir lösten uns von sechs zu sechs stunden ab aber dass wir das entfliehende leben nicht mehr zurückhalten konnten wüssten wir nur zu gut nachdem der advokat abgereist war eine erschlaffung über ihn gekommen ein neuer schlaganfall trat nicht ein doch das bisschen lebenskraft war aufgezehrt wie im schlummer lag er da und stammelte nur noch zuweilen den namen seines sohnes hätte er sich nicht so sehr nach ihm gesehen er wäre vielleicht schon früher gestorben als ich nun vorgestern abend gegen die elfte stunde die wache antrat flüsterte mir mein kollege zu es geht zu ende bleiben sie bei ihm und fragen sie nicht was immer sich heute nacht begeben mag kurz darauf traten die vorsteher in die stube mit ihnen der rabbi alle den beetmantel um die schultern und neigten sich vor ihm und der rabbi fragte ob es nun geschehen dürfe er nickte da öffneten sie die türe und hereintraten zwölf männer der begräbnis brüderschaft alle in die weißen sterbekittel gehüllt und in ihrer mitte trugen sie eine seltsame last es war ein schöner großer voll blühender rosenstrauch an dessen wurzeln noch die feuchte erding weiß gott woher sie ihn hatten vielleicht aus dem glashaus des grafen agenor sie trugen den strauch an das lager heran und nathaniel streckte die hand aus und rührte an die krone seine lippen bewegten sich es mochte ein segensspruch sein ein abschiedsgruß und während dies geschah verhüllten die anderen ihr antlitz mit dem beetmantel und einige schluchzten laut dann trugen sie den strauch in die mitte der stupe der rabbi trat vor finsterer habe ich noch nie eines menschen gesicht gesehen und streckte die hand über ihn und sprach laut und hart einige worte wohl einen fluch dann fasste er den strauch mit beiden händen und zerbrach ihn und warf die stücke vor sich nieder und einer nach dem anderen traten nun die männer heran fassten eine blüte und zerstreuten die blätter bis der strauch ganz schmucklos und geknickt war ich war an das kopfende des lagers getreten der greis hielt die augen geschlossen aber er mochte wohl wissen was vorging ein leises stöhnen brach aus seinen lippen und die tränen flossen ihm über die wangen und so blieb er als die männer ein öl lämmchen herein brachten und es als seelenlicht für jene anzündeten die von nun ab dem vater und der gemeinde für immer eine tote war als sie ihm mit einem messerchen an seinem hemde jenen einschnitt machten welcher den riß in das leben des leidtragenden verdeutlichen soll endlich brachten sie den straken herein legten den strauch darauf und alle blätter die sie sorglich aufsammelten breiteten die weiße decke darüber und gingen ab die vorsteher folgten und ich war wieder allein mit nathaniel wohl zwei stunden lang und hielt seine hand in der meinen sprechen konnte ich nicht da kehrten der rabbi und die vorsteher wieder und der rabbi trat ans lager es ist vollbracht sagte er und weil du ein gerechter warst alle tage deines lebens die der ewige verlängern möge haben wir nach deinem willen gehandelt deiner tochter grab ist zwischen dem deines weibes sie ruhe in frieden und jenem daß du dir selber gesichert und wenn einst der herr sie vor gericht ruft und sie stirbt in unserem glauben so soll ihr dies grab offen stehen wir schwören es dir nathaniel nickte seine atemzüge wurden ruhiger immer ruhiger und stiller aber es hat doch noch etwa zehn stunden gewährt bis er gestern mittag entschlummert ist der arzt holte tief atem bitte nicht jetzt sagte er heftig als der kommissär sprechen wollte wenn ich an das leere grab denke und jene zu der ich soll er riss das fenster auf und beugte sich weit vor wie um leichter zu atmen bis ihm der regen die heiße stirn überflutete ein sentimentaler mensch dachte der kommissär merkwürdig die meisten menschen sind sentimental zu sprechen wagte er nicht so fuhren sie langsam dahin die dämmerung war der nacht gewichen da sie sich nun den bergen näherten und der bodenanstieg schleppten die ermüdeten pferde den wagen nur im schritt durch den schlamm empor endlich hielt er ganz was gibt's rief der kommissär und beugte sich aus dem fenster ich weiß nicht erwiderte fettkuh uns entgegen kommen zwei reiter mit fackeln und hinter ihnen ein wagen ich muß anhalten damit wir auf dem schmalen wege aneinander vorbei können es waren gräfliche dienen im wagen saß der kastellan er trat an den schlag endlich herr kommissär haben sie den arzt mit der herr graf ist außer sich und sandte mich aus nach ihnen zu suchen ist eine verschlimmerung eingetreten fragte der arzt ich weiß nicht erwiderte der kastellan bekümmert es war von anbeginn schlimm genug das heftigste fieber zwei mägde vermögen die ärmste kaum auf dem lager zu erhalten wenn die herren in meinen wagen übersteigen wollten die pferde sind minder ermüdet da könnten wir in einer halben stunde im schlosse sein schloss burki war ursprünglich nur ein jagdhaus der waronowski gewesen erst das jüngst verstorbene haupt des geschlechts ein menschenscheuer unbeweibter sonderling hatte das kleine bauwerk zum wohnhaus erweitert auf einer der ersten sanften höhen des waldgebirges gelegen wurde es einen weiten blick in die ebene hinein die aussicht war im grunde sein einziger schmuck auch der garten war groß aber reizlos der teich an dessen ufern heute jenes verzweifelte ringen stattgefunden war künstlich in das plateau hinter dem hause eingegraben als sie das haus erreicht und den flur betraten kam ihnen der graf entgegengestürzt doktor reiser rief er und fasste die hand des arztes kommen sie er führte ihnen die treppe empor und durch eine flucht von zimmern bis sie in der krankenstube standen da ruhte judith das hagere antlitz todengleich die stirn von schweiß bedeckt daß das goldrote haar in wirren strähnen an den schläfen klebte die augen waren geschlossen die glieder biebten im fieberfrost zwei wärterinnen der bemägte mit stumpfen gesichtern kauerten am fußende des lagers sie schläft flüsterte der graf der arzt schüttelte den kopf trat leise heran und blickte auf die abgezehrten ablichenen züge des jungen weibes welches er wenige wochen zuvor als blühende schönheit gekannt sein herz krampfte sich zusammen er musste jenes rosenstraffs gedenken sie schlug die augen auf der irreschein des fiebers glomm in ihnen argenur murmelte sie er eilte herbei und beugte sich zärtlich über sie hier bin ich was befiehlst du argenur schrie sie auf erbarme dich lass mich sterben sie suchte sich empor zu raffen er drückte sie sanft in die kissen nieder erbarmen wiederholte sie wimmernd unter heftigen sträuben du musst doch selbst einsehen dass ich so nicht länger leben kann ich will dir nicht fluchen ich will dich segnen aber du musst mich sterben lassen da ist schon der teich wieder musste der graf sie niederhalten bis der paroxismus vorbei war das geht nun seit vierzehn stunden flüsterte er dem arzte zu nur daß frost und glut wechseln aber sie wird nicht müde dieselben worte zu rufen es ist herzzerreißend ja es ist herzzerreißend erwiderte dieser ebenso leise aber die worte waren kalt und scharf wie ein deutschstich wieder trat er dicht ans lager heran mit ausnahme einige konditionen an den händen und eines schnittes über die rechte wange der wohl von dem scharfen blatte einer sumpflilie herrührte waren keine verletzungen an ihr zu sehen er versuchte die temperatur zu messen und fühlte nach dem puls sie schlug bei der berührung die lider auf und starrte ihn an dr reiser schrie sie plötzlich auf sie sind gut lassen sie mich zum teich sie sind ja ein freund meines vaters ich muß meinem vater die schande ersparen der arzt deckte sie sorglich zu dann schritt er hinaus ins nebenzimmer agenur folgte ihm was sagen sie fragte er angstvoll der arzt hat da nicht viel zu sagen erwiderte der alte hat barsch die äußeren verletzungen sind nicht nennenswert eine entzündung der lungen oder des gehirns scheint nicht im anzug das fieber ist heftig aber nicht übermäßig und durch den vorfall am morgen durchaus erklärlich wäre sie im gemüt ruhig und nur etwa durch einen zufall ins wasser gekommen so könnte sie übermorgen das bett verlassen so aber fragte der graf angstvoll wird's ein schlechtes ende nehmen beschwören kann ich's nicht aber es ist meine überzeugung ich hoffe sie wird morgen bei klarem bewusstsein sein aber was soll das nützen ist ihre todessehnsucht nur eine ausgeburt des fiebers sie wird morgen weder sie noch mich bin sie sterben zu lassen sondern selbst danach trachten agenur rang die hände ich will ja alles aufbieten sie zu beruhigen sie sieht nur alles schwarz vielleicht gelingt es mir sie davon zu überzeugen ich will sie ja nicht verlassen ihrem schicksal preis geben niemals und wenn ich sie auf das sorgfältigste überwache und überwachen lasse der arzt schüttelte das haupt nichts da sagt der hart ob und wie sie das arme ding beruhigen können ist ihre sache aber mit dem überwachen bleiben sie mir vom leibe da habe ich meine erfahrungen und wenn es gelänge so wäre der erfolg nur eben ein unterschied der todesart dann stirbt sie eben nicht im teich sondern am zerfieber in ihrem bett gebrochenes herz unsinn das gibt's nicht das steht nur in romanen aber zerfieber lieber das gibt's ich habe die judith vor etwa sechs wochen gesehen und heute wieder ich muss ihnen sagen sie ist auf dem weg dazu für mein gewissen wäre dieser unterschied der todesart nicht sehr beträchtlich wie sie es auffassen wollen muss ich ihnen überlassen er trat an seinen medikamentenkasten und begann einen trank zu mischen der graf seufzte tief auf herr regimentsarzt sagte er sie beurteilen mich sehr hart und ein mann wie sie kennt doch das leben sie wissen wie selten solche affären tragisch ausgehen ich schwöre ihnen ich fasse meine verpflichtungen gegen judith sehr ernst auf aber eine heirat wäre moralischer selbstmord das müssen sie einsehen der arzt wandte sich je herum und kehrte ihm sein antlitz zu es war sehr finster sehe ich auch ein sagt er nicht aber darf man einen physischen mord begehen um sich den moralischen selbstmord zu ersparen der junge mann wich einen schritt zurück was soll ich tun stöhnte er dr reiser zuckte die achseln wählen sagte er wählen was ihnen leicht erscheint überlegen sie sich die sache sie sehen übel aus schlafen sie für diese nacht übernehme ich alle bürgschaft gute nacht herr graf er ging in die krankenstube agenur starrte ihm lange nach dann seufzte er tief auf ging in sein schlafzimmer und warf sich dort im dunkeln auf einen ruhsitz nieder so saß er wohl eine stunde und zermarterte sein herrn mord oder selbstmord gab es wirklich kein drittes ein klopfen an der tür ließ ihn emporfahren es war der kastellan herr von wroblewski läßt fragen ob sie ihn heute noch sprechen wollen sonst ginge er schlafen an diesen mann hatte er an seinem jammer gar nichts gedacht ein schurkel der ihm bisher zum schlimmen geraten aber doch sein einziger vertrauter in dieser sache so hatte er auch heute morgens in seiner hilflosigkeit zuerst an ihn gedacht ich komme rief er hastig er traf seinen gast im speisezimmer des erdgeschosses das vorgesetzte mal hatte er verzehrt nun lag er bei wein und zigarre behaglich im lehnstuhl ausgestreckt verzeihen sie begann der graf bitte bitte sie haben jetzt schwere sorgen ich ließ nur fragen weil ich wirklich ihr freund bin sehen sie es ist mir auf ehre nicht leicht gefallen amt und familie im stiche zu lassen nun aber kopf auf graf erzählen sie ich danke ihnen was sich heute morgens hier begeben hat weiß ich fiel der beamt ein verstehe es aber doch nicht ganz verzeihung graf es soll kein vorwurf sein aber sie scheinen nicht ganz vorsichtig gehandelt zu haben als sie mir bei unserer unterredung am abend vor der entführung andeuteten das mädchen werde es vielleicht tragisch nehmen und ihr gewissen gestatte es ihnen daher nicht und so weiter was erwiderte ich da ihr gewissen das ist ihre sache überlegen sie es nun dachte ich der graf kennt die judith genauer als ich und weiß besser wie er mit ihr steht entweder findet er seine bedenken nicht gerechtfertigt und dann tut er es oder sie scheinen ihm nach genauer erwägung begründet und dann hole ich mir eben aus freundschaft am offenen fenster vergeblich einen schnupfen sie kamen ihr gewissen war also ruhig und das musste auch mir genügen und so sprechen sie zu mir rief der graf dem beamten schien es richtig den sinn des schmerzvollen empörten ausrufs miß zu verstehen natürlich sagte er harmlos wer sonst als ich ihr einziger wahrer freund nun es soll ja kein vorwurf sein sagte ich schon sie haben sich damals eben geirrt aber dann mußten sie doch später ihres irrtums inne werden und dem mädchen seine illusionen vorsichtig rauben vorsichtig zart fühlend es hat alles seine form und auf die form kommt es an und zu einer so brutalen geschichte wie diesem kampf im wasser durften sie es schon gar nicht kommen lassen sie haben ja heute wärterinnen aufgetrieben warum nicht bereits gestern lassen wir das sagte der graf ob sie in dieser sache mein gewissen wachgerüttelt haben ob sie nur immer taten was ich wollte schweigen wir darüber meine schuld mindert ihr verhalten nicht wenigstens nicht vor meinem gewissen ich habe schlecht hässlich erbarmungslos gehandelt ob auch unvorsichtig möglich die ersten tage und wochen wir lebten beide wie im rausch dahin ich dachte an nichts in der welt als an sie und nicht an die nächste stunde und ihr ging es wohl ebenso dann kam das erwachen sie fragte sie drängte dass ich ihr die ehe verweigern könnte fiel ihr gar nicht bei sie wunderte sich nur warum der priester gar nicht komme sie zur christin zu machen und dann mit mir zu trauen diese tage wo ich sie zu täuschen ihr die gedanken wegzuküssen versuchte wo ich heuchelte und log glauben sie mir einen teil meiner schuld habe ich schon abgebüßt und obendrein war es nutzlos gestern blieb sie des vormittags lange auf ihrem zimmer und als sie endlich vor mich hintrat da las ich sie ihr vom gesicht ab sie glaubt dir nicht mehr und da sie mich dennoch anscheinend ruhig anhörte als ich nun beichtete und immer nickte auch bei meinem schwur sie nie zu verlassen so glaubt ich schon einige tage und sie wird darüber hinweg kommen darum ließ ich sie auch auf ihren befehl allein am abend verlangte sie mich zu sprechen ich erschrak als ich sie wieder sah welcher grenzenlose jammer und dabei keine träne sie flehte und beschwor mach mich zu deinem weibe drei tage will ich sein dann gebe ich mir selbst den tod und du bist wieder frei es war furchtbar er verstummte kopf auf mahnte der kommissär sie suchten sie natürlich zu beruhigen der graf schüttelte den kopf ich sagte ihr mit dir sterben kann ich zu meinem weibe kann ich dich nicht machen willst du so ist dies für uns beide die letzte stunde und lehnst du dies ab und gibst dir selbst den tod so sterbe ich dir nach ich habe es ernst gemeint ich zweifle nicht und dann ließen sie sie allein ich wachte bis zum morgengrauen an ihrem lager sie lag regungslos ich glaubte sie eingeschlafen und da kämpfte auch ich nicht länger gegen die müdigkeit erst das rufen der diener im hofe ließ mich empor fahren der fedko hatte sie bemerkt und war ihr gefolgt so blieb das unglück verhütet hoffen wir zu gott für immer sagte der beamte salbungsvoll was meint der arzt der graf berichtete es es ist entsetzlich stöhnte er und rang die hände hm und da weiß ich noch nicht daß der vater tot ist tot rief agenur und fuhr empor gleichmütig erzählte der kommissär die näheren umstände das brauchen wir aber zunächst gar nicht in rechnung zu ziehen sie muß es ja nicht erfahren wenn sie zum beispiel eine längere reise mit ihr antreten nach italien nach paris aber in der hauptsache wird das nichts nützen sehr fieber selbstmord es läuft einem ordentlich kalt über den rücken das heißt wenn wir dem doktor glauben aber müssen wir ihm glauben er ist nämlich will ich ihnen sagen ein sentimentaler mensch ein philanthrop seine mine wurde immer verächtlicher vielleicht sogar ein judenfreund ich glaube ihm sagte der graf und hätten sie die armste gesehen sie würden gleichfalls nicht zweifeln schlimm aber da heißt es nun vernünftig erwägen was sie ihr da gestern sagten war verzeihen sie blanker unsinn so mag ein ladendiener handeln wenn er seine nähterin nicht heiraten kann ein baranowski hat pflichten und was hätten sie das mädchen die welt davon wenn sie zusammen stürmen es bleiben also nur zwei möglichkeiten entweder sie lassen den dingen ihren lauf nein nein schrie der graf aus nun sie brauchen das nicht so empört zu rufen ein barbar bin ich auch nicht ich meinte nur wenn sie die reise nach dem süden sofort antreten einen arzt mitnehmen sie sorglich überwachen aber freilich wenn sie deshalb doch an eine katastrophe glauben so wollen wir darüber nicht weiterreden nein darüber nicht nun dann haben wir überhaupt nichts mehr zu besprechen denn den weg zum nächsten priester werden sie auch ohne mich finden der graf stand abgewendet und einen ausweg kennen auch sie nicht nein also es tut mir leid aber da es nun sein muss meinen herzlichsten glück er verstummte der graf hatte ihm sein antlitz wieder zugekehrt und dieses antlitz war so totenbleich und düster natürlich murmelte er wo sollt es da einen ausweg geben verzeihen sie ich fragte nur wenn man vor solchen wege steht so will ich es denn tun bitte ordnen sie die sache mit dem nächsten pfarrer es kann schon morgen geschehen herr von roblewski blickte ihn scharf an ein grauen wollte ihn übermannen und nach der trauung werden sie sich töten der graf schwieg er wird es tun dachte der kommissär gewiss oder höchstwahrscheinlich und das darf nicht sein jetzt wo die juden rebellisch geworden sind ist er meine einzige hilfsquelle und ist es nicht auch menschenpflicht ihn zu retten hm lieber graf sagte er ich bin doch auch kein judenfreund aber so groß dass sie sie nicht überleben könnten ist die schande doch eigentlich nicht agenur schüttelte das haupt mit der vernunft entscheiden sich solche dinge schlecht mein stolz auf unser geschlecht unseren namen unser blut das war nun einmal das rückgrat meines lebens so hat es mich mein vater gelehrt daran habe ich festgehalten mit ganzer kraft mit ganzer seele mit zerbrochenem rückgrat ein elender krüppel kann ich nicht weiterleben das ist alles das ist alles wiederholte der kommissär ganz mechanisch er hatte lange gezögert mit seinem mittel zu kommen nun musste es sein er räusperte sich hören sie freund das bleibt ihnen noch immer aber wenn ich nun sie erzählten vorhin der arzt habe der jüdin künstlichen schlaf für diese nacht geschaffen wenn wir nun ein solches mittel für ihre seele fänden welches für ein jahr wirkt zwei drei jahre solange sie irgend wollen es lege nur in ihrer hand wann sie sie wecken wollten was meinen sie wie gesagt in ihrer hand natürlich täten sie es nicht eher als bis sie wüssten dass sie es ruhiger aufnimmt als heute und das wird ja dann zweifelsohne der fall sein die erste glut vorbei sie denkt ihre pflichten ein kind oder mehrere wollen versorgt sein freilich außer landes müssten sie sofort mit ihr sprechen sie ich meinte nur so es ging mir eben durch den kopf und aus freundschaft für sie sage ich es entscheiden müssen sie selbst der arme teufel wird es gern für sie tun ihre hilfe hat ihn ja gerettet und schweigen wird er in eigenem interesse wer sie erinnern sich doch der geschichte mit ihrem pächter dem afanasiewicz jener ignaz trudka der graf wich zurück ein zittern überlief seine glieder schweigen sie rief er und streckte wie abwehrend die hand vor verzeihen sie ich meine ja nur aber es ist spät er blickte nach der uhr wahrhaftig mitternacht vorüber es wäre ein verbrechen ja aber mord oder selbstmord sind auch keine schönen sachen überlegen sie sich's bis morgen gute nacht lieber graf rasch ohne zurückzublicken ging er aus dem zimmer und ließ sich von dem diener seine schlafstube zeigen der teufel hole die sentimentalität dachte er aber obgleich er selbst wahrlich kein sentimentaler mensch war wehrte es doch diesmal lange bis er den schlaf fand die sonne stand hoch am himmel als er erwachte die uhr wies auf zehn er machte sich rasch zurecht und klingelte dem diener der herr graf habe wiederholt nach dem herrn kommissär gefragt berichtete dieser der arzt sei abgereist die kranke schlafe noch einige minuten später stand der beamte vor dem haushand agenur sah übel aus wie jählings gealtert kurz stieß er hervor ich will's kurz machen ich willige ein wann kann der mann hier sein haben sie's auch wohl überlegt fragte der beamte keine heuchelei brauste der graf auf es entspricht ihrem wunsch sie sind nun für lebenszeit versorgt und daß der ertrinkende in die schneide des schwertes greifen würde daß sie ihm entgegenhalten wußten sie im vorhinein ihr wagen ist bereits angespannt also welche summe fordern sie zunächst und wann kommen sie mit dem menschen herr von wroblewski konnte sich auch kurz fassen wenn es sein mußte gulden übermorgen der graf schrieb die anweisung an seinen güterdirektor und reichte sie dem kommissär schweigend hin dieser las sie aufmerksam nickte steckte sie ein und ging ohne verbeugung ohne gruß ende von kapitel 6 kapitel 7 von judith trachtenberg von carl emil franzus diese librivox aufnahme ist in der public domain rafael war von dem traurigen gange heimgekehrt wie er ihn angetreten bleich starr und aufrecht es war unter allen bewohnern des städtchens nur eine stimme des mitleids für ihn nun trat die bewunderung hinzu auch jetzt noch achtete er nicht seines schmerzes nicht seiner erschöpfung sondern der not anderer er ließ all die armen denen sein vater ein helfer gewesen zu sich entbieten und sagte ihnen dass sich nur der geber gewandelt nicht die gabe und gegen niemand unter diesem demütigen und beladenen war er dabei freundlicher und barmherziger als gegen jene kreisen welche mit bangerem herzen vor ihn hingetreten als die anderen die miriam gold deren tochter christin geworden zittert nicht miriam sagte er ihr solcher schimpf kann auch unschuldig treffen es war auch sein eigener trost in den ersten stunden rasenden schmerzes dem er sich nun nachdem er die frommen pflichten erfüllt hingeben durfte dann freilich in der nacht während er einsam in einem winkel des sterbezimmers hingekauert die totenwacht hielt und in dem blassen schein des seelenlichts starrte musste er daran denken wie sich alles gefügt und jener mahnungen der er selbst vergeblich an den vater gerichtet waren auch wir nicht ganz ohne schuld nichts tat ihm wehe als dieser zweifel aber er vermochte ihn wieder zu besiegen wenn er sich das unerhörte der schmach zurück rief und welcher sich die schwester befleckt die niedrigste mag des ghettos dachte er knirschend ward ihre ehre und würde lieber sterben als sie preisgeben und sie des besten mannes tochter hat dies vermocht nein sie verdiente seine verachtung und wenn er bangen herzens dem morgen entgegen hatte wo der notar das testament eröffnen sollte so geschah es nur deshalb weil er befürchtete der sterbende könne ihn darin vielleicht zur milde gegen die entartete gemahnt haben die besorgnis war grundlos das dokument nach den wünschen welche nathaniel mit erlahmender hand aufgezeichnet vom notar verfasst erwähnte judith nur soweit es das gesetzgebot es war ihr das pflichtteil am erbe zugewiesen für raffael enthielt es worte des segens seine eigenen entscheidungen war überlassen ob er die fabrik übernehmen oder seine studien fortsetzen wollte nur um eines bat der vater jene aufgabe zu fördern die er dem anwalt rosenberg anvertraut aber auch dabei handelte es sich nur um den kommissär nicht um judith oder den grafen ein solcher mensch darf nicht länger richter sein das war alles raffaels entschluss war rasch gefasst er wolle im lande bleiben erklärte er seinen vormündern seines vaters arbeit fortsetzen und nach seinem vorbild leben nachdem die erste trauerwoche vorüber war übernahm er die leitung der fabrik was ihm an jahren abging schien er durch ernst und eifer ersetzen zu wollen auch für judith hatte das kreisamt einen vormund bestellt den bürgermeister allzu viel mühe machte dies amt dem backeren nicht nachdem er ihr unter adresse des grafen eine abschrift gesendet legte er das geld fruchtbringend an die nächste zeit verging ohne auch nur eine antwort von ihr zu bringen das wunderte niemand man wusste dass sie mit dem grafen irgendwo im ausland verweile wo wusste keiner auch raffael nicht er aber war auch der einzige mensch im städtchen der niemals ihren namen nannte woche um woche verstrich der winter brach ein und begrub heide und städtchen unter der schneelast bald sprachen auch die anderen seltener von der schönen sünderin die ihrem vater das herz gebrochen und nun mit dem galan unter südlichen himmel in tausend freuden lebte ein anderer gesprächsstoff tauchte auf der stürz des kommissärs zuerst flüsterte man sich leise ins ohr dass er nicht mehr so feststehe wie früher dann sprach man lauter davon dass rosenberg eine untersuchung gegen ihn durchgesetzt und endlich kam der februartag wo alt und jung auf der straße war um die kommission einen rat des kreisamts und seinen schreiber einziehen zu sehen alle welt fand dies natürlich es hat ja gar nicht anders kommen können riefen die leute einander zu und jubelten da irrten sie es war ein erfolg der kaum zu erwarten gewesen dass die vorsteher auf raphaels bitte jeden ausbruch der erregung gegen den kommissär verhindert so dass niemand in der gemeinde sich auch nur durch ein unziemliches wort gegen ihn verging war nur der erste schwache schritt zu diesem ziele gewesen auch jene beweise welche der sterbende dann sein sohn gegen den feilen mann gesammelt hatten viel aber nicht alles bewirkt denn wohl waren die räte des lemberger guberniums aufmerksam geworden und lasen diese anklagen eifriger als die früheren aber im kollegium saß ja auch als hochgeschätztes mitglied der zärtliche oheim der frau anna und da dieser versicherte dass alles erlogen sei so wäre ein widerspruch seitens der anderen heran eine arge unhöflichkeit gewesen und die hohen beamten im vormärzlichen österreich waren gegen ihresgleichen immer höflich damals gab auch hosenberg die hoffnung auf und konnte auf raphaels verzweifelten ausruf wie kann eine staatsordnung bestehen wo solches möglich ist nur eben erwidern sie besteht aber auch nur diesen umständen angemessen da erkrankte jener oheim und musste einen längeren urlaub nehmen das allein hätte noch nicht gefurchtet aber die ärzte meinten auch dass er nie wieder ins amt zurückkehren werde und daraufhin kam den herren die überzeugung dass solcher frevel nicht länger wären dürfte die untersuchung wurde angeordnet und damit stand auch ihr ergebnis fest die absetzung und bestrafung des schuldigen denn ein beamter der bloß die absetzung verdiente kam damals in österreich nie in untersuchung die gerichte hätten sonst zu angestrengt zu tun gehabt und der freien stellen wären zu viele geworden das wusste auch herr von wroblewski er hatte die ersten monate in stetem schwanken zwischen furcht und hoffnung zugebracht der furcht vor dem toten und dem bleichen düsteren jüngling und der hoffnung auf die höflichkeit der lemberger räte dann war wieder eine zeit gekommen wo er sich unbefangen der geldscheine freuen konnte die ihm der güterdirektor des grafen all monatlich ins haus brachte die meisten behielt er einige wenige schickte er nach russland herrn anton brodski in muilev stand auf der adresse und innen hier hat rudka das geld welches mir der graf für sie überschickt hat ich hoffe sie werden zufrieden sein denn wären sie es nicht so würde ihnen dies auch nichts nutzen wir fürchten sie nicht so oder ähnlich häufig gröber zuweilen sanfter je nach der größe der sendung im übrigen aber die dummen juden sollen sich umsonst gefreut haben dachte er als er jedoch die nachricht von der untersuchung erhielt brach er zusammen nun war alles entschieden jeder kampf nutzlos er hatte ja seit zwei jahrzehnten zeit gehabt sich genau darüber zu unterrichten welchen verlauf solche dinge nahmen das amt war verloren nun galt es nur noch einen versuch der strafe zu entrinnen mit dem stolz des gekränkten ehrenmannes trat er dem richter entgegen und überreichte sein gesuch um entlassung die untersuchung wird meine unschuld erweisen sagte er aber ich lasse mich nicht ungestraft durch misstrauen kränken ich bin dies meiner würde der würde meines standes und jener meiner kollegen schuldig die ebenso pflichteifrig gehandelt wie ich ich darf dies mit voller bestimmtheit sagen denn ich kenne ihre amtsführung und er nannte eine reihe dieser kollegen einer übler beleumdet als der andere der rat horchte auf da drohte ein unermesslicher skandal er begann die untersuchung berichtete jedoch gleichzeitig nach lemberg die herren überlegten der schurke war unschädlich gemacht ob er nun vom staate eine pension oder einige jahre versorgung um zuchte als er schien ihnen nicht wesentlich auch der kostenpunkt war fast gleichgültig denn diese letzte versorgung verschaffte er dann gewiss auch eine reihe von kollegen und da zudem sein gönner noch lebte so wurde nach zwei monaten die untersuchung eingestellt herr von wroblewski pensioniert das ergebnis befriedigte niemand am schwersten braf ist rafael der mann war nun nicht mehr richter aber seinem verdienten los war er entgangen weil er fast nur gegen bluten gefrevelt hat klagte der jüngling und diese erfahrung verbitterte ihn noch mehr hingegen fand sich wroblewski nachdem der erste ärger überwunden war leicht in sein los allerdings begegneten ihnen die honoration des städtchens und die edelleute der umgebung nur sehr kühl aber das ließ sich mit einiger philosophie ertragen besonders da es noch immer liebenswürdige menschen genug gab welche seine und seiner gattin gesellige talente zu schätzen wüssten auch war er nun das langweilige amtlos und die sporteln konnte er leicht verschmerzen da ja ein kurzer brief an den grafen genügte ihm jede beliebige summe zu schaffen agenor antwortete nie wroblewski hat in all den monaten auch nicht eine zeile von ihm erhalten und wußte so wenig wie die anderen wo das liebespaar weilte aber der güterdirektor herr michael stiegle ein schweigsamer bärbeißiger schwabe beförderte die briefe pünktlich und brachte dann die antwort in einer form welche das herz des ex kommissärs mehr erfreute als es der zärtlichste brief vermacht hätte allerdings schnitt herr stiegle dabei eine verdrießelige miene und als herr probleski nachdem ihm rafael die wohnung gekündigt einen flügel des schlosses eingeräumt wünschte da schien er sogar unhöflich werden zu wollen aber ein brief an den grafen brachte auch diesem wunsch die erfüllung kurz eigentlich lebte er nun so vergnüglich wie früher ja noch lustiger und sorgenloser auch die briefe aus russland störten ihm die gute laune nicht und je mehr drohungen darin standen desto behaglicher las er sie wer alles heutzutage auch ein schurke sein möchte sagte er sehr verächtlich so dumm und will ein schurke sein in der tat was wollte dieser ignaz trudka von den dreihundert gulden die der graf für ihn monatlich gab bekam er hundert ein sümmchen mit dem sich in mohilev gut leben ließ es war eigentlich eine frechheit dass er den vollen betrag forderte und sich auf das mündliche versprechen agenors berief der graf gibt eben nicht mehr hatte ihm vroblewski wiederholt geschrieben er weiß ja daß sie sich in ihrem eigenen interesse wohl hüten werden ihn zu verraten oder nach österreich zurückzukehren und der freche mensch gab sich mit dieser beruhigung nicht zufrieden ich werde euch beide zugrunde richten und mich selbst schrieb er immer wieder es war zu komisch so verstrichen dem ehemaligen beamten in ehrbarer muse die tage und da weder der prior noch der rittmeister zu jenen ehrgeizigen menschen gehörten die an der untersuchung und ihren folgen irgendwelchen anstoß genommen so war auch frau anna wohl zufrieden das ehepaar beneidete wahrlich seinen nachfolger nicht welche auch ihre wohnung bei trachtenberg gemietet herrn kreiskommissär groza und frau bürgerliches pack arme schlucker der neue richter lebte mit weib und kindern wirklich und wahrhaftig nur von seinem gehalt ein puritaner der mensch zahlte sogar seine miete da war doch wahrlich die wohnung im schlosse nicht bloß billiger sondern auch angenehmer der prächtige park vor den fenstern in dem nun obendrein wieder niemals ein judel zu sehen war denn eine der ersten taten broblewskis nach seiner übersiedlung war es gewesen jene tafel am eingang wieder aufrichten zu lassen der plumpe stiegle hatte sich freilich auch dagegen gesträubt vermutlich sogar dieser kleinigkeit wegen beim grafen angefragt nachgegeben hatte er schließlich doch herrn von broblewski schienen die blumen im lenze stärker zu tuften die laubengänge im sommer kühleren schatten zu bewähren seit die tafel an ihrem alten platze dastand der sommer verging der tag jenes feierlichen einzugs des grafen jährte sich und wurde durch eine messe in der patronatskirche festlich begangen auch beteilte herr stiegle in des grafen auftrag die armen des städtchens aber wo der geber weilte wusste noch immer niemand ein edelmann aus der nachbarschaft wollte das junge paar in verona gesehen haben an höchst romantischer städte in jenem garten wo das grab julias gezeigt wird und versicherte die beiden hätten ganz verklärt drein gesehen und der lohndiener hätte judith frau gräfin genannt aber der mann galt als lügner und wenn er diesmal zufällig die wahrheit sprach so hatte sich eben der lohndiener geirrt das graf agenor die jüdin geheiratet glaubte niemand und gegen ende november jährte sich ein anderer tag welcher den bewohnern des städtchens unauslöschlich in erinnerung geblieben am morgen konnte die alte synagoge die zahl der betern nicht fassen welche gekommen waren die totenfeier für nathaniel seine jahrzeit zu begehen dann strömte alt und jung zum guten orte sie horchten bewegt dem gebet welches raphael am grabe sprach amen amen scholl es schluchzend wie ein hundertfaches echo dann betrachteten sie den schönen denkstein den raphael hatte aufrichten lassen und sprachen die worte nach die da statt aller lobsprüche welche die anderen grabtapezierten eingemeißelt standen das andenken des gerechten erlischt nimmer zwischen diesem grabe und jenem der früh verstorbenen gattin nathaniels war ein leerer raum unkraut bedeckte die schmale städte dorniges gesträuch streckte seine kahlen zweige darüber hin wenige nur die vorsteher und die leute der begräbnisbrüderschaft wußten daß auch dieser boden vor nun einem jahre zu nächtlicher stunde aufgewühlt wurden und was sie da rein gebettet die anderen ahnten es bloß aber niemand fragte und von all den hunderten nannte keiner judiths namen solange sie auf dem guten ort verweilten das andenken des gerechten erlischt nimmer aber wer in sünde dahingestorben dessen name soll nie genannt werden sie war tot am guten ort spricht man nur von jenen toten die man rühmen darf erst als sie jenes gitter durchschritten welches die welt des friedens von jener des kampfes trennt fluchten sie der entarteten nur einer schwieg auch nun rafael stumm schritt er neben den vorstehern einher die gestalt aufrecht das antlitz düster und unbewegt wie sie in all die tage gesehen seit seiner heimkehr hatte niemand ein lächeln auf seinen lippen aber auch keine träne an seinen wimpern gewahrt nur als der zug am schlosse der baranowski vorbeikam zog er es um seinen mund und in dem blick den er auf das weiße gemäuer richtete das im glanz der spätherbstsonne so stattlich inmitten des entlaubten parks dalag loderte die glut ohnmächtigen unversöhnlichen hasses vielleicht wäre es dem qualvollen grimm in welchem er sich verzehrte zur labe gewesen wenn er geahnt hätte was sich zur selben stunde in einem der zimmer da oben zutrug im arbeitszimmer des güterdirektors da saß er michael stiegle seit dem morgen an seinem schreibtisch und rechnete schüttelte den kopf und rechnete wieder rummte vor sich hin und rechnete abermals dann starrte er lange in die luft und fasste sich endlich ein herz und schrieb einen kurzen klaren brief an den grafen das programm bei seinem eintreten in hoch derodienste habe gelautet sparsamkeit und gute wirtschaft um die schulden abzuschütteln mit welchen der hochselige herr die allodialgüter überlastet nun habe sich in diesem ersten jahr der reinertrag nach abzug der zinsen für die gläubiger auf 12.000 gulden gestellt der bedarf aber auf das zehnfache und diese neuen anleihen seien nur zu sehr harten bedingungen möglich geworden ob der herr graf den verbrauch nicht etwas einengen und vor allem ob er nicht selbst einmal nach dem rechten sehen wolle sonst könne er michael stiegle nicht auf seinem posten bleiben auf die landwirtschaft glaube er sich zu verstehen auf den verkehr mit den wucheren nicht dann schrieb er die adresse an das bankhaus m l biedermann und company in wien für herrn grafen agenur baronowski denn wo agenur verweilte wußte auch er nicht und das drückte herrn stiegle ihn drückte vieles an diesen unklaren verhältnissen vielleicht lag es an dieser stimmung daß er die meldung des dieners draußen harre ein kapuziner und lasse sich nicht abweisen unwirsche aufnahm als sonst seine art war auch den gebückten greis mit langem weißem bart der sich nun schüchtern ins zimmer schob derb anfuhr doch mochte ihn auch das anliegen des bettelmönchs ärgerlich stimmen derselbe bat um die adresse des grafen baronowski geht sie nichts an brummte er der mönch trat näher es ist sehr dringlich flehte er mit zitternder stimme bei gott und allen heiligen sehr dringlich dann schreiben sie und ich will diesen brief befördern der mönch schüttelte den kopf und trat noch einen schritt vor vielleicht könne ihm schon der herr direktor helfen es handelte sich um seinen vetter in russland einen armen menschen namens ignaz trudka der herr graf habe demselben für wichtige dienste bei herrn von broblewski ein gehalt monatlicher dreihundert gulden angewiesen der herr kommissär schicke aber kaum ein trippel und auch dieses unpünktlich ob der herr direktor nicht den betrag direkt auszahlen könne und während er so sprach spähte er nach den papieren auf dem tisch und las die adresse des briefes der da lag nein erwiderte herr stiegl weiß nichts von der sache müssen sie sich an broblewski wenden adieu der mönch stand nach einem augenblick unschlüssig dann verließ er gesenkt den hauptes mit frommem gruß die stube auf dem korridor zog er sein gebetbuch hervor und schrieb hastig eine notiz ein dann begab er sich zu broblewski als er vor diesem stand schien er plötzlich alles gebrechen des alters abgeschüttelt zu haben aufrecht stand er da und auch seine stimme klang fest als er sagte sie brauchen nicht zu erschrecken herr kommissär ich bin nur gekommen mündlich abzurechnen da es schriftlich schwer geht herr von broblewski ableichte in der nächsten sekunde hatte er seine fassung wieder gewonnen warum sollte ich erschrecken sagte er lachen es ist der ihr halt den sie riskieren abzurechnen haben wir nicht was der graf für sie bestimmt übersende ich ihnen für den november ist eben nichts gekommen jedes wort eine lüge erwiderte der andere mein geld oder ich schreibe an den grafen warum sollten sie das nicht tun war die antwort die adresse kenne ich nicht sonst würde ich sie ihnen sagen aber herr stiegle befördert die briefe überlegen sie jedoch ob der graf ihnen mehr glauben wird als mir sie werden ihm meine briefe einsenden aber guter trudger steht denn in diesen briefen eine summe der besucher schwieg das schien ihm einzuleuchten dann aber brach er wildlos und drohte mit der anzeige bei dem gericht ihm sei angenehmer hier im kerker sat zu werden als in mohelev zu verhungern und über den verlust der freiheit werde ihn die gute gesellschaft trösten herr von roblewski hörte ihn lächelnd an bon sagte er tun sie was sie nicht lassen können aber nun hören sie mein letztes wort hier er zog seine brieftasche sind 200 gulden ich lege sie in dies kuvert und auf dies kuvert schreibe ich sehen sie lieber trudger herrn anton brodsky in mohelev mit diesem brief geht mein diener zur post und sie begleiten ihn hier sind außerdem 20 gulden zur heimreise und nun klingle ich den diener auf alle fälle entweder damit er mit ihnen zur post geht oder damit er sie hinaus wirft als er von roblewski einige minuten später aus einem fenster den bettelmönch mit dem diener friedfertig den städtchen zuwandeln sah mußte er laut auflachen da eilt er nun auf flügeln der sehnsucht nach mohelev vielleicht wäre er minderheiter gewesen hätte er geahnt welche gedanken das hirn des betrogenen gauners erfüllten kapitel 8 von judith trachtenberg von carl emil franzos diese librivox aufnahme ist in der public domain auf den weiß glänzenden beschneiten kuppen des montebaldo glühte und schimmerte das morgenrot und aus dem bergteil der sarca kam der wind geflogen der kalte nordwind und fegte den see von nebeln rein und den himmel von wolken nur noch an den bergspitzen flatterten die grauen trübseligen schleier dahin wie trauerflacken oder sie baden sich scheu in einer schlucht dicht über der azurnenflut aber auch da erreichte sie die sonne als sie endlich empor stieg über den mächtigen altissimo dinago der sich breit und ungeschlacht zwischen die beiden lachenden landschaften des etch und des gardagaus schiebt das morgenrot verblich die dünste verschwanden und das goldige licht spann sich voll und gütig über die landschaft über das tiefe blau des himmels und der wasser über die mattgrünen wiesen und die grauen oder rötlichen oder violetten felsen mit den weißen schneekäppchen und über die engen winkeligen gästchen von riva welche sie die regina delgarda nennen die alte hässliche herrscherin des ewig jungen und schönen reiches auf dem balkon des alten wohlerhaltenen palazzino welcher dicht vor porta san michele mit seinem schlanken gemäuer mitten aus dem dichten grün eines wohlgepflegten gartens empor steigt stand der junge graf und blickte über das häusergewirr zu seinen füßen auf die blaue fast endlos ausgegossene flut und das gesegnete anland mit den weiß schimmernden hütten es war der erste schöne morgen nach endlosen regentagen wie hatte er nach der sonne geschmachtet und gewähnt wenn sie nur erst da sei dann müsse es ihm auch in herz und hirn lichter werden diese schatten scheuchte keine sonne er war ein tor gewesen wie an jenem tag vor zwei monaten dem leuchtenden september tag da er zuerst dieses haus betreten und sich gesagt es sei ja so schön hier so still und friedlich hier müsse alle wirken es sich klären alle unruhe sich sänftigen für sein zermattertes gemüt gab es keine friedensstätte mehr auf erden und ein wahn auch war es gewesen als er vor einigen wochen da ihm die wehmutter den neugeborenen knaben in die arme gelegt zum himmel empor gestammelt dank dir warmherziger dank für den engel der mich erretten und empor führen soll es war ein schönes heiteres kind mit dem hellen haar der mutter den dunklen augen des vaters und die amme versicherte es lache schon wenn es den senior konnte sehe ihm aber war es als blickten ihn diese dunklen augen drohend an als stieße ihn diese kleine hand noch tiefer in schuld und wirrnis hinein es war anders gekommen als er gedacht ehe er in die unselige hässliche komödie gewilligt in jener nacht auf dem jagdschloss da er fiebernd am bett der kranken gesessen oder in seiner schlafstube auf und nieder gewandelt damals hatte er auf dem wege den ihnen der versuche wie es nur ein schreckbild erblickt die entdeckung des betruges die schmach vor der welt wie sich das zusammenleben mit der geliebten gestalten sollte nachdem er ihrer seele auf diese weise künstlichen schlaf gebracht und wie einst das erwachen sein würde dahin schweiften seine gedanken kaum das hatte ja zeit das musste sich finden vielleicht führte auch dieser weg nicht ins freie nur eben etwa in einen garten den hohen kerkermauern umschlossen aber auch über ihm schien die sonne und wandelten die sterne auf und nieder es war ein eden gegen die enge dunkle materzelle in welcher er sich während der unterredung mit dem arzt gefühlt bevor ihm der abgefeimte mensch den rat gegeben freilich die schmach der entdeckung aber war sie wahrscheinlich und wenn sie hereinbrach befleckte sie den namen der baranowski so sehr wie ein selbstmord oder gar eine heirat mit der jüdin und auch der geliebten wegen mußte er es tun es war das einzige mittel sie am leben zu erhalten zu beruhigen wählte er den tod so starb sie ihm nach war dies eine mildere lösung so hatte er eingewilligt und wie erlöst aufgeatmet als vroblewski das schloss verlassen auch in den nächsten tagen kam ihm die reue nicht im gegenteil als er sah wie sein stammelndes versprechen dein wille geschieht der priester kommt genügte um die hinsiechende neu aufleben zu lassen als er stunde um stunde an ihrem lager saß und dem leisen schluchzen horchte in welchem der krampf der erregung sanft verzitterte in ihr antlitz blickte welches unter dem tränenschleier wieder lächeln konnte da sagte er sich es sei gut dass er dies über sich vermocht und der ausweg schien ihm sogar viel mutiger als wenn er sich etwa aus dem leben weg gestohlen hätte sie sprachen beide nicht über das geschehene nur einmal sagte sie wir wollen einander unsere sünden verzeihen du dass ich dich verlassen wollte ich dass du zögertest nun aber nur glück und treue und liebe solange uns gott das leben gönnt ach das leben ist so schön er beugte sich auf ihre hand nieder und bedeckte sie mit küssen ja er hatte doch unter all den drohenden übeln das geringste herausgefunden und seine kraft wollte er da reinsetzen es so gelindend als möglich zu gestalten wenn erst die hässliche zeremonie vorbei war ihm bangte vor dieser stunde je näher sie heranrückte und er benahm sich wie ein knabe der vor unabwendbarer gefahr steht er schloss die augen sie nicht zu sehen wozu mit dem menschen sprechen wehrte er ab als vroblewski eines nachmittags mit dem gauner eintraf und diesen vorstellen wollte zur besprechung des programms der morgigen vorstellung auch der aufschub war ihm peinlich das kostüm habe der mensch ja wohl mitgebracht und sein kammerdiener jan könnte die schlosskapelle sofort beleuchten jan wisse was bevorstehe auch dass er als zeuge mitwirken solle nur dass er den trudgraf für einen wirklichen priester halte der kommissär lächelte o stürmische ungeduld des verliebten aber der hochwürdige herr muss das schöne kind doch vorher taufen und ehe er es tauft sollte er es doch mindestens eine stunde lang über die heilslehren unserer kirche aufklären der graf taumelte zurück und starrte ihn fassungslos ja einsetzt an er war kein frömmler und kein atheist er hatte nie über die religion nachgedacht er glaubte an gott und hielt die katholischen festtage weil man es ihnen so gelehrt und weil es sich für einen baranowski schickte wie er an jener nacht nur daran gedacht dass sein vorhaben ein frevel gegen das staatsgesetz sei und nicht auch gegen judith ebenso wenig war ihm das gotteslästerliche seines beginns klar geworden nun erst fasste und lähmte ihn diese erkenntnis doch das musste getragen das sakrament der ehe entwürdigt sein aber jenes der taufe das war ja gleich heilig ja noch heiliger er kannte seinen katechismus taufe stammelte er endlich mühsam nach fassung ringen sie kann ja jüdin bleiben der kommissär lachte laut auf bleibt sie auch lieber graf aber wenn wir ihr diesen ersten hokus pokus nicht vormachen so glaubt sie an den zweiten nicht das mädel ist sehr gescheit und weiß ganz genau dass sie vorher katholikin werden muss wenn die ehe gültig sein soll also keine sentimentalitäten und da es ihnen so gefällt so wollen wir beides kurz und sofort abmachen der graf nickte stumm gab jan sein befehle und ging zu judith sie war ja dieser nachricht in den letzten tagen von stunde zu stunde gewärtig gewesen und es war ihr eigener wille an dessen erfüllung sie ihr leben gesetzt gleichwohl schrak sie zusammen und brach dann in wildes krampfhaftes weinen aus er fasste ihre hand und suchte sie zu beruhigen lass nur werde sie ab du kannst es nicht verstehen dann aber schluchzte sie doch sie ich weiß ja nur als christin kann ich dein weib werden und dass du dich dazu entschlossen will ich dir mein leben lang kniefällig danken das ist ja mein himmel auf erden in den mich deine gütige hand führt aber was vorher kommt ist für mich die hölle schild mich nicht ich sage es nicht aus hass gegen deinen glauben und nicht einmal deshalb weil er mir fremd ist selbst mein vater der doch gewiss ein treuer jude ist pflegt ja zu sagen wir sind alle kinder desselben vaters da oben aber bedenke dieser schritt scheidet mich doch für immer von ihm und von rafael ich habe von nun ab nur noch dich auf der welt aber nicht aus mitleid mit mir sondern mit ihnen muss ich so weinen sie haben nun keine tochter keine schwester mehr deiner gattin könnten sie die flucht verzeihen die christin ist für sie tot ach was werden sie in ihrem herzen leiden und von unseren leuten zu erleiden haben ich muss nur immer an die miriam gold denken deren tochter ja auch an einen christen verheiratet ist nur stammeln drangen sich die worte von ihren lippen und die tränen strömten über die wangen ihm war es als hätte er noch nie einen menschen so weinen sehen stumm keines wortes mächtig stand er neben ihr was sollte er ihr auch sagen dass er ihr diesen schmerz ersparen wollte dann war ja vielleicht das ganze spiel verloren er schwieg aber so tief hatte ihn die szene erschüttert dass er sich selbst kaum aufrecht zu erhalten vermochte als er die bebende zur kapelle führte der einstige priesterzögling hatte es kurz gemacht beide zeremonien in wenigen minuten erledigt und dem grafen war damals zu mute gewesen als sehe er alles nur durch einen schleier und höre jeden ton wie aus weiter ferne so wild strömte ihm das blut gegen den kopf aber wie oft war ihm seither doch dies bild vor die augen getreten die düstere matt erleuchtete kapelle das arme bleiche weib an seiner seite das galgen gesicht des menschen im urnat zur seite der kommissär mit salbungsvoller mine der fleißig das taschentuch gebrauchte um nicht laut aufzulachen daneben der alte treue jan in tränen aufgelöst weil ein baranowski eine jüdin heiratete und wie er so heute auf dem balkon stand rings sonnenglanz und farben brach der südlichen landschaft und auf eine nahrung starrte der eben am ponalfall vorüber segelte da war plötzlich alles verschwunden er sah nur noch die kapelle zu borki und mitten durch das zwitschern der vögel im park klang eine näselnde stimme in sein ohr und so erkläre ich euch für mann und weib im namen ach stöhnte auf das war furchtbar es hätte nie geschehen dürfen das war das schlimmste von allem was ich damals tun konnte und nicht um jenes lästerlichen segens willen sagte er sich dies nun ein jahr nachdem es geschehen nun wußte er längst dass nicht die sünde gegen gott sein schwerstes vergehen gewesen geschweige denn die gegen das gesetz schon am morgen nach der traurigen komödie war ihm dies aufgedämmert der kommissär war abgereist nun aber fort sagte er zum abschied nach italien oder noch weiter erwägen sie die gefahr wenn etwa der rachgierige wursche der raffael die anzeige wegen entführung gegen sie erstattet und es erscheint eines schönen tages hier eine kommission welche auch die gnädigste gräfin ins verhör nimmt agenur ging sofort zu judith und sagte ihr dass sie schon morgen reisen müssten sie sei bereit erwiderte sie nur müsse der weg durch ihr heimatstädtchen gehen warum damit ich meines vaters verzeihung erflehen kann er erschrak die kunde seines todes musste sie aufs tiefste erschüttern und war sie erst im städtchen dann enthüllte sich auch sicherlich das geheimnis dieser trauung so beschwor er sie denn sich die aufregung zu sparen es ist ja nutzlos schloss er du weißt dass er der christin nicht verzeihen kann ich muss es versuchen war ihre antwort das bin ich ihm und mir schuldig aber auch dir agenur mein vater soll dein weib nicht für ein ehrlos leichtfertiges geschöpf halten jagt er die gräfin baranowski von seiner schwelle dann darf mein gewissen ruhiger sein ratlos suchte er es ihr auszureden ohne einen einzigen triftigen grund ersinnen zu können endlich fiel ihm etwas bei was dafür gelten konnte die gräfin baranowski rief er darf sich nicht der gefahr aufsetzen von irgendjemandes schwelle gejagt zu werden das bist du mir schuldig und da er sah dass dies wort auf sie wirkte so wiederholte er es immer wieder und beschwor sie die ehre seines namens zu schonen sie weinte bitter diese ehre steht dir höher als die ruhe meines herzens aber sie fand sich da rein und bat nur dem vater schreiben zu dürfen einige stunden später brachte sie ihm den brief und forderte sein ehrenwort dass er ihn bestellen wolle mein ehrenwort murmelte er mit bleichen lippen und als er einige minuten später nachdem sie gegangen vor den kamin trat und zusah wie die züngelnde glut den brief an den toten verzehrte da klang die qualvolle frage in ihm auf wodurch unterscheide ich mich nun noch von jenem menschen den ich so sehr verachte nur fort fort das war sein einziger gedanke bis sie den wagen bestiegen durch die warnungen des kommissärs eingeschüchtert hatte er einen reiseweg gewählt der sie rasch aus dem lande und in abgelegene gegenden brachte durch die bukowina siebenbürgen das südliche ungarn nach fiune von dazu schiff nach ancona was durch geld an bequemlichkeit zu erreichen war wo der auf ein kurier reiste voraus und bereitete alles vor dennoch war es eine trübselige fahrt auf den tief verschneiten wegen durch die öden spärlich bewohnten berglander und kein gold konnte die elenden wirtshäuser in behagliche nachtquartiere wandeln auch ging die reise sehr langsam nicht bloß der unwegsamen straßen wegen sondern weil judiths zustand schonung forderte sie war so schwach und bleich und das schmale antlitz blickte ihn aus dem vermummenden pelzwerk müde und traurig an wenn wir nur erst in klausenburg werden seufzte sie immer wieder er hatte ihr gesagt dass dies die erste stadt sei wo sie auf briefe aus der heimat rechnen dürften aber als sie nun endlich diese stadt erreicht womit sollte er sie nun darüber trösten dass sie noch keine antwort des vaters verfand und ihre tränen bedrückten ihn umso mehr als auch ihm nur schlimme nachricht erreichte der kommissär schrieb rafael habe die anzeige wegen entführung erstattet und die richter durch bestechung zu ungewöhnlichem eifer bestimmt er hoffe die sache doch noch beizulegen aber das erforderte große opfer der graf wies ihm die summe an wird es fruchten musste er sich angstvoll fragen er hatte gleich bei beginn seiner reise den namen eines grafen nogila angenommen nicht gerade ein falscher name da derselbe mit zu den vielen prädikaten der baranowski gehörte und seinen dienern eingeschärft judith den neuen den leuten den alten namen nicht zu verraten er hielt das letztere für ausführbar da sie ja kaum mit fremden sprach nun während dieser unerquicklichen rast in klausenburg enthüllte es ihr ein zufall und sie befragte ihn in seiner bestürzung fand er keine antwort er war ja der lüge nicht gewohnt es werde lange und ihr bangen war schon aufs höchste gestiegen als er ihr endlich sagte du sollst alles wissen wir hoffen vergeblich auf einen brief der deinen sie zürnen uns und lassen uns durch die gerichte verfolgen weil ich dich die minderjährige ohne ihre zustimmung zu meinem weibe gemacht schwer ist die strafe nicht die uns treffen kann dass ich ihr dennoch aus dem wege gehe um unser aller willen wirst du begreiflich finden nun glaubte sie ihm wieder ihre tränen bewiesen es ihm und ihr verzweifler ausruf also müssen wir für immer heimatlos bleiben nein tröstete er nur bis sich jener zorn gelegt und darauf hoffe er vielleicht ist gott so barmherzig erwiderte sie wie furchtbar wäre sonst mein los und wie könnte ich das leben ertragen wenn ich wüsste dass du meinetwegen auf immer um glück und heimat und ruhe gekommen die klage traf ihn schwer schwerer als vorhin ihr misstrauen sie sprach ja die wahrheit nur dass es seine eigene schuld war und dazu der zwang täglich stündlich lügen zu müssen und vor der entdeckung der lüge zu zittern da hatten sie auf der reise durchs bernat von einem schneesturm überrascht zuflucht in einem schloß am wege suchen müssen und die besitzerin eine alte ungarische edelfrau hatte sie freundlich aufgenommen wie heißen sie fragte sie die junge frau im geplauder nach dem souper judith errötete tief nogila stammelte sie endlich das weiß ich ja erwiderte die alte dame ich meinte mit dem vornamen judiths verlegenheit wuchs hilfe flehen blickte sie argen nur an aber judith rief er und zwang sich zu einem lachen du wirst doch wissen wie du heißt als sie dann allein waren brach sie in tränen aus ach schlucht zu sie nicht einmal meines namens bin ich mehr sicher du nennst mich noch immer judith aber da mich der priester maria getauft so dachte ich ich müsste anderen diesen namen nennen und schwankte doch wieder vielleicht mehr als all ihre klagen und tränen zeigten ihm diese worte wie es um sie stehe und mitleid erfüllte sein herz mitleid mit ihr und sich selbst aber damals konnte er noch solcher stimmungen her werden wie er gewähnt dass sich die schatten lichten müssten wenn nur die komödie vorbei sei und dann wenn sie das düstere borki im rücken hätten so erhoffte er nun alles von italien er hatte als blutjunger sorgloser offizier einige monate dort verweilt als ein paradies von licht und wonne lebte ihn das land in der erinnerung dort musste alles weh und düster enden und gänzlich wenigstens schien ihm diese hoffnung nicht zu trügen er hatte sie zunächst nach florenz geführt und eine der herrlichen willen vor porta al prado gemietet wie die ruhe die milde luft des südens dem jungen weib wohl tat daß ihre wangen sich röteten ihre augen heller strahlten so schien sie auch im gemüt heiterer und ruhiger es gab sogar stunden wo sie wieder lachen und scherzen konnte wie es ihrem alter entsprach das wirkte auf seine stimmung zurück auch er fühlte sich glücklicher oder suchte es doch zu scheinen und als sie ihm nach einem schönen tag denn sie in fiesole verbracht um den hals fiel und erglühend ein holdes geheimnis zustammelte da jubelte er auf jubelte weil er sie liebte weil er aus ganzem herzen dies reine glück für sie herbeigesehen welches sie mit neuen starken banden an das leben fesseln sollte nun konnte er auch leichteren mutes diese briefe des kommissärs lesen welcher ihm immer häufiger schrieb die gefahren die durch raphael drohten schwarz ausmalte auch bekümmert klagte wie unverschämt nun trot gar in seinen forderungen werde er kannte ja den mann ein erpresser der die maus zum elefanten machte aber gleich viel dies peinliche war ja mit geld abzumachen und er war reich hielt sich wohl auch für reicher als er war schwerer traf es ihn als mit dem beginn der wärmeren jahreszeit die reisenden aus rom und neapel nach dem kühleren florenz strömten und in den straßen der stadt den alleen der kaschinen zuweilen auch ein bekanntes gesicht auftauchte ein ehemaliger kamerad aus der armee oder ein standesgenosse aus galizien die verheirateten herren die wirtevoll mit gemahlin und töchtern in der karoza an ihm und seiner gefährtin vorbeifuhren starrten ihn wohl neugierig an schienen ihn jedoch nicht zu erkennen nur die junggesellen oder strohwitter grüßten ihn mit eigentümlichem lächeln die zahl dieser begegnungen häufte sich der aufenthalt ward ihm immer unbehaglicher gleichwohl zögerte er mit der abreise weil sich judith hier wohlzufühlen schien und der ruhe bedurfte da musste er sich doch dazu entschließen eines tages wurde ihm eine karte gebracht baron viktor oginski es war ein genosse aus der jünglingszeit erfreut empfing er den alten freund auch oginski begrüßte ihn herzlich dann jedoch begann er sehr ernst da du unter einem inkognito reisest so willst du offenbar unbeachtet bleiben und selbst die sehnsucht nach dir hätte mich nicht so indiskret gemacht dich aufzusuchen aber als dein freund hielt ich mich dazu für verpflichtet du wirst um deiner gefährtin willen in der stadt viel beredet wen geht es etwas an vor agen auf wie und in wessen gesellschaft ich leben will niemand war die antwort solange nicht damit die vermutung einer handlungsweise verknüpft ist welche einen schatten auf dich werfen könnte man kennt deine ansichten über standespflichten und die herkunft jener dame darum hat bisher niemand geglaubt dass du mit ihr vermählt seist und es nur als zeichen einer allerdings weit getriebenen feinfühligkeit gedeutet dass du sie deiner dienerschaft gegenüber als deine gattin gelten lässt aber nun hat dein jahren als ihn ein anderer polnischer lakai mit seiner leichtgläubigkeit hänselte hoch und heilig geschworen er sei selbst tauf und trauzeuge gewesen und das hat sich hier rasch herumgesprochen ernstig geglaubt wird es ja dennoch nicht aber man ist stutzig geworden und so gebietet mir denn meine freundschaft dich selbst zu fragen ich danke dir für deinen guten willen erwiderte agenur muss jedoch jede antwort ablehnen das ist schlimmer als ein ja warnte oginski die sache bleibt unklar und wird damit der klatschsucht zum unersättlichen stoff dennoch muss ich dabei bleiben oginski griff nach seinem hut dann kann ich dir als dein freund nur den rat geben insolange als du keine klare antwort geben willst an orten zu leben wo dich niemand kennt zwei tage später folgte agenur diesem rate es war zu ende april und die reise ging über mailand an die seen licht und duft und schönheit wohin das auge blickte aber als das paradies welches wunder bewirken könne erschien ihm nun italien nicht mehr er hatte unter dem eindruck jener unterredung sein wiener bankhaus als adresse seiner briefe bestimmt niemand in galizien sollte wissen wo er verweilte und so schwer lastete die demütigung auf seinem gemüte dass er nach kurzen verweilen in bellagio obwohl ihm hier noch kein bekannter begegnet weiter hastete bis er einen bescheidenen spärlich besuchten ort erreicht zu iseu am gleichnamigen see machten sie wieder rast für wie lange fragte er sich verzweifelt dann als woche um woche still und ohne störung verstrichen faßte er sich wieder wenigstens insoweit um judith nicht seine stimmung ahnen zu lassen aber ganz gelang es ihm nicht und es war nicht allein der widerschein dieser stimmung wenn sie seit der abreise von florenz lange tage in düsteren brüten verbrachte sie weinte nicht mehr aber dieser stimme verhaltene jammer war tiefer als es der laute gewesen und auch die fieberschauer kamen wieder der österreichische stabsarzt der zuweilen auf agenors wunsch aus prescha herüberkam schüttelte den kopf ein heiteres gemüt kann ich leider nicht verschreiben sprechen sie einmal ernstlich mit ihrer frau gemahlen vielleicht ist es nur das bangen vor ihrer schweren stunde man trifft es ja bei jungen frauen zuweilen agenor zögerte lange bis er endlich die frage wagte sie schwieg und erst als er nicht abließ sie mit bitten zu bestürmen erwiderte sie und wenn es so wäre muss eine frau die ihres vaters fluch belastet nicht vor der stunde zittern wo sie mutter werden soll er versuchte sie zu trösten sprach von gottes barmherzigkeit gott brach sie leidenschaftlich aus ja wenn ich zu ihm sprechen zu ihm flehen wenn ich beten könnte agenor aber ich kann nicht wenn mich sonst irgendein leid bedrückte eine sorge eine schuld dann griff ich zu meinem gebetsbuch und sprach zu dem gott meiner väter nun habe ich kein gebetsbuch mehr aber denselben gott wandte er ein und der formeln bedürfe es nicht sie schüttelte finster das haupt das habe ich mir selbst gesagt aber es nützt mir nichts ach wie soll ich es dir nur erklären was in meinem armen kopfe vorgeht man muss doch eine sprache haben in der man betet die alte habe ich verlernt und die neue kenne ich nicht du hast mich in viele kirchen geführt um die schönen bilder oder die höhe der wölbung zu bewundern wie mir dabei zumute war hast du nie gefragt mich fröstelte wenn wir aus dem sonnenschein in die kühlen hallen traten bis ins herz hinein fröstelte es mich es war mir alles so fremd so unheimlich wie werde ich je in einer kirche beten lernen vielleicht stünde es besser um mich wenn man mir alles recht erklärt hätte aber ich weiß ja nichts von eurem glauben ich kann nicht einmal ein kreuz schlagen und wenn ich es könnte wie dürfte ich es tun was weiß ich von dem gekreuzigten mehr als dass er ein abtrünniger rabbi war um dessen willen alle die meines blutes sind noch heute schmach und verfolgung erleiden müssen er musste schuldbewusst sein haupt beugen nun verstand er dass jene taufe nicht bloß eine sünde gegen den gott seines katechismus gewesen sondern auch ein frevel an einer armen sehnsüchtigen dürstenden menschenseele was sollte er sagen wie sie aufrichten es gab nur eines woran er sie mit recht mahnen durfte ihre pflicht gegen das junge leben das unter ihrem herzen keimte und als er davon sprach da wicht denn auch die starrheit aus ihren zügen und sie fand die tränen wieder wirst du dich des kindes freuen fragte sie wird es dir nie zur last sein und da ihm sein herz darauf die rechten worte eingab so verfehlten sie ihre wirkung nicht ich will stark sein versprach sie und hielt wort nun kamen wieder tage daß sie lächeln und sich wenigstens auf stunden all der schönheiten um sie herfreuen konnte auch er schüttelte sein bangen vor der welt insofern ab als er kleine ausflüge mit ihr unternahm nach prescia an den gardasee nach verona in dieser stadt im garten der franziskaner wo sie einen steintrog aus tomba di julietta bewundern mussten erlebten sie eine so heitere stunde wie sie ihnen seit jenem leuchtenden tage in fiesole nicht mehr vergönnt gewesen sie sollte trüb genug enden während sie so übermütig durch die gemüsebeete wandelten welche um den trog angelegt sind zuckte agenur plötzlich zusammen und drängte zur rückkehr ins hotel dann zur abreise ihm sei nicht ganz wohl schützte er auf ihre frage vor aber als judith eine halbe stunde später aus dem hotelzimmer auf die straße blickte wo eben ihr wagen angeschürt wurde erkannte sie den wahren grund da stand ein herr und sprach mit jan der mürrisch antwort gab in polnischer sprache derselbe herr war vorhin ohne dass sie seiner viel geachtet im garten der franziskaner gewesen sie wurde sehr bleich sagte aber nichts und erst zwei tage später da agenur ihre verstimmung gewahrend neuerdings einen ausflug vorschlug wehrte sie dies bitter ab du könntest wieder unwohl werden verzeih schluchzte sie dann auf ich weiß auch du bist nicht glücklich du der daheim der geachtetste mann gewesen wagst sich nun in der fremde nicht unter menschen damit ich keinen landsmann sehe und daheim erzähle dass die jüdin dein weib geworden ist ich frage nicht ob das wirklich eine so bittere schmach ist und ob sie dadurch geringer wird indem du sie selber dafür hältst mir genügt es zu wissen dass du um meinetwillen unglücklich bist wie elend muss ich mich da fühlen gedenke des kindes bat er wieder er hatte nun keine andere beschwörungsformel mehr aber auch die hatte ihre wirkung eingebüßt gerade weil ich seiner gedenke rief sie verzweifelt bin ich doppelt elend das kind der frau die dir zur last ist das dich noch enger an sie fesselt wie solltest du es lieben können du hast bisher nur der stunde unserer trauung geflucht bald wirst du auch die stunde seiner geburt fluchen sie waren beide unglücklich geworden ins tiefste herz hinein unglücklich und es gab kein ende dieses jammers nur neuen jammer neue schuld ich war schlecht ich war wahnsinnig murmelte der junge mann vor sich hin während er so dastand und zusah wie die verregnete landschaft immer heller aufleuchtete im glanz der spätherbstsommer welches von beiden mehr ich weiß es nicht und was soll ich ihr sagen wenn sie mich wieder fragt wann das kind getauft wird das war seine nächste drückendste sorge aber es war nicht die einzige die ihn quälte er hatte bisher die erpressungen des kommissärs kaum geachtet nun mußte er sich nachgerade der gefahren bewußt werden welche seiner zukunft der blanken ehre seines geschlechts durch diesen vampir drohten und wie sollte das ende sein er wollte judith nicht verlassen sie nicht aus ihrem gläubigen wahn erwecken nein nein aber konnte er sein leben hier verbringen müßig und schimpflich ein flüchtling der vor jeden gendarmen zusammenzuckte ob der man nicht nach den papieren des grafen in der griffen nogila fragen werde und sich auf der straße an jedem reisewagen vorbeidrückte weil vielleicht ein bekannter darin saß so ging es nicht weiter und doch gab es einen ausweg ein helles stimmchen ließ ihn aus seinem brüten empor fahren unten im garten vor dem hause ging die italienische amme die dicke annunziata auf und nieder und suchte das wimmernde kind durch gesang einzulullen dann hörte er judiths stimme die nach der amme rief sie war wohl schon im frühstückszimmer und hartes seiner er richtete sich auf strich mit der hand übers antlitz als wollte er die spur seiner kummervollen gedanken davon entfernen und ging ins erdgeschoss in der tür des frühstückszimmers trat ihm die amme entgegen er beugte sich über seinen knaben nieder da ihn aus weit geöffneten dunklen augen ernsthaft wie nachdenklich anstarrte und drückte einen kuss auf seine stirn als er seinen blick erhob begegnete er dem judiths der scharf wie prüfend auf ihm ruhte er verstand diesen blick die unglückliche dachte er beaufsichtigt mich mit welcher miene ich das kind küsse so unbefangen als ihm möglich bot er ihr den morgengruß an ihren augen an der blässe ihrer wangen sah er da sie wohl auch diese nacht viel geweint und warum es geschehen ach er brauchte sie nicht erst danach zu fragen er setzte sich ihr gegenüber schlürfte den tee und begann mit gepresster stimme den schönen morgen zu preisen wie ein frühlingstag bei uns schloss er und wir sind tief im spätherbst ja erwiderte sie mit zitternder stimme es ist der dreißigste november schon erwiderte er gleichmütig wie rasch die zeit er brachte den satz nicht zu ende ihr seltsamer ton kam ihm ins bewusstsein und als er sie ansah mein gott rief er und setzte sich neben sie und zog sie in seine arme verzeih wie ich's nur vergessen konnte unser hochzeitstag sie erwiderte nichts schluchzend hing sie an seinem halse und weinte still vor sich hin lass nur murmelte sie als er sie zu beruhigen suchte und drückte ihr antlitz fester an seine schulter so ist's am besten dann aber trocknete sie ihre tränen und entwand sich sanft seinen armen nun setz dich wieder mir gegenüber bat sie und lass uns vernünftig sprechen wir wollen einander das herz nicht schwer machen agenur und nicht verbittern wir wollen nicht fragen wie uns dies jahr vergangen und ob es so hat sein müssen aber wie soll es nun werden gedenkst du hier zu bleiben gewiss wenigstens den winter über erwiderte er rasch das heißt wenn es dir so gefällt sonst könnten wir ja nach dem süden gehen etwa nach sizilien sie schüttelte den kopf und nach dem norden nach hause agenur du weißt sagte er gepresst dass dies unmöglich ist nein erwiderte sie ich weiß es nicht sondern glaube es dir nur aber siehst du selbst da ganz klar du sagst dass dich meines vaters klage vor den gerichten bedroht weil du mich ohne seine zustimmung geheiratet aber die strafe kann unmöglich groß sein und entehrend ist sie sicherlich nicht für einen mann meines standes begann er sie hob abwehrend die hand nicht so bat sie für einen mann deines standes ziemte sich auch den ererbten besitz selbst zu verwalten und vor allem ziemte sich für ihn jedem menschen frei ins auge zu sehen und sich nicht vor allen die ihn kennen im verborgensten winkel eines fremden landes zu verstecken ist es also wirklich nur die furcht für dieser strafe so kann ich dich nur um deine willen anflehen lass uns heimkehren ich habe mich schon erkundigt sagt er unsicher wenn die strafe wirklich gering ist du kannst schlecht lügen fiel sie ihm ins wort hättest du dich erkundigt die antwort wäre dir längst zugekommen aber es ist wohl nicht so sehr die furcht für der strafe als für der schmach mit der jüdischen gattin heimkehren zu müssen nein nein wie oft soll ich es dir beteuern was ist es sonst wir gehen ja beide daran zugrunde agenor begreifst du nicht was ich bei dem gedanken empfinde solange mein vater lebt dürfen wir nicht heimkehren weil sein zirn dich bedroht sie dass er uns zirnt weiß ich ja er hat auch meinen zweiten brief unbeantwortet gelassen du hast ihm geschrieben rief der graf ablassend ja wenige tage vor meiner niederkunft als ich mein bangen nicht mehr bezwingen konnte und es stehen worte in dem brief gewiss er zirnt mir sehr wenn er darauf schweigt dennoch flehe ich dich an lass es mich mündlich versuchen er hörte sie nicht sein antlitz war immer fahler geworden je mehr er sich die folgen dieses briefes ausmalte nun ist alles verloren dachte er sie wissen um den betrug wie konntest du dies tun murmelt er was schrie sie auf und ihr augen flammte du wagst mir aus diesem brief einen vorwurf zu machen bist du kein mensch hast du keine eltern gehabt und du sagst daß du mich liebst nein nein werde er bestürzt ab so war es nicht gemeint du hast ja recht wir müssen an die heimreise denken aber doch nicht vor dem frühling eine winterreise mit dem zarten kinde vom gardasee nach galizien das wäre ja wahnsinn denke doch an unsere reise bis june da schlugst du einen besonders mühseligen weg ein wir könnten über wien gehen auch die alten sind im winter unwirtlich genug bedenke wenn dem kinde etwas geschehe das sollst du nicht auf dem gewissen haben wann also willst du reisen sobald es trüben frühling wird im april gut dein ehrenwort agenor sie werden mich wohl schon weit früher hier verhaftet haben vor sie ihm durchsirn mein ehrenwort sagte er und noch eins wann soll die taufe des kindes sein es ist nun sechs wochen alt die amme klagt mir dass sie nun des kleinen heiden willen von den leuten viel gehänselt wird es soll bald möglichst geschehen versprach er ich sagte dir schon ich habe keine papiere mit die meinen wirklichen namen ausweisen ich schrieb um sie aber sie sind noch nicht eingetroffen es ist so weit hin ja weit seufzte sie tief auf und starrte vor sich hin nütze doch den schönen tag fügte sie dann hinzu fahr auf den see hinaus du begleitest mich nicht sie verneinte er faßte ihre hand sie war kalt judith begann er was immer kommen mag aber die kehle war ihm wie zugeschnürt er konnte den satz nicht zu ende bringen stumm verließ er das zimmer mechanisch griff er nach dem hut und schlug den weg zum see ein dann während er so langsam gesenkt den hauptes dahin ging war nur ein gedanke in ihm wie etwa noch die gefahr abzuwehren sei welche dieser brief über ihn gebracht etwa durch schleunige flucht nach sizilien nach ägypten aber war wirklich die anzeige bei den gerichten gemacht und nahmen diese die sache ernst dann nützte ihm die flucht nichts mehr dann war auch schon ein steckbrief hinter ihm erlassen und es blieb ihm nur noch eins übrig eine kugel vor den kopf oder ein sprung in die klare unergründlich tiefe flut um ihn denn als ihm dieser gedanke kam da saß er kaum wußte er selbst wie dies zugegangen in einem nachen den sein lieblingsferge ein brauner hübscher junge lenkte nicht so tief hinabbeugen senior konnte hörte er ihn plötzlich sagen das bringt den nachen aus dem gleichgewicht er richtete sich wieder auf nein das durfte nicht eher sein als bis es eben unbedingt nötig war schon um des armen weibes willen zurück befahl er und während ihm so das städtchen wieder aus dem wogen entgegen wuchs suchte er seine gedanken zu ordnen er hatte nur einen weg offen er musste den kommissär benachrichtigen ihm die nötigen mittel anweisen die sache bei den gerichten tot zu machen der mensch vermag nach dieser richtung viel dachte er und wird es um seiner eigenen haut willen tun das und auf welche weise herr wroblewski aus dem amt geschieden war ihm nicht bekannt der ehrenmann hatte wohlweislich geschwiegen und michael stiegle schrieb keine zeile die ihm nicht unbedingt nötig schien er eilte heim und begann hastig den brief aber schon nach wenigen zeilen entsang die feder seiner hand wie abscheulich dies ist dachte er wie feig wer mir gesagt hätte besten ich noch feig sein würde hässlich hässlich knuschte er und ballte die faust daß die nägel schmerzhaft ins fleisch drangen aber dann griff er doch wieder zur feder es musste ja sein freilich lange genug wehrte es bis er wurde für den bedenklichen auftrag gefunden er kuvertierte den brief fügte eine anweisung an stiegle bei dem kommissär zehntausend gulden zu bezahlen kuvertierte nochmals und gab das ganze in einen umschlag der die adresse des wiener bankhauses trug auch das ist feig und verkniffen murmelte er in qualvoller selbstverachtung und wann soll dies lügen und betrügen ein ende haben der gedanke an die taufe seines kindes fiel ihm wieder schwer aufs herz das unehelich geborene kind der jüdin judith trachtenberg musste eigentlich nach dem josefinischen gesetz jude werden kein katholischer priester durfte es taufen ehe nicht die mutter schriftlich ihre einwilligung gegeben und als graf nogila oder baranowski trug den knaben kein priester in die matrikel ein ehe der trauschein der eltern vorgelegt war was sollte er tun abermals ein verbrechen begehen die wahrheit gestehen und da keines von beiden möglich war wie lange noch konnte er den drängen der mutter standhalten der herrliche tag war für den grafen der trübste den er je erlebt und als die sonne glorreich über den hügel obdropole sank das see und anland in roter tiefer glut luderten da sah er bange nach sie hatte ihm heute schlimmes gebracht aber was erst beschien sie vielleicht morgen er fand erst spät den schlaf und hässliche träume quälten ihn als der graf erwachte stand die sonne schon hoch am himmel sein diener jan stand vor ihm der alte mann sah verstört aus verzeihung dass ich sie geweckt habe stammelte er aber die frau gräfin liegt in tiefer ohnmacht und ich er rang die hände ich alter esel bin schuld daran was ist geschehen rief agonur und fuhr hastig in die kleider weil ich nämlich nicht lesen kann fuhr der alte weinerlich fort sonst hätte ich ja die adresse verstanden und den postvermerk und hätte ihr den brief nicht gegeben welchen brief rief der graf zitternd vor erregung und fasste ihn an den schultern nämlich sie hat mir ja diesen brief vor mehreren wochen gegeben noch ehe unser prinzchen zur welt gekommen war jan sagte sie auf die post gegenschein ich gebe ihn also auf nun komme ich heute an den schalter unserer post zu holen es ist aber nur die zeitung da und ich will schon gehen da sagt mir der beamte herr jan sagt er diesen brief bekommen sie zurück in das land wo der adressat jetzt ist sagt er geht noch vorläufig die post nicht ich frage nicht weiter und nehme den brief komme damit zur frau gräfin die sitzt schon im frühstückszimmer und wie sie den brief ansieht schreit sie auf mein vater und singt ohnmächtig hin nämlich der brief war an ihn und auf der rückseite steht adressat verstorben das sagt die hanja die kann ja lesen und ich alter esel der graf hörte ihn nicht mehr er war bereits auf dem weg zum frühstückszimmer die zofe hanja stand vor der tür die frau gräfin ist bereits bei bewusstsein meldete sie will aber allein bleiben und hat mir befohlen niemand zu ihr zu lassen auch sie nicht fügte sie bei als er die klinke ergriff er schob sie beiseite und trat ein die unglückliche lag auf der diele hingestreckt in wirren strähnen hing das gelöste haar über das fahle starre antlitz er stürzte auf sie zu sie hob langsam den kopf und stützte sich auf die arme auf und sah ihn an mit einem blick dass er unwillkürlich stehen blieb und die lider senkte in dies starre auge konnte er nicht sehen geh sagte sie leise kaum verständlich aber der ton ging ihm durch mark und bein wie ein verurteilter wankte er hinaus auch den tag über durfte er sie nicht sehen sie blieb in ihrer schlafstube und wies speise und trank von sich der graf war ratlos aber der hanja die sehr an der herrin hing kam ein guter einfall entschlossen nahm sie am abend das kind auf den arm trat vor die herrin und flehte sie an sich zu fassen sie hoffte judith dadurch aus der starrheit ihres schmerzes zu erlösen zu tränen zu bewegen das zwar gelang ihr nicht aber judith streichelte das kind und ließ sich bewegen etwas suppe zu nehmen einige stunden später es ging doch schon auf mitternacht ließ sie auch agener holen zaghaft kam er herein und als er an ihr lager trat und in ihr antlitz blickte da wollte ihm das herz stillstehen vor mitleid und reue judith murmelte er wenn du wüßtest was auch ich leide sie nickte angenehm ist's dir nicht sagte sie hart aber ich will dir keine vorwürfe machen ich habe dich rufen lassen weil ich einiges wissen muß du wirst mir die wahrheit sagen du glaubst an gott agener und wirst mich in solcher stunde nicht belügen judith bat er lege dich heute nicht noch mehr auf denke an unser kind eben darum erwiderte sie ich werde sonst wahnsinnig antworte agener wann ist mein vater gestorben er wollte eine ausweichende antwort geben versichern dass er es nicht wüsste unter dem bann dieser augen vermochte er es nicht vor etwa einem jahre sagte er es war ein einziger kurzer laut ein laut furchtbarer seelenqual dann schloss sie die augen und lag schwer atmend da judith murmelte er und suchte ihre hand zu fassen still zischte sie still ich bin seine mörderin gewesen die wahrheit agener am tage nach meiner flucht ist er gestorben nein beteuerte er einige wochen später gleich viel aus kram über mich warum logst du daß er uns verfolge das war keine lüge er selbst hatte noch die gerichte gegen uns angerufen und seit seinem tode betreibt raphael die sache so wurde mir vom hause geschrieben möglich rafael ist ein guter sohn er sucht seines vaters tod an den mördern zu rächen wenn er wüsste wie überflüssig das ist mein ist die rache spricht der herr wenn er wüsste wie gott selbst dies werk begonnen hat und er wird es vollstrecken ich fühle es das arme schuldlose kind schließe auf er sank zu füßen ihres lagers nieder und hob die gefalteten hände zu ihr empor eben um des kindes willen judith es kann noch alles gut werden sie schüttelte finster den kopf auf fluch und lüge baut sich kein glück auf war er schon tot als ich dir angetraut wurde fragte sie dann er schwieg darum also durfte ich damals nicht heim aber schreiben ließest du mich und gabst dein ehrenwort dass du den brief bestellen wolltest dein ehrenwort graf agenur baranowski erwäge in welcher lage ich damals war du warst kaum genesen der arzt hatte vor jeder neuen aufregung gewarnt du kannst und darfst mich darum nicht verachten aber war dies deine einzige lüge steh auf befahl sie blick mir ins auge bin ich dein weib bin ich christin er fühlte wie ihm alles blut zum herzen strömte aber so erinnere dich doch ich weiß aber mir schwankt der boden unter den füßen mir ist als müsste ich auch daran zweifeln was meine eigenen augen sehen meine eigenen ohren gehört haben und dann was weiß ich von euren bräuchen vielleicht war alles ungültig ein betrug mich am leben zu erhalten denkbar wärs dein freund und ratgeber war ja ein schurke wenn es ein betrug war so gestehe es wenigstens jetzt ich werde mich nicht töten ich verspreche es dir denn dann hätte ja mein kind keinen vater mehr und ich müsste ihm wenigstens die mutter erhalten ich will die wahrheit wissen wenn ich keine christin bin so werde ich doch wieder beten können und meinen vater betrauern in unserer weise du müsstest der schlechteste aller menschen sein agenor wenn du jetzt noch lügen könntest antworte ich frage nochmals bin ich christin bin ich dein weib er fühlte seine knie wanken und griff nach dem bettpfosten sich zu halten wild grauste das blut in seinen ohren das herz stand still vielleicht nur eine sekunde zögerte er mit der antwort es dünkte auch ihm eine unerträglich lange zeit und als er endlich sprach da war es ihm als hörte er eines anderen stimme so verändert klang sie ja du bist eine christin und mein weib ende von kapitel 8 kapitel 9 von judith trachtenberg von carl emil franzos diese librivox aufnahme ist in der public domain seither waren drei wochen ins land gegangen weihnachten stand vor der tür tag um tag lag derselbe sonnenglanz über see und bergen der schönste dezember sagten die leute der je dem gardagau beschieden gewesen und mitten in dieser lichten schönheit spannen die beiden menschen im schlösschen bei portas an michele das trübe bange scheue dämmerleben fort in das sie sich verstrickt judith hatte sich bald wieder erhoben sie fand sich zu den mahlzeiten ein kein seufzer kein wort der klage kam mehr über ihre lippen auch der graf führte sein leben fort wie vor jenem tage und rührte nicht mehr an das geschehene aber beide empfanden es deutlich und qualvoll dass sich eine tiefe tiefe kluft zwischen ihnen aufgetan sie fühlte dass sie nicht mehr zu ihm gelangen können er fand nicht den mut dazu den anlauf zu wagen wie in einem nebel gingen sie nebeneinander dahin und sahen jeder des anderen seele nur noch undeutlich und keines streckte mehr die hand aus des gefährten hand mitleidig und liebevoll zu fassen nur zweimal hatten sie während dieser wochen ein wort über das notwendige das gleichgültige hinaus gesprochen die augsburger allgemeine zeitung die erhielt es war das einzige große blatt welches damals in österreich zugelassen war brachte eines tages einen langen aufsatz über das neue zivilehegesetz im großherzogtum sachsen weimar es war das erste derartige gesetz in europa welches die ehe zwischen christen und juden ohne glaubenswechsel ermöglichte diesen aufsatz hatte sie eben gelesen als er ins zimmer trat sie fragte ob er ihn schon kenne er bejahte sehr merkwürdig fügte er hinzu gewiss und wer bei uns daheim aufgewachsen ist wäre versucht es für unmöglich zu halten aber nun wo das wunder in dem einem lande geschehen ist werden wohl auch die anderen folgen und vielleicht kommt die zeit wo es für niemanden mehr ein unglück bedeutet ein herz zu haben in diesem herzen zu gehorchen sie atmete tief auf nicht wahr ich darf das blatt behalten wenn ich ein gebetbuch hätte würde ich es da hineinlegen er erwiderte nichts und erst nach einer weile sagte er nur um eben nicht ganz stumm zu bleiben die von weimar haben überhaupt viele leuerungen eingeführt aber sie hörte es wohl kaum ein ausdruck tiefen schmerzvollen sinnes lag auf ihren zügen glaubst du fragte sie dann plötzlich daß es ein gebetbuch gibt welches für alle menschen taugt die an gott glauben gleich viel welchen bekenntnisses sie sind ich weiß es nicht erwiderte er ich will mich erkundigen es wäre wohl nutzlos sagte sie heute gibt es wohl noch kein solches buch aber vielleicht kommt auch noch dafür die zeit das zweite gespräch aber welches anderes behandelte als die mahlzeit das wetter oder das befinden des kindes ergab sich kurz darauf anlässlich eines besuches welchen ihnen der bodestar von riva gemacht agenor war sehr bleich geworden als ihm das oberhaupt der stadt gemeldet wurde aber es handelte sich um eine harmlose sache am silvestertage sollte in trient ein großes fest zugunsten der armen südtirols stattfinden der potestar wollte den reichen forestieri persönlich die karten überbringen um eine überzahlung zu erzielen als der dicke olivgelbe herr sich unter vielen dankesworten für die reiche gabe wieder aus dem salon geschoben hatte fragte judith willst du nicht hingehen nein erwiderte er befremdet es interessiert mich gar nicht und wie könnte ich dich allein lassen was sollte mir hier geschehen ich habe oft schon daran gedacht und nur nicht gewusst wie es dir sagen es wäre für dich gut wenn du für einige wochen wieder in der welt lebtest und vielleicht auch für dich rief er ist es schon so weit zwischen uns gekommen für uns beide erwiderte sie sanft vielleicht fänden wir uns nach einer solchen kurzen trennung unbefangener zueinander sprich nicht weiter fuhr sie hastig fort als er reden wollte durch worte wird es nicht gut überlege dir meinen vorschlag ich bitte dich sie erhob sich und verließ rasch das zimmer eine woche nach diesem gespräch hart vor weihnachten erhielt agenur einen geldbrief seines wiener bankhauses das guthaben des herrn grafen schrieben die herren m l biedermann und company sei allerdings bereits erschöpft sie trügen selbstverständlich gleichwohl kein bedenken die gewünschte summe angebogen ergebens zu überreichen beten jedoch um baldige deckung auch erlaubten sie sich beifolgend wieder zwei briefe zu überreichen der eine sei vor etwa einer woche angelangt der andere soeben als eilbrief mittels estafette das ältere schreiben war jene dringende mahnung stiegles zur sparsamkeit das jüngere kam von roblewski und enthielt bereits die antwort auf den brief den agenur am 30 november an ihn gerichtet obwohl rafael meldete er den an den toten adressierten brief sofort erbrochen und zu den akten gegeben hoffe er die gefahr doch noch abzuwenden soweit er umgehend weitere 30.000 gulden erhalte wo nicht so gedenke er selbst durch eine kugel der schmach zu entgehen und könne dem grafen nur raten ein gleiches zu tun beigelegt waren einige zeilen stiegles er habe auch die zuletzt angewiesenen 10.000 gulden aufgetrieben aber zu 40 per cent zinsen da er unter diesen umständen das sichere verderben hereinbrechen sähe so kündige er hiermit seinen posten endgültig zu ende märz in fast sinnloser wut zerknüllte agenur den brief des kommissärs welch ein schurke wie viel habsucht und verlogenheit er ihm zugetrat solche niedertracht doch nicht er hatte unter dem eindruck jener unterredung mit judith in den nächsten tagen nicht daran gedacht seine anweisung zurückzuziehen und es dann unterlassen weil es wohl zu spät war der biedere probleski dachte er gibt nichts wieder er wird mir das geld wahrscheinlich als vorschuss für künftige dienste quittieren und nun dieser brief und in dieses menschen hände war er gegeben allerdings nicht ganz waffenlos mehr gerade dieses letzte schreiben bewies seine niedertracht sonnenklar aber auch dies konnte nicht viel nützen solange ihm der graf durch sein fernbleiben bewies wie sehr ihm vor jeder enthüllung bange schon deshalb musste er heim und dann um ordnung in seiner wirtschaft zu schaffen alle allodialgüter ließen sich nun nicht mehr halten aber konnte er fort durfte er judith allein lassen in diesen qualvollen widerstreitenden gedanken verflossen ihm die stunden bis zum mittagessen mühsam raffte er sich dann so weit auf um judith ein möglichst gleichmütiges gesicht zu zeigen es gelang ihm wohl nicht ganz denn als er nach dem speisen zur zigarre griff trat sie auf ihn zu und fragte du hast heute schlimme nachricht vom hause erhalten was ist es nichts von bedeutung erwiderte er verdrießlichkeiten in der wirtschaft die alten schulden von meinem vetter her da musst du heimgehen und es ordnen das ist deine pflicht ich bleibe inzwischen mit dem kleinen hier im april holst du uns oder wir kommen allein nach du möchtest mich gerne los sein fragte er mit gezwungenem lachen aber der blick den er dabei auf sie richtete war sehr ernst sie verstand diesen blick und hielt ihn ruhig aus das ist törichte vorstagener dass mich das kind unter allen umständen ans leben fesseln würde weißt du nun und wie dürfte ich dir solchen schmerz bereiten was immer du sonst an mir gefehlt hast dein wort hast du eingelöst und mich zu deinem weibe gemacht ich sage dir offenbar nur ich glaube es wäre ein glück für dich und mich wenn ich bald eines natürlichen todes stirbe judith verzeih ich hätte es nicht sagen sollen aber es ist mir so gleichsam von selbst aus dem herzen empor und auf die lippen gequollen und wahr ist's ja schon hier haben wir es nicht leicht wie erst daheim aber mein freiwilliger tod wäre doch ein furchtbares unglück für dich dein gewissen könnte niemals zur ruhe kommen es ist ein grauenhaftes gefühl fuhr sie fort und ihr antiz wurde furchtbar düster während sie dies sagte eines menschen leben auf dem gewissen zu haben eines menschen der uns geliebt dir soll dies erspart bleiben agenur wann reistest du lass es mich noch überlegen bat er wie soll ich von dir gehen wenn ich dich von so qualvollen gedanken erfüllt weiß und du quälst dich grundlos still war sie flehentlich kein wort davon durch wurde wird es nicht gut sagte ich dir schon neulich gerade mir zuliebe solltest du gehen ich habe die empfindung als ob ich leichter mit mir fertig würde wenn ich die nächste zeit einsam verbrechte und was könnte dich etwas sonst hindern die furcht vor raphaels rache vor der strafe der gerichte ich habe in den letzten tagen viel darüber nachgedacht es scheint mir jetzt wo ich klarer sehe fast unglaublich daß du sie im ernst fürchten könntest der geklagte ein graf aus uraltem geschlecht welcher der katholischen kirche eine seele zugeführt der kläger ein judenjunge und der prozess spielt in galizien glaube mir agenur wenn du mich entehrt und dann von der schwelle gejagt hättest und ich die betrogene die zertretene wäre deine anklägerin die herren richter würden mir ins gesicht lachen wenn ich deine bestrafung verlangte ich sage es ohne bitterkeit nur weil es eben die wahrheit ist nochmals du musst reisen er bat gleichwohl wieder um bedenkt zeit und wenn sie es inzwischen erfährt dachte er aber wie konnte sie es erfahren da ihr aufenthalt nur ihm und dem wiener bankhause bekannt war und dass sie sich nicht über den april hinaus der heimat würde fernhalten lassen war ja klar kehrte er heim so konnte er vorsorge treffen vielleicht den rat eines tüchtigen anwalts einholen nach weihnachten reiste er ab auch der augenblick des abschieds führte die entfremdeten gemüter nicht wieder zusammen so freundlich ihr herzlich die worte klangen mit trockenen augen blickte sie ihm nach als der wagen aus dem tor des parkes rollte auf fröhliches wiedersehen rief er ihr noch zu auf wiedersehen erwiderte sie freundlich und ließ ihr tüchlein flattern daß es nicht fröhlich sein werde sagte ihr das herz nun ward es noch stiller im palazzino bei porta san michele nur der aldean der zum schutz der frauen zurückgeblieben ließ sich zuweilen im städtchen sehen judith verließ nie die umfriedung des parkes viele zeit verwandte sie auf die pflege des kindes las wohl auch in den büchern die ihr agener aus innsbruck gesendet aber manche stunde sah sie stumm und regungslos da in tiefes brüten versunken mit starrem nach innen gekehrten blick daß die treue hanja ganz betrübt umherrschlich und in ihrer herzensangst immer neue vorwände ersann um so oft als möglich in den kleinen salon zu drehen das kluge mädchen war erst auf der reise in tschernowitz in judiths dienste getreten und wußte von ihrer vorgeschichte nicht viel von dem letzten schlimmsten unglück das diese arme seele heimgesucht nur daß sie des vaters tod betraure aber das mitleid machte sie scharfsichtig wenn der graf wüsste was ich weiß dachte sie zuweilen grollend dann schriebe er häufiger darin tat sie ihm unrecht er war nicht lässig und gab kurze nachricht so oft es die hast der reise dann der ansturm unerquicklicher geschäfte und erlebnisse nach der heimkehr gestattete aber auch die längsten ja vielleicht sogar die liebevollsten briefe hätten den druck nicht verringert der auf judiths gemüt lastete er schrieb daß er manches zu ordnen vorgefunden und mit wenigen verkehre einmal fand sich auch die kurze bemerkung die furcht vor den gerichten sei wohl wirklich überflüssig gewesen ein andermal die nachricht er höre dass es rafael gut gehe er widme sich mit vielem eifer und erfolg der leitung der fabrik sie dankte ihm für jeden brief herzlich und versicherte es gehe ihr und dem kinde wohl auch sie schrieb kurz keine silbe von dem was all ihr sinnen erfüllte wenn sie früher selbst geglaubt in der einsamkeit leichter mit sich fertig zu werden so hatte sie diese hoffnung betrogen ihr stand im wachen und im traum nur immer ein bild vor augen das sterbelager des vaters und wie sein letzter hauch ein fluch für seine mörderin gewesen immer immer sah sie dies auch wenn sie an der wiege des kindes saß und darum war es vielleicht gut für die unglückliche als eines tages die sorge um ihr kind dringender an sie herantrat als bisher die annunziata wurde krank eine andere amme ließ sich nicht sofort beschaffen man musste den versuch machen das kaum drei monate alte kind durch künstliche nahrung aufzuziehen es gelang aber nicht ohne die größten sorgen und kümmernisse und nur in diesen peinvollen tagen hatte sie jene andere schlimmere pein nicht empfunden darüber war der februar zu ende gegangen im garten der villa blühten nun die ersten frühlingsblumen und die lüfte weden so warm wie drüben in der dürftigen heimat wo alle gedanken des jungen weibes weiden kaum im juni das kind konnte nun wieder lange stunden im freien verbringen auf der sonnigen terrasse hinter dem hause die annunziata die nur noch seine wärterin war hielt es auf dem schoße judith saß daneben und beugte sich zuweilen auf sein händchen nieder es zu küssen dann lächelte das kind welches die mutter schon wohl kannte und griff ihr mit den händchen ins gesicht und in solchen augenblicken fügte sich wohl daß auch über dies büstere bleiche verhärmte antlitz der schein eines lächelns huschte so saßen sie auch eines tages es war zu anfang märz auf der terrasse beisammen als jan erschien und berichtete im flur stehe ein bettelmönch der den herrn grafen zu sprechen wünsche obwohl annunziata kein wort von seiner meldung verstehen konnte da er ja mit der herrin in der sprache der heimat verkehrte fügte er doch nur flüsternd hinzu ein bote aus galizien der uns kennt auch unseren wirklichen namen ich habe ihm nun schon zehnmal gesagt der graf ist verreist aber er erwidert mir immer melden sie mich mich wird er empfangen und geht nicht von der stelle bring ihn her sagte judith der mönch ein gebückter kreis mit langem weißem bart erschien gelobt sei jesus christus begann er und neigte sich tief und da judith nicht einfiel so fügte er selbst hinzu in ewigkeit haben sie wünschen meinen gatten zu sprechen fragte sie er ist kurz vor neujahr verreist wann er wiederkommt weiß ich nicht genau er ist auf seinen gütern in podolien gnädigste gräfin sagte der kreis mit zitternder stimme ich muss ihn sprechen bitte sagen sie ihm wenn sie mir nicht glauben unterbrach ihn judith stolz und scharf so habe ich ihnen nichts mehr zu sagen der mann wich einen schritt zurück verzeihung murmelte er aber es wäre für mich so furchtbar so furchtbar wiederholt er laut mit so veränderter stimme dass ihn judith befremdet anblickte ich habe ja vorher dann wieder mit seiner schwachen zitterigen kreisens stimme fort den ungeheuren weg nur gemacht um ihn zu sprechen können sie es nicht mir sagen nein unmöglich aber er blieb auf der stelle was wünschen sie noch fragte sie der mönch erwiderte nichts jan jedoch sagte der hochwürdigste herr wird wahrscheinlich einen imbiss und eine kleine gabe nicht verschmähen beides kannst du ihm reichen sagte judith und wandte sich dem kind zu als sie wieder aufblickte war bereits der mönch dem diener in den flur gefolgt seltsam dachte sie wie hat der mann den weg hierher gefunden kommen doch sogar agenors briefe an mich auf dem umweg durch das wiener bankhaus und was mag er gewollt haben eine stunde später bei tische meldete jan der alte sitzt noch drinnen in der gesindestube aber da ist etwas nicht in ordnung wieso als ihm die hanja vor das essen brachte erschrak er sehr ich sah es ganz deutlich er fuhr zusammen und zitterte sie aber sagt sie kenne ihn gar nicht zweitens aber säuft dieser kreis wie es drei junge nicht können ich habe ihn gewarnt dieser weltiner ist ein teufelswein aber er säuft ihn in sich hinein wie wasser und stöhnt dazwischen er wüsste nun nicht was anfangen gib ihm zwei gulden befahl judith und schaff ihn aus dem hause etwa eine halbe stunde später als sie in ihrem zimmer saß und einen brief an agenor schrieb in welchem sie ihm auch diesen besuch berichtete kam die hanja hereingestürzt schreckensbleich und zitternd gnädigste gräfin stammelte sie in höchsterrecken der mönch ist ein gauner der schreiber trutka ich kenne ihn wie der ignaz trutka welcher schreiber beim advokaten in tschernowitz war bei dem ich diente und mir hat er damals den hof gemacht und wollte mich heiraten aber zu meinem glück wurde bald ruchbar dass er ein gauner war der von der polizei gesucht wurde nämlich er pflegt sich als priester zu vermummen und die leute zu betrügen aber der mönch ist ja ein greis er trägt einen falschen bart der bart blieb ja dem jan in den händen als er ihn anfasste nämlich als er nicht fortgehen wollte und noch mehr wein verlangte wies ihn jan hinaus er aber rief in diesem hause darf ich verlangen was ich will und hob dabei die faust gegen jan fiel aber hin weil er schon sehr bezecht war und jan über ihn wie ich den lärm höre eile ich hinein und da sehe ich wie sich jan aufrichtet und mit ihm der bart aber der mönch bleibt liegen was ist das rufe ich und stürze hinzu und erkenne den gauner du bist rufe ich was suchst du hier ich werde dir das priesterspielen verleiten gleich hole ich die polizei er aber als ich so rufe wird vor schreck wieder fast nüchtern und richtet sich auf ich kenne sie nicht sagte er sie irren sich was sage ich meinen einzigen verlobten soll ich nicht kennen na warte hallunke und da flüstert er mir zu schweig wenn dir dein leben lieb ist ach was sage ich dich gauner und leutebetrüger werd ich nicht schonen jan werfen sie ihn hinaus aber jan muss ihn wohl auch schon gesehen haben gnädigste gräfin denn er starrt ihm ins gesicht und ist ganz bleich dies gesicht sagt er nur immer vor sich hin wo habe ich dies gesicht nur gesehen mich haben sie noch nie gesehen sagt der trudger oh doch sagt jan in borki aber nun werden sie so blass gnädigste gräfin in der tat judiths antlitz war fahl geworden jeder blutstropfen schien daraus gewichen wie gebrochen sang sie in den lehnstuhl neben dem sie gestanden weiter murmelte sie weiter es ist ja nichts mehr zu sagen warum sind sie erschrocken hätte ich's ihm nicht sagen sollen aber ich dachte ich muß ihnen melden was vorgeht denn der jan steht ja wie jenes alte weib in der bibel als wäre er von stein und sagt immer nur nein nein aber mein gott sie werden ja ohnmächtig es schien so judiths augen hatten sich geschlossen das haupt neigte sich auf die schwer atmende brust aber sie zwang die schwäche nieder und erhob sich ich muß ihnen sprechen murmelte sie den jan soll ich ihn holen sie schüttelte den kopf und schritt vorwärts aber ihre knie zitterten so sehr da sie wohl ungesunken wäre hätte sie nicht hanja gestützt um gottes willen rief das mädchen was ist ihnen wohin wollen sie deinen arm murmelte judith und ließ sich zur gesinntestube führen die tür des großen niedrigen gemachs war weit geöffnet an dem tisch stand jan ihm gegenüber der fremde dessen schelmengesicht mit dem glattgeschorenen haar seltsam genug aus der kutte hervorguckte der falsche bart lag noch auf dem boden neben der zerbrochenen flasche der alte treue mensch hatte eben sein geldsäckchen auf den tisch gelehrt die tränen rannen ihm über die wangen das ist all mein erspartes schluchzt er zweihundertvier gulden das wird ihnen zur heimreise reichen und der graf wird ihnen geben was sie wollen aber nun gehen sie um gottes willen gehen sie die ärmste darf es nicht erfahren judith trat ein ich danke dir jan murmelte sie nun aber geh ich habe mit dem manne hier zu sprechen der alte taumelte zurück gnädigste gräfin schluchzte er auf er lügt ja er lügt ja geh wiederholte sie meine kraft reicht sonst nicht mehr weinend schlich er zur tür hinaus und wies die hanja weg die ihm mit fragen bestürmten wir werden gut acht geben müssen stieß er beben davor tag und nacht der see ist zu nahe drinnen wehrte die unterredung kurz nur wenige minuten dann kam der truttgar herausgeschlichen den bart in der hand wahrhaftig herr jan murmelte er sie dauert mich aber ich soll sie hineinschicken sie hat einen auftrag für sie als jan in die stube trat saß sie auf der bank am tische hier murmelte sie und zog ein schlüsselchen hervor öffne die kassette in meinem zimmer und gib dem menschen die dreihundert gulden die ich ihm versprochen habe und schick mir die hanja das mädchen welches wenige sekunden später eintraf fand ihre herrin ohnmächtig auf der diele hingestreckt es war eine tiefe ohnmacht erst der arzt den jan herbeigeholt konnte sie durch seine essenzen bannen er blieb bis tief in die nacht bei der kranken und schien nicht ohne ernste sorge es ist ein gehirnfieber im anzuge sagte er als er ging ich fürchte der fall wird schwer er irrte als sie am nächsten tage erschienen fand er judith außer bette sie sah jählings gealtert aus wie ein schatten ihrer selbst und es erschütterte ihn als er gewahrte dass sich in das rote gold ihres haares helle fäden gemischt graue haare murmelte er gnädigste gräfin ich weiß nicht was ihnen begegnet ist aber sie sind mutter glauben sie mir ich denke daran versicherte sie und dankte ihm für seine teilnahme er verließ sie beruhigter als er gekommen auch hanja atmete auf als sie die herrin wieder klar und gütig wie immer zu sich reden hörte nur jan blieb ängstlich das endet nicht gut murmelte er den tag über wo er ging und stand vor sich hin gott erhalte ihr ihren verstand und seine sorge steigerte sich als sie ihn am abend herbeirief und ihm sagte du hast dein erspartes für mich opfern wollen jan da du mich so lieb hast so wirst du mir gewiß dein geld leihen wenn ich dich darum bitte mit tausend freuden sagte er aber in der kassette liegt noch so viel dennoch bitte ich darum ich zahle es dir gewiss zurück er brachte es ihr und sagte dann betrübt zu der hanja etwas ist da unter der stirn doch nicht richtig am nächsten morgen sollte er erkennen dass sie auch darin klaren sinnes gewesen ende von kapitel 9 kapitel 10 von judith trachtenberg von carl emil franzos diese librivox aufnahme ist in der public domain es war drei wochen später nach dem kalender der erste frühlingstag aber auf der podolischen heide sah es hässlich und trübselig aus als legen sonnenschein und blauer himmel viele jahre fern es fröstelte den grafen agenor während er so von seinem schlösschen borki auf halb aufgetauten straßen durch wind und regen der kreisstadt zufuhr weil ihn sein anwalt dringend zu einer unterredung eingeladen doch das lag wohl nicht allein an dem wetter auch nachdem er nun schon eine stunde in dem wohlgeheizten amtszimmer seines rechtsfreundes verbracht musste er auf und nieder gehen die hände reiben das gefühl der kälte und schwere zu bezwingen dass ihm die glieder zu lähmen drohte fast drei monate seufzte er und was habe ich erreicht sollte dies ein vorwurf sein erwiderte der anwalt so müsste ich ihn ablehnen was ich tun konnte ist geschehen sie haben nun wieder ordnung in ihren finanzen und um keinen schwereren preis als unbedingt nötig herr stiegle bleibt ihnen erhalten herr von roblewski freilich auch aber dagegen kann ich nichts tun in güte lässt sich da nichts richten bieten sie ihm ein schweiggeld jährlicher zwanzigtausend gulden auf lebenszeit er wird es dankend annehmen aber schon im ersten jahre weitere zwanzigtausend fördern und gewähren sie diese nicht so liegen die dinge wieder wie heute einzuschüchtern ist der mann auch nicht seine briefe an sie beweisen seine verlogenheit seine schurgische gesinnung aber ihre briefe an ihn dass sie einen betrug und kirchenfrevel begangen und ihn zur bestechung der richter zu verleiten gesucht wollen sie seine drohungen in den wind schlagen ich habe dazu geraten ehe ich ihn näher kannte jetzt kann ich's nicht mehr er ist der typisch des leichtfertigen schurken als erpresser und verschwender gleich groß was er ihnen erpresst ist er tatsächlich bereits den wucheren schuldig ihre furcht vor ihm ist seine einzige erwerbsquelle versiegt sie so ist er schlimmer dran als ein bettler und seine äußerung gegen mich dann suche ich eben meine versorgung im zuchthause und spiele mit meinem zellen genossen baronowski im erbsen enthält ein korn wahrheit haben sie nun seine anzeige zu fürchten ja der betrug an dem mädchen wird leicht wiegen schwerer ist das vergehen gegen das staatsgesetz am schwersten der kirchenfrevel ich resümiere dies rein tatsächlich moralisch wäre vielleicht die reihenfolge umzukehren auch nach meinem empfinden sagte der graf düster wenn ich an das arme weib denke krampft sich mir das herz in der brust zusammen dann sind sie wohl fragte der anwalt von selbst auf den gedanken gekommen den ich ihnen als meinen besten rat mitteilen wollte sie meinen judith alles zu gestehen und taufe und trauung nun nochmals und ernstlich zu wiederholen ja daran habe ich oft gedacht aber ich fürchte die reue kommt zu spät ich habe sie einmal als ihr zweifel kamen belogen es war der schimpflichste augenblick meines lebens ich fürchte erfährt sie dies so wird ihr der tod lieber sein als ein leben an meiner seite vergessen sie nicht sie liebt ihr kind versuchen müssen sie es jedenfalls ich bin überzeugt es wird glücken ich gebe ihnen diesen rat allerdings zunächst nur als jurist dann können sie den kommissär ruhig seinem schicksal überlassen und ihn auf die straße setzen statt ihr schönes schloss zu meiden weil er darin haust die anzeige macht er wohl auch in diesem fall aber die strafe fällt gelind aus und hat in den augen der welt nichts entehrendes mehr der bischof mischt sich dann wohl kaum in die sache sie haben ja in der kirche wirklich und wahrhaftig eine seele zugeführt der weltliche richter aber vor dem sie dann zuerst stehen vor blevskis nachfolger herr grozza ist ein mann von feinstem rechtsgefühl so besorgt ich um sie wäre wenn er etwa jetzt über sie zu richten hätte ebenso bin ich davon überzeugt dass er dann sagen wird der graf hat gefehlt aber auch gelitten gebüßt und gut gemacht jedoch nicht bloß der jurist auch der freund kann ihnen keinen besseren rat geben sie fühlen sich nicht glücklich weiß gott nein sagte der graf mit zuckenden lippen mit solcher last auf dem herzen kann man es nicht sein befreien sie sich von dieser last und die rücksicht auf ihre standesgenossen kann sie auch nicht hindern nein sagte agenor bitter wahrhaftig nicht schlimmer kann meine stellung zu ihnen nicht mehr werden ich bin ja ein verfämter da sehen sie zu schwarz begütigte der anwalt aber schlimmes geräte ist ja vorhanden ich habe mich immer darüber gewundert wie auf jene äußerung hin die ihr lakai gegen einen anderen lakaien in florenz gemacht das gerücht von einer scheinehe so weit dringen konnte und vor allem warum es seit einigen monaten plötzlich allgemein geglaubt wurde die lösung lautet weil sich diese version welche ja leider auch der wahrheit entspricht am boshaftesten und giftigsten ausbeuten lässt hätte jemand etwas noch schlimmeres aussinnen können die wahrheit wäre nicht durchgedrungen nun aber hat jedermann gelegenheit die echtfarbigkeit seines katholizismus zu bezeugen indem er über den frevel in der kapelle zu borgi die augen verdreht und sich als ritterlich zu bewähren indem er ihr benehmen als eines edelmannes unwürdig verdammt es ist so weit gekommen dass man sogar die jüdin bedauert hätte ich es nicht mit eigenen ohren gehört ich würde es nicht glauben dies alles aber geschieht zwar ausgiebig aber heimlich herr großer darf es ja nicht erfahren das wäre denunziation nun lieber graf wie sich diese stimmungen gestalten werden wenn sie die jüdin in einigen monaten als ihre rechtmäßige gattin heimbringen kann ich ihnen freilich nicht verbirgen aber ich meine nicht bloß nicht schlimmer sondern besser denn dann werden wenigstens die edlen und guten groß ist ihre zahl freilich nicht anders über sie denken sie haben recht sagte agenor und erhob sich und was geschehen muss soll bald geschehen ich fahre noch heute ins städtchen ordne mit stiegle die dinge für die zeit meiner abwesenheit und trete morgen die reise nach riva an die nötigen papiere beschaffen sie wohl und senden sie mir nach kein auftrag könnte mir lieber sein sagte der anwalt und drückte die dargebotene hand alles glück auf den weg als der graf kurz darauf wieder über die heide fuhr dem städtchen zu war das wetter noch schlimmer geworden dichter strömte der regen nieder mit eisschlocken untermischt und gefrohr kaum daß er zur erde gelangt nur im schritt konnte der kutscher die eisklatte straße dahin fahren gleichwohl fuhr es den grafen nicht mehr seine wangen waren gerötet die augen hell so leicht hatte er sich seit lange lange nicht mehr gefühlt es war ein schmaler harter pfad der nun vor ihm lag aber er führte zum frieden mit sich selbst vielleicht zum glück immer strömender wurde der regen und ein schneidender nordwind peitschte ihn vor sich her nun brach auch die dämmerung ein und der brave fedko mußte zuweilen stillhalten bis er den richtigen weg erkannte ein hundewetter gnädigster entschuldigte er sich bei dem grafen ich kenne doch die heide und ihre tücken aber so schlimm wie heute ist es mir nur noch einmal ergangen das war als ich er brach ab es kam ihm plötzlich zu bewusstsein daß die erinnerung an den tag da sich das judenmädchen in den schlossdeich gestürzt vielleicht seinem herrn wehe tun würde und in seiner verlegenheit darüber hieb er so heftig auf die pferde ein daß sie rascher vorwärts trabten zu fall kamen sie dabei nicht wohl aber übersah fitko auf diese weise ein anderes gefährt welches mühselig vor ihm dahin schlich ein armseliges mit einer leichten leinwandplache überdecktes lohnwägelchen so hart fuhr er daran an daß die ekipage feststand fluchend stieg er ab das ratlos zu machen auch der lohnkutscher offenbar ein jude begann zu fluchen als ob er den kaiser drin hätte rief er so überfährt er die leute den kaiser fahr ich nicht erwiderte fitko stolz aber der herr graf baranowski will auch gern vorwärts kommen und ich rief der jude für nur eine arme kranke jüdin mit einem kleinen kind aber das sind auch menschen na na sagte nun der gutmütige fedko begütigend die minute aufenthalt wird ihnen nichts schaden und rasch hieb er wieder auf die feurigen rappen ein daß der abstand zwischen den beiden gefährden immer größer wurde längst hatte fedko bereits den schlosshof erreicht als vor der lohnkutsche eben erst die lichter der vorstadt roskowka auf blinkten der jude wandte sich um frau rief er in das innere des wagens da sind wir in roskowka in der schenke könnt ihr milch für das kind haben gott lub erwiderte eine schwache stimme ja haltet an ich bitte euch ich fürchte ohnehin das kind wird sich erkältet haben es ist zu unruhig aber wie denn tröstete der mann alle eure tücher habt ihr ja um den kleinen gebreitet und ihr selbst friert es ist ja ein abbarmen und eigentlich auch eine sünde gegen euch selber aber mit einer mutter zanken da müßt ich ein noch größerer nach sein aus dem wagen kam leises wimmern einer kinderstimme nur noch zwei minuten sagte der kutscher aber wohin fahren wir dann es kam keine antwort frau hört ihr nicht vor welchem hause im städtchen soll ich halten auf der straße erwiderte nun die stimme leise und zitternd ich werde auf der straße aussteigen weil ihr so warm begleitet seid krollte der mann aber wie ihr wollt brrrr hier ist die schenke er half der frau aus dem wagen und da er sah dass sie wankte so wollte er ihr das kind abnehmen und führte sie da sie dies nicht litt stützend ins schenkzimmer der große wüste raum war von zechenden bauern und vorleuten überfüllt die luft qualmig und stickig von fuseldunst und tabakstampf und der ausdunstung der vielen menschen die nässe triefen in den überheizten raum getreten das ist nichts für euch sagte die wirtin mitleidsvoll als ihr der kutscher den neuen gast zu führte und öffnete die türe zum anstoßenden raum ihrer wohn- und schlafstube rasch brachte sie die milch herbei auf der ganzen welt findet ihr keine bessere beteuerte sie und sah dann zu wie die fremde die milch in ein saugflaschen füllte und sie dem kind einflößte ihr nährt das kleine nicht selbst fragte sie freilich ihr seid wohl zu schwach dazu die fremde hatte das tuch welches ihren kopf dicht umhüllte weit vorgezogen die wirtin konnte das antlitz nicht deutlich sehen daß es gramvoll und abgezehrt war erkannte sie doch aber das kindchen gedeiht auch so gut fügte sie tröstend hinzu ein kneblein nicht wahr wie lustig es jetzt mit dem beinchen strampelt da seid ihr wohl noch nicht lange unterwegs weil es so munter ist kommt ihr aus luste die fremde verneinte wir sind wochenlang unterwegs sagte sie aber ich habe getan was ich konnte und es gibt ja überall barmherzige menschen wochenlang rief die frau jetzt im winter da kommt ihr wohl aus der krakauer gegend noch weiter her noch weiter also aus aschkanas das ist deutschland vielleicht aus prag dort ist eine große gemeinde aber nach eurer sprache hätte ich gedacht ihr wärt aus unserer gegend wollt ihr bei mir übernachten die fremde verneinte ich muss ins städtchen wenn ihr die wirtshäuser dort für besser haltet meinte die frau etwas gekränkt fuhr dann aber wieder teilnahmsvoll fort ihr zittert ja habt ihr das fieber wartet ich bring euch etwas sub es ist mir nicht ums geld ich will nichts dafür wenn ihr arm seid und ehe eine antwort erfolgen konnte war sie schon hinausgeeilt in die küche die fremde sollte nicht lange allein bleiben zuerst kam der kutscher ruht euch nur recht aus frau ich habe zeit dann guckte ein bärtiger männerkopf in die stube gott willkommen ich bin der wirt vom haus die sub kommt gleich endlich trat eine kreisin ein bei deren anblick die fremde zusammenzuckte und das tuch tiefer ins gesicht zog aber das alte kleine dörre weiblein mit dem verhärmten gesicht aus dem eine große gekrümmte nase hervorschlag wie ein zeigefinger kümmerte sich nicht um sie es bot den guten abend setzte sich ans andere ende des tisches und starrte aus geröteten tränenfeuchten augen kummervoll vor sich nieder die wirtin kam den dampfenden teller in der hand gott willkommen muh miriam begrüßte sie die kreisin das ist schön dass ihr herkommt statt drüben in eurem stüblein allein zu sitzen sie stellte den teller vor die fremde hin greift zu etwas hühnerfleisch habe ich auch hineingetan nicht viel man gibt's wie man's hat dann wandte sie sich wieder zu der alten aber nicht schön ist dass ihr noch immer so viel weint muh miriam ach schluchzt du die miriam gold ich weine nicht es weint so von selbst aus mir heraus sie war ja doch mein kind mein fleisch und blut na ich habe ja auch in der ersten zeit nichts gesagt sagte die wirtin aber nun ist sie vier monate tot und ihr weint euch noch täglich die augen aus sagt müssen wir nicht alle sterben und wie oft die jungen vor den alten hab ich nicht meine raelle begraben müssen und meine raelle aber ich will euch nicht kränzen ich weiß was ihr sagen wollt erwiderte miriam dass eure raelle ein brav kind war und meine lea nicht aber wenn sie auch zur kirche gegangen ist und eines bauern weib wurde habt ihr es schriftlich muh malke habt ihr es schriftlich dass unser herr da oben sein name sei gelobt von der lea so denkt wie ihr ja muh miriam sagte die wird in ernst fast feierlich das haben wir alle schriftlich da steht's sie wies auf die bibel die auf dem fensterbrett lag gott will nicht dass aus einer lea eine barbara wird wir werden es nicht ausmachen erwiderte die kreisenabwehr und fuhr sich mit der schurze über die rot gewandten jeder lasst mir den trost dass auch mein armes kind ein gnädiger richter gewesen ist und als es mit ihr zu ende ging da hat sie sich wohl erinnert dass sie einst lea geheißen da schickte sie ja zu mir und ließ mich flehentlich bitten zu kommen aber ich war zu feig dazu und ließ mich überreden und tat meinem armen kinde noch diese letzte kränkung an ihr ist nun wohl aber an mir zehrt die reue und darum weine ich muh malke und ich werd nicht aufhören zu weinen ihr wisst erinnerte die wird und ich hab euch als ihr mich fragtet nicht zu noch abgeredet ich sagte ihr müsst den rabbi und die anderen frommen befragen das ist keine weibersach oh es war eine weibersach schlurft sie miriam wer darf zwischen mutter und kind treten aber da schüchterten sie mich ein gott wolle es nicht und als ich zu raphael ging da erwiderte er mein almosen soll euch nicht entzogen sein auch wenn ihr es tut aber ich kann nicht dazu raten eure tochter stirbt ja nicht sie ist längst tot ich an eurer stelle ginge nicht ich weiß ihr seid glücklicher als ich eure lea wurde keine ehrlose wie meine schwester aber sagte er ein wehlaut kurz schrill gellend klang durchs gemach daß beide frauen zusammenschraken was ist euch riefen sie der fremden zu sie hatte die hände vors gesicht geschlagen das tuch war ihr vom kopf geglitten daß man das rotblonde mit grauen strähnen durchzogene haar sah die wirtin wich einen schritt zurück und starrte mit einem grauen mit einem abscheu auf dies gelöste haar als hätte sich ihr plötzlich ein nest von nattern entgegen geringet was ist das schrie sie auf seid ihr kein ehrlich jüdisch weib das ihr euer eigen haar tragt auch die miriam stand wie gelähmt barmherziger gott murmelte sie dieses haar die unglückliche so antwortet doch rief die wirtin zur fremden gewendet hier ist ein jüdisch haus man will wissen wen man beherbergt die miriam trat auf sie still murmelte sie erkennt ihr sie denn nicht es ist ja die judith die judith schrie die wirtin gellend auf hinweg judith ließ die hände sinken und wandte ihr das antwitz zu ich geh ja schon murmelte sie ich geh schon mit weit aufgerissenen augen starrte die wirtin in diese todesblassen züge wie sie einst es schien ihr wie gestern schön und hold gesehen auf die gebeugte von fieberschauern durchrüttelte gestalt o murmelte sie endlich vor sich hin da hat gott gestraft die miriam aber war auf judith zugeeilt nicht in tropfen wie vorhin in strömen schossen ihr die tränen über die runzeligen wangen und mit leidenschaftlicher inbrunst umfasste sie die zarte gestalt und strich mit ihren welken händen über das verhärmte antwitz du ärmste schließt die beben davor du ärmste dich sendet mir gott die wirtin sah befremdet zu wie tief ihr groll gegen die abklimmige war bei diesem anblick empfand sie ein leises brennen der lieder sie wandte sich zur tür machts kurz murmeriam sagte sie ich muss es nun meinem mann sagen und der wird's nicht leiden und im hinausgehen murmelte sie vor sich hin wie mitleidig die miriam ist ich wollt's auch sein wenn ich mich nicht vor gott fürchten würde dies mit leid aber brach so ungestüm hervor dass er selbst diesen unsäglichen erstarrten jammer zu rühren zu lösen vermachte ich weiß stammelte judith ich weiß miriam ihr habt mich immer lieb gehabt sehr lieb murmelte die kreisling du warst ja so schön und gut oh so gut als ich damals erfuhr sie hätten dich im garten mit dem grafen gesehen da gab es mir einen stich da innen und das herz tat mir weh fast so weh wie an jenem tage da mir mein armer mann sagte o weib wäre doch dein schoß lieber verschlossen geblieben unsere lea hält es mit dem vasili in meiner herzensangst lief ich zu dir hin und erzählte dir die geschichte meines kindes um dich zu warnen so schwer es mir fiel ich tat es dir zuliebe ach es war umsonst wie hab ich dir nachgetraut beten durfte ich ja nicht für dich sie sagen ja daß es eine sünde ist für eine abtrünnige du bist doch christin unterbrauch sie sich judith schüttelte den kopf o jubelte die kreisling auf dann kann doch vieles gut werden nicht wahr du wolltest dich nicht taufen lassen und darum verstehst dich der graf nein ich bin jüdin aber die schuld der abtrünnigkeit lastet dennoch auf mir ach und wie viele andere noch ich bin ein unseliges geschöpft verdammt in diesem und im künftigen leben im künftigen nicht judith sagte miriam fast feierlich wer so alt geworden ist wie ich und wem die menschen so viel bitteres zugefügt haben in seinem namen der erkennt dass er wohl barmherziger sein muss als die menschen und wie hast du gebüßt ich frage nicht danach auf dem gesicht steht's dir ja geschrieben vor der tür war halblautes streiten hörbar sie muss hinaus wetterte eine männerstimme sie hat auch kein erbarmen mit ihrem vater gehabt es war der wirt dazwischen klang begütigend die stimme seines weibes komm bringte miriam ich wohne nur einige häuser weit das stüblein ist geheizt da kannst du übernachten judith hüllte das kind widersorglich ein ich danke euch sagte sie aber durch mich sollt ihr nicht ins unglück kommen miriam ihr seid auf die guttaten der leute angewiesen sie würden euch zirn mögen sie rief die kreisinnen hoch aufgerichtet stand sie da und wie ein leuchten lag es auf ihrem welken antlitz und wenn ich deshalb humers sterben müsste ich würde doch die stunde segnen wo dein fuß meine stube betreten hat denn dich sendet mir gott er hat erhört was mein herz tag und nacht seit mein armes kind gestorben zu ihm empor gestammelt hat da rang ich die hände und rief o könnt ich meine feigheit und härte gut machen was nützt der toten meinen wehklagen und was fängst du mit meiner reue an barmherziger gott der du willst daß auch wir menschen barmherzig sind er aber wußte was mit meiner reue anfangen der lebenden kann ich bezahlen was ich der toten schuldig geblieben bin komm schloss sie fast flehend komm zu mir ich kann nicht erwiderte judith ich muß zu rafael nein nein rief die kreisinnen abwehrend spare dir diesen schmerz fügte sie dann zaghaft hinzu du hast ja vorhin mit angehört ich muß sie suchte sich zu erheben aber die kräfte versagten ihr ich muß wiederholte sie und nun gelang es aber nur schwankend stand sie da so stark rüttelten sie die fieberschauer und als ihr miriam das kind aus den armen nahm musste sie es dulden die tür ward aufgerissen der wirt trat ein wenn ihr nicht gleich er hielt inne als er die beiden zum gehen gerüst sah und der anblick der wankenden machte ihn vollends stimm zwölf kreuzer murmelte er nur noch als sie ihn nach ihrer schuldigkeit fragte und strich die kufferstücke die sie ihm aufzählte verlegen ein überlegs bat die miriam noch einmal als sie dem wagen zuschritten wenn du rafael aufsuchen willst so tu's morgen nachdem du dich ausgeruht hast es muß heute sein erwiderte judith mein fieber wird immer stärker der arzt und luste meinte daß ich schwer krank werde morgen bin ich vielleicht ohne besinnung und muß so dahin sterben wir fahren wandte sie sich an den kutscher der mürrisch neben seinen pferden stand zum großen haus gegenüber dem kloster ich weiß schon erwiderte der mann finster da ich bezahlt bin muss ich's tun aber hätte ich in parnopol gewusst wer ihr seid er beendete den satz nicht und hieb grimmig auf die pferde ein da sie mit einem ruck aus dem torweg fuhren draußen im kotmeer der straße ging es wieder schritt für schritt stumm saß judith da das kind an sich gepresst nur zuweilen schlugen ihre zähne im fieberfrost hörbar aufeinander dann begann miriam immer wieder zu flehen den schweren gang erst morgen zu tun du bist ja halb tot schrie sie verzweifelt auf es muß sein erwiderte die unglückliche aber meine gedanken beginnen sich zu verwirren und eine seele muß es erfahren solange ich reden kann der frevler soll seiner strafe nicht entrinnen hört miriam wie der graf an mir getan hat sie erzählte es in kurzen wirren worten miriam verstand es nicht recht nur soviel war ihr klar daß das arme geschöpft furchtbar getäuscht worden du armes kind schluchzte sie und schlug ihre arme um die betende und als der wagen vor dem hause hielt bat sie laß mich mit raffael sprechen ihn vorbereiten auch davon wollte judith nichts wissen aber als sie dem wagen entstieg und nun vor dem hause stand wo sie die glücklichen schönen behüteten tage ihres lebens verbracht dem hause an welches sie mit verzehrender sehnsucht zurückgedacht sei sie in die fremde gegangen schien sie ihre kraft zu verlassen sie wankte und wäre wohl trotz miriams hilfe zu boden gesunden wenn sich nicht ein stärkerer mitleidig genaht hätte es war der kutsche eines wagens der vor dem hause hielt bist du aus lehm rief der ruthene zornig dem fuhrmann judiths nach als dieser auf dem bocke blieb und nun davon fuhr ohne sich weiter um die beiden frauen zu bekümmern der jude wandte sich um an der ist gotteslohn zu holen rief er höhnisch ich gönne ihn dir und er verschwand im nebel noch einmal raff die judith ihre kraft zusammen und trat von miriam gefolgt ihr kind auf dem arm in den flur und dann ohne anzupochen in die tür von ihres vaters arbeitszimmer der raum war dämmerig erleuchtet beim schein einer kerze schrieb rafael am pult an einem briefe als er die tür gehen hörte wandte er sich um ein halblauter schrei entfuhr seinen lippen dann starrte er totenbleich wie von entsetzen und abscheu gelähmt die unselige an als wäre ein gespenst vor ihm entporgeschrieben hinweg murmelte er endlich hinweg wiederholte er lauter und wies mit zitternder hand nach der türe rafael schluchzte sie und sank wo sie stand hart an der tür in die knie die miriam aber stürzte vor und fasste den saum seines talars und rief verzweiflungsvoll erbarme dich sie ist ja heimgekommen zu sterben er machte sich los und wich zurück der türe zu die ins nächste gemach führte er war unheimlich anzuschauen wie er so dastand die erblassten lippen halb geöffnet das wachsgleiche anblitz verzerrt mit der rechten nach der türklinke tastend die linke ins wirrre schwarze haar vergraben ein bild so wilden krolls und entsetzens dass die kreisend bebend vor ihm zurückfliecht so verflossen einige sekunden auch jude trägte sich nicht erst als plötzlich das kind zu weinen begann schien ihm bei diesem laut die besinnung zurückzukehren schafft sie fort rief er da miriam zu heiser fast unverständlich rangen sich ihm die worte aus der gepressten kehle ihr erbteil liegt beim bürgermeister hier hat sie nichts zu suchen erbarmen rief miriam ihr seid unter einem herzen gelegen denke dass ihr zwischen deinem vater deiner mutter das grab gebettet ist leiter schrie er wie rasend auf die vater mutterin verdient es nicht dumpf ächzte julid auf ihr haupt schlug zu boden das kind entglitt ihren arm und begann laut zu wimmern miriam stürzte auf das kneblein zu und hob es auf rafael rief sie und hielt es empor erbarme dich des unschuldigen kindes aber er hörte sie nicht mehr er hatte das zimmer verlassen miriam war mit der ohnmächtigen allein hilfe schrie die kreisend vater im himmel erbarme dich ihr ruf wurde gehört die tür zum flur öffnete sich ein alter herr mit derben braunem antlitz haar und schnurrbart silberweiß trat ein es war dr reiser schweigt herrschte er die kreisend an die bei seinem anblick vor freude noch lauter zu schreien begann als vorhin aus verzweiflung und beugte sich über die ohnmächtigen nieder dann richtete er sich tief erschüttert empor er brauchte nicht zu fragen wer sie sei und was sich hier begeben eilig stürzte er zur tür rief den kurzer seines wagens der vor dem haus der hielt der arzt hatte eben einen besuch beim kommissar grozza im ersten stock gemacht dabei und befahl ihm seinen arzneikasten zu reichen dann mühte er sich die ohnmächtige durch essenzen zum leben zu bringen nur die miriam in der kutscher leisteten ihm dabei hilfe die alte sarah die sich einen augenblick an der geöffneten türe sehen ließ lief furchtsam hinweg als miriam sie anrief endlich schlug judith wieder die augen auf der arzt erkannte sofort daß ihr die besinnung nicht wieder gekehrt sei mein grab schrie sie wild auf und suchte sich den händen ihrer pfleger zu entringen ich will mein grab erst als der anfall sich wieder gelegt konnte sie der arzt in seinen wagen bringen zu mir bat miriam ich habe ein gutes bett und meine stube ist warm auch dr reiser wußte kein anderes asyl weder im juden noch im christenspital war ja die aufnahme zu erhoffen auch lag das häuschen in welchem miriam ihre stube hatte nur wenige schritte von seinem hause entfernt so befahl er denn seinem kutscher auf kürzestem wege am schlosse vorbei nach roskowka zu fahren fluch über ihn rief die greisen als sie an den erleuchteten fenstern des schlosses vorbeifuhren da zechter wohl oben mit seinen freunden was kümmert ihn sein opfer und sein kind der arzt erwiderte nichts wahrscheinlich dachte er ähnliches aber die beiden irden war eine vergeltung für sein tun groß genug so hatte sie den grafen waranowski in diesem augenblick erreicht da ging er von allen furien der reue der furchtgepeinigt in seinem arbeitszimmer auf und nieder und las immer wieder den brief aus riva welchen er eben vorgefunden die hanja berichtete über die ereignisse der letzten zeit das verschwinden ihrer herrin wie sie schon die nachbarn aufgeboten die leiche im see zu suchen als ihnen ein kutscher aus mori den abschiedsgruß der herrin und dem alten jan auch noch die besondere versicherung gebracht dass er sein geld gewiss zurück erhalten werde aber es ist nicht darum sondern er bangt um die gnädige und das liebe bübchen und ich auch und wir bitten den herrn grafen uns heimkommen zu lassen zu spät der fels war im rollen es ließ sich nichts mehr gut machen nichts verbergen als seine todfeindling kam sie heim ihn der schmach preiszugeben wie seiner sinne nicht mächtig durchmaß er das zimmer stunde um stunde bis ihn die wankenden füße nicht mehr trugen und die bleichen lippen wiederholten immer wieder bald laut bald leise die beiden worte zu spät zu spät Ende von kapitel 10 kapitel 11 von judith trachtenberg von carl emil franzos diese librivox aufnahme ist in der public domain noch an demselben abend hatten die nachbarn raffaels die neuigkeit erfahren am nächsten morgen ging sie von mund zu mund und weckte unangemessenes staunen und grauen gott hatte den frevel an seinem heiligen namen gerecht die frevlerin in den staub geschmettert als todkranke als bettlerin war judith trachtenberg heimgekehrt und die leute die sie gesehen meinten daß sie wohl sterben werde die rechnung war ausgeglichen hier war kein anlass mehr zu mitleid oder verfolgung aber eben weil hier gott selbst gerichtet darum lobten sie raffael dass er ihm nicht in den rechenden arm gefallen und tatelten miriam weil sie dies gewagt sie bringt sich um ihr künftig heil urteilten die milderen und die besseren zu der verantwortung die sie um ihres eigenen entarteten kindes willen treffen muss fügt sie diese neue schuld anders die rohen und strengen welche von neugier getrieben seit dem frühen morgen das häuschen in roskowka umlagert hielten um durch das fenster oder beim öffnen der türe gottes offert zu sehen als die greisen aus dem stübchen trat und sie beschwur zu gehen oder durch die stimmen zu dämpfen damit die kranke nicht beunruhigt werde wichen nur wenige zurück die meisten drängten drohend heran schäme dich riefen sie ihr zu du bringst schmach über die gemeinde aber das arme schwache weiblein das sonst im bewusstsein seines unglücks seiner dürftigkeit demütig dahin geschlichen und sich vor den geringsten gebeugt damit er ihm die sünde seiner tochter vergebe wich nicht stolz aufgerichtet stand miriam da und auf dem welgen antlitz lag jener glanz wie am abend zuvor da sie erkannte wozu gott ihre reue brauchen könne schämt euch rief sie ihr törichten was wisst ihr von ihm und was vor ihm eine schmach ist zurück sage ich und es musste wohl etwas in diesem antlitz diesen worten sein was selbst die rohen traf denn sie gaben raum freilich nur eine sekunde lang dann rief einer hat sich noch kein christ gefunden der dich heiraten will und der hohn löste den zauber aber da kam der miriam hilfe einer der vorsteher der gemeinde der kreise simon tragmann ging vorbei und trat schützend vor die kreisinnen geht rief er gebieterisch wo gott gesprochen haben die menschen zu schweigen geht ich fordere es im namen eures toten wohltäters war es sein wille dass die sünderin an seiner seite ruhe so will er auch dass sie im frieden sterbe darauf verließen sie das häuschen und ballten sich auf der straße zusammen und sprachen nur noch halblaut miteinander die neugier hielt sie fest kaum wussten sie selbst worauf sie warteten aber das unerhörte musste doch auch irgendwelche folgen haben zunächst freilich hatten sie vergebens nur der alte arzt der bereits im morgengrauen da gewesen trat ins häuschen aber während er noch drinnen verweilte kam ein wagen gefahren in welchem das oberhaupt der stadt saß der herr bürgermeister als er die ansammlung sah widerstand er schwer der versuchung eine rede zu halten dann aber besann er sich dass er ja gekommen nach seinem mündel zu sehen und ging in die krankenstube dort händigte er der miriam einen größeren betrag für die pflege ein und erkundigte sich bei dr reiser nach dem stande der krankheit aber dieser vermied jede bestimmte antwort judith liege an einem heftigen nervenfieber ob sie davon kommen werde wisse er nicht der herr bürgermeister fühlte sich dadurch veranlasst seinem lebhaften mitgefühl in bereten worten ausdruck zu geben und da er wenn er erst den klang der eigenen stimme vernommen sich nicht so bald wieder von dem genuss ihres wohllauts trennen konnte so richtete er nun auch an miriam eine lobrede über ihre barmherzigkeit aber die alte frau unter paring kurz mit der bitte die kranke nicht zu erregen und noch energischer verfuhr der arzt er nahm den demosthenes unter den arm und führte ihn hinaus dort aber vor der türe ward ihnen ein anblick der auch die gaffer für ihr ausharren belohnte vom schlosse her kam im galopp eine ekipage herangebraust und hielt vor dem häuschen graf agenur sprang heraus und eilte bleich zitternd vor erregung auf die beiden männer zu wie stets stieß er angstvoll hervor und fasste die hand des arztes dr heiser gab zögernd bescheid allzu freundlich war dabei sein antlitz nicht ich muss zu ihr rief agenur sie soll gleich ins schloss gebracht werden sie und mein knabe ich lasse sie keinen augenblick länger hier der arzt räusperte sich lang gedehnt das wäre doch erst zu überlegen ihr anblick dürfte auf die kranke nicht eben beruhigend er konnte nicht vollenden die miriam war in den flur gestürzt und vor den grafen getreten hinweg rief sie gellend hinweg wiederholte sie leise aber mit herbster entschiedenheit die judith und ihr kind bleiben hier frau sagte der graf bittend ich bin ihnen für ihre barmherzigkeit sehr dankbar aber im schloss kann sie ja bessere luft und pflege haben ihren dank brauche ich nicht erwiderte miriam nun fast flüsternd sie tat sich offenbar den größten zwang an es kann ja auch nicht jeder so barmherzig sein wie sie die judith bleibt bei mir sage ich und das würmchen auch niemand kann sie besser pflegen als ich und die luft es ist keine gute luft in ihrem schlosser graf sie richtet zugrunde ich fordere mein recht erbieter der agener meine familie still die kreisend trat noch näher an ihn heran kaum vernehmbar fielen die worte von ihren lippen ihr weib wollten sie sagen zwingen sie mich davon zu sprechen er wich zurück und verstummte herr doktor wandte er sich flehend an den arzt aber dieser schüttelte den kopf nichts zu machen herr graf sagte er kommen sie meine herren die alte frau da ist drinnen nötig einige stunden später ging das gerücht durch städtchen die judith sei gestorben hunderte strömten nach oskovka sich gewissheit zu holen die nachricht war falsch vielleicht war sie nur deshalb entstanden und tauchte auch in den nächsten tagen immer wieder auf weil es die leute für undenkbar hielten dass die unglückliche genesen können gott hatte sie ja verurteilt und das grab hatte schon so war alles in richtigkeit als sie nun aber leben blieb und der arzt jeden der ihn fragte von tag zu tag bessere nachricht gab wurden die leute unruhig juden wie christen wenn sie leben blieb so stimmte die rechnung nicht mehr wie sollte man dann über sie urteilen wie sich zu ihr stellen dennoch gab es im städtchen wohl nur einen menschen der ihr aus ganzem herzen den tod wünschte das war herr ludwig von broblewski ihre genesung bedrohte seine sicherheit von dem grafen hatte er nichts zu fürchten aber genaß sie und reichte die klage bei krotza ein dann war es mit seinem schönen behaglichen leben für immer vorbei dann nahm ihn ein engerer wohnraum auf als das schloss und das wohl gleichzeitig mit ihm auch den grafen das verderben ereilte konnte ihm nur geringen trost gewähren je günstiger die nachrichten aus der krankenstube klangen desto schlafloser wurden seine nächte und als er drei wochen waren seit judith heimkehr vergangen die kunde erhielt dass sie bereits außer bett sei ließ er agenur um eine unterredung bitten denn der graf litt ihn zwar in seinem hause und hatte bisher selbst die frechsten wünsche nicht zu weigern gewagt aber ihr unfreundliches gespräch im januar unmittelbar nach des grafen heimkehr war zugleich das einzige geblieben agenur wich ihm aus statt seiner verhandelte wenn es sein musste der anwalt mit dem ex kommissär weil er selbst zu feige ist dachte dieser mein verlangen nach einer unterredung wird er nun eben darum gleichfalls nicht abzuschlagen wagen er irrte agenur lehnte ab nun musste wroblewski zur feder greifen in lebhaften farben schilderte sein brief die gerüchte über die scheinehe die schon früher in adeligen kreisen im umlauf gewesen und nun seit judith heimkehr jedem menschen auf zehn meilen in der runde bekannt seien niemand zweifle an ihrer wahrheit es sei nur rätselhaft daß ich trotz habe bisher nicht darum gekümmert wie aber wenn nun judith spreche ihm selbst schloss er drohe ja auch dann keine gefahr nur seine freundes treue bestimme ihn zu dieser warnung aber auch dieser bewegliche brief blieb ohne antwort und als sich wroblewski nun an den anwalt wendete erwiderte dieser der grafglaube von der mutter seines kindes nichts befürchten zu müssen spräche jude doch so werde dies zunächst herrn von wroblewski unangenehm sein da sich aus den aussagen des ignaz trudga ergeben werde dass ihm der hauptanteil an jenen unerquicklichen vorfällen gebühre besagter trudga habe sich ihm zu diesem zwecke vor einigen wochen zur verfügung gestellt es war eine schlimme stunde für den ex kommissär als er diese antwort las da ihm keinen mahnbrief mehr aus mohilev zugekommen so hatte er auch nichts geschickt und das geld für sich verwendet nun tauchte dieser mensch wieder auf pa dachte er dann wenn dem grafen nicht bange ist was soll ich mich sorgen er hat seine ehre zu verlieren ich wahrhaftig nicht aber ganz leicht wollte es ihm doch nicht wieder zumut werden vielleicht überschätzte er die stellung des grafen indem er so dachte vielleicht hatte auch dieser nach der ansicht der leute seine ehre nicht mehr zu verlieren judiths heimkehr hatte jene gerüchte tatsächlich belebt und verschärft ob es seine standesgenossen unwürdig fanden dass er einer jüdin wegen überhaupt so viele umstände gemacht oder ob sie seine mittel tadelten in seiner verurteilung fanden sich alle zusammen aber diese missachtung die ihm in den ersten wochen seiner heimkehr das bitterste weh bereitet schien ihm nun gering angesichts des schwereren leids welches über seine seele gekommen der zehrenden reue der bohrenden angst vor den gerichten alles gute und schlimme seines wesens wirkte verein zusammen ihm diese qual zu verschärfen seine liebe für die unglückliche die brennende sehnsucht sein fehl zu büßen und die selbstachtung zurück zu gewinnen aber nicht minder jener falsche äußerliche begriff der ihm einst jede sünde geringer hatte erscheinen lassen als die verheiratung mit der jüdin sie darf nicht sterben rief er in fast sinnloser angst dem alten arzte zu den er in diesen schmerzenstagen täglich besuchte und sie darf mich nicht anklagen fügte er im nächsten atemzug mit derselben leidenschaftlichkeit hinzu vielleicht war ihm selbst nicht klar wovor ihm mehr bangte was ihn schmerzlicher getroffen hätte dr reiser der ihm anfangs hart genug begegnete empfand allmählich mitleid mit dem gequälten manne und als ihn dieser beschwor zwischen ihm und judith zu vermitteln ihm zu ermöglichen jenen vorsatz auszuführen den er schon vor ihrer heimkehr gefaßt versprach er einen versuch zu wagen aber so vorsichtig er ihn unternahm schon bei seiner ersten andeutung röteten sich die bleichen wangen der genesenden und abwehrend streckte sie die hand gegen ihn aus sprechen sie's nicht aus rief sie noch wär ich nicht stark genug es anzuhören kehrt mir die kraft zurück dann will ich seiner gedenken um ihn zu verderben sagte der alte mann traurig um meine pflicht gegen mich und mein kind und meinen bruder zu tun erwiderte sie wo sie wissen nicht wie sehr er an mir gefrevet hat sogar mein erbe wollte er mir rauben dies doch wohl nicht wandte der arzt ein ich meine mein grab rief sie wild ausbrechend mein bestes was mir geblieben ist ach es ist ja mehr als ich noch je zu hoffen gewagt habe sie sehen mich so seltsam an herr doktor aber mein kopf ist klar ich sehe jetzt alles wie es war auch seine feigheit seine schlechtigkeit oh wie groß sie waren wie groß lassen wir das gespräch war dr reiser und fasste ihre hand ich sehe sie hassen ihn und da habe ich nichts mehr zu sagen ja ich hasse ihn sagte sie dumpf aber ich tue ihm nicht unrecht dass er mich betrogen und in seine arme gerissen hat das kann ich noch verstehen ich könnte sogar vergeben wie hätte er wissen sollen dass auch die jüdin ein menschlich wesen ist und ein herz im leibe hat und ehre auch weiß ich ja wohl wie sehr ihn jener schurke anstachelte und ihm die wege ebnete und alles glattstrich auf das gewissen und dann in seiner art hat er mich ja wirklich geliebt aber noch mehr kann ich verstehen sogar den hässlichen betrug die scheintrauung zu der ihn der schurke gleichfalls bewog ein baranowski es schien ihm der einzige ausweg und dann er raubte er stahl mir meine ehre vor den menschen aber er nahm nicht ohne zu geben was er geben konnte die versorgung seinen schutz seine treue ein anderes jedoch stahl und raubte er mir ohne es zu ersetzen und das war wahrlich ein noch heiligeres gut er stahl mir meinen glauben und gab mir dafür einige tropfen wasser aus der hand eines gauners und dieses verbrechen konnte ihm selbst nicht so nötig erscheinen wie jenes erste er befürchtete ich könnte sonst verdacht schöpfen aber kann ich ihm dies entschuldigen darf ein mensch dem anderen sein heiligstes rauben nur um darüber beruhigt zu sein dass sein frevel unentdeckt bleiben wird und er hatte sich ja die ruhe so leicht auf andere weise schaffen können er wusste ja wie blind ich ihm glaubte die dümmste ausrede warum diesmal die taufe nicht nötig sei und der frevel wäre überflüssig gewesen aber daran dachte er nicht einmal eine jüdin hatte überhaupt ein gemüt was braucht ihr einen glauben und als ihm sagte dass ich ihn brauchte als er sah dass kalte dämmerung in mich war und ich im schmacht nach licht und wärme fast verging da war ihm dies recht unbequem es erinnerte ihn ja an seinen frevel aber dies war auch die einzige empfindung die er dabei hatte und wenn er anders empfand was hätte er tun sollen hätte er sie etwa nachträglich taufen lassen oder ohne diese formalität zu seinem glauben bekehren sollen wäre dies der geringere frevel gewesen nach meiner empfindung sicherlich erwiderte sie fest wäre ich nun katholikin ich empfände dies jetzt gewiss als ein furchtbares unglück jedoch seine schuld wäre in meinen augen geringer aber nun hören sie ferner als ich erfuhr dass mein vater tot sei und mich als seine mörderin fühlte als ich meine seele im schmerzen wand wie sie der all erbarmer wenigen menschen auferlegt haben mag und ich den mann den ich liebte beschwor ich will meinem vater in unserer weise nachtrauern und beten damit ich nicht wahnsinnig werde erbarmer dich und sage mir die wahrheit da log er haben sie auch dafür eine entschuldigung bereit nein erwiderte der alte herr keine entschuldigung aber eine sühne wozu graf agenur nun bereit ist wissen sie ja wohl schon durch ihre pflegerin er hatte kaum von ihrer heimkehr erfahren als er hierher eilte um sein weib sein kind vor aller welt augen in sein schloss zu führen wie blass sie werden blieb ihnen das verschwiegen aus ihren wangen war alles blut gewichen das haupt sank auf die stuhllehne zurück die blassen lippen öffneten sich es ist nichts murmelte sie als er besorgt ihre hand ergriff sie atmete mühsam die miriam erzählte es mir aber ich deutete es anders und nun fragte er wo sie die richtige deutung wissen der graf will sie in derselben stunde wo sie christin werden zu seinem weibe machen so lautet mein auftrag an sie sie lag noch immer schwer atmend da die augen schlossen sich um den mund zuckte es wie von verhaltenen tränen er erhob sich es kommt ihnen unerwartet sagte er ich will mir die antwort morgen holen sie schwieg er blickte ihr ins antlitz und sah wie es immer ruhiger immer stacher wurde die leder blieben gesenkt zwei jähe tränen frachen zwischen ihnen hervor und rollten die wangen herab aber die braunen zogen sich immer finsterer zusammen und so mit geschlossenen augen gab sie durch ein leises schütteln des hauptes die antwort wie soll ich dies verstehen murmelte er bestürzt sie lehnen ab wie könnte ich anders es ist als wollte er die toten lebendig machen wie ich so dachte welches glück es gewesen wäre wenn er sich damals freiwillig dazu hätte entschließen können da kamen mir die tränen nun aber wo er es aus furcht vor dem groza tun will sprechen sie mit ihm und sie werden erkennen wie aufrichtig seine reue ist und denken sie auch an das kind sie können da nicht bei ihrem nein bleiben soll ihr knab als erbe der baranowski durchs leben gehen oder als erbrach ab verzeihen sie aber auch das will erwogen sein in der tat das schienen sie vergessen zu haben unwillkürlich wandte sich ihr blick nach der ecke des stübchens wo die wiege des kindes stand wieder zuckte es um den mund und die augen füllten sich mit tränen ich will sie nicht quälen sagte der arzt im griff nach dem hut befragen sie ihr gewissen und fassen sie ihren entschluss ich komme morgen wieder er verließ das zimmer ich glaube sie haben morgen ihr ja wort sagte er dem grafen als er ihm die unterredung berichtete und da sie beide jung sind so kann alles noch gut werden agenur blickte düster vor sich nieder wenn sie sich nur nicht täuschen sagte er gepresst wenn nur ihr hass gegen mich nicht größer ist als die liebe zu ihrem kind das glaube ich nicht meinte der arzt sie ist ja eine jüdin was täte eine jüdin nicht für ihr kind allerdings setze auch ich darauf alle meine hoffnung denn was etwa eine geringere natur dazu bestimmen könnte die klugheit der persönliche vorteil der drang vor der welt beneidet dazustehen hat über sie keinerlei macht daran denkt sie nicht einmal er war sehr befremdet als die miriam am nächsten morgen bei ihm erschien judith lasse bitten heute noch nicht zu kommen da ihr ja nun das ausgehen gestattet sei so wolle sie ihres vaters grab besuchen das wird sie sehr erregend sagte er sagen sie ihr ich ließe sie dringend bitten noch einige tage zu warten aber die alte frau schüttelte den kopf davon wird sie nichts hören wollen meinte sie und schaden wird sie auch nicht eher schadet es ihr wenn sie sich noch länger vergeblich danach sehend seit sie wieder zur besinnung gekommen ist hat sie ja keinen anderen gedanken als das grab wäre es nach ihrem willen gegangen ich hätte sie längst auf einen wagen geladen und hingeführt heute aber würde sie sich auch nicht abhalten lassen sie hat ja die ganze nacht vor sehnsucht kein auge geschlossen ich glaube schloss die kreisen so ruhigen ton es als spreche sie von dem besuch bei einem lebenden ich glaube sie hat mit ihrem vater zu sprechen mit bangem vorgefühl betrat der arzt am nächsten tage das stübchen und es wuchs als ein judith zugeblickte sie trugen wieder jenen ausdruck düsterer ruhe der seit den tagen der genesung in ihnen heimisch geworden so blickt nicht rein wer sich versöhnen will dachte er und in der tat sagte sie kaum dass er platz genommen ich kann es nicht tun herr doktor ich muss nein sagen und ihr knabe haben sie das recht erwogen auch dies erwiderte sie für ihn wäre es besser das ist wahr es ist ja kein glück ein jude zu sein und zudem gebe ich ihm ja noch eine andere schlimmere erbschaft mit die sonst ein jüdisch kind selten durchs leben schleppen muss die schmach seiner geburt aber was immer eine mutter tun darf damit ihr kind es besser habe eine verbrecherin darf sie deshalb nicht werden und wenn ich mich heute taufen ließe so wäre dies ein verbrechen gegen gott er blickte sie befremdet an das habe ich nicht erwartet sagte er sie wollten es ja schon einmal tun und es lag nicht an ihnen daß es nicht geschah damals entgegnete sie was wußte ich damals von gott was kann überhaupt ein glücklicher schuldloser mensch von ihm wissen und nun war ich die so sehr glücklich war natürlich glaubte ich an ihn und obwohl ich eigentlich lieber eine christin gewesen wäre so war ich doch auch mit meinem glauben leidlich zufrieden und betete wenn ich zu dem vielen was ich hatte noch etwas wünschte kurz eingewandt war mir damals mein glaube warum hätte ich es nicht mit einem anderen bequemeren vertauschen sollen besonders das der geliebte wünschte leicht fiel es mir doch nicht aber nur deshalb weil mich dieser wechsel von den meinen schied aber nun reichten sie mir kein neues gewand und ich wurde unglücklich und wurde schuldig und da erkannte ich was der glaube ist kein gewand sondern die seele selbst und die wechselt man nicht ich weiß was sie sagen wollen fuhr sie ungeduldig fort als er sprechen wollte ich hab's oft genug gehört wir haben alle nur einen vater im himmel ich habe selbst daran geglaubt auch als ich schon im tiefsten elend war und es war mir ein trost zu hoffen vielleicht kommt eine zeit wo alle menschen so denken aber nun wenn ich mein eigenes geschick bedenke und das der anderen um mich her nun kann ich nicht mehr daran glauben wie wir sollten um unseres glaubens willen so viel gelitten haben und es war eigentlich überflüssig es ist ihm gleichgültig wenn wir juden bleiben oder nicht warum lässt er uns dann als juden geboren werden nein er muss wissen was er damit will nichts zwecklos fließt unser blut unsere träne sonst wäre er nicht der allerbarmende der allgerechte nun denn so will ich mich seinem willem beugen und nicht neue schuld auf mich laden ich habe ihn ohnehin zu fürchten ihren gott den juden gott sagte der alte mann traurig ich begreife dass sie zu ihm zurückgekehrt sind aber dennoch ist es wahr der da oben ist kein juden kein christengott und sie wissen wenig von unserem glauben lernen sie ihn erst kennen oh rief sie wild ich habe an dem wenigen genug es ist eine religion der liebe der menschlichkeit sie gebietet der reichen hübschen jüden das haus zu öffnen wenn man ihrem vater geld schuldig ist und damit sich die jungen herren unbefangener mit ihr unterhalten können als mit den christlichen damen sie hat kein gefühl des fremdseins es sind ja menschen wie sie jenen aber sind sie ihr vater ihr bruder keine menschen sondern juden die männer geboren damit der christ von ihrer arbeit seinen nutzen die frauen damit er an ihrer schönheit seinen spaß habe und wenn die jüdin ihr herz an den christen verliert und alles lässt ihm zu folgen weil sie ihn liebt so bietet ihm sein glaube zu denken dass sie eine jüdin ist und es ist eine religion des erbarmens sie schluchzte krampfhaft auf und griff sich ins haar und hielt ihm eine strähne hin durch deren rotes gold ein breiter grauer streifen liegt ich bin zweiundzwanzig jahr alt herr doktor soll ich mehr sagen haben nicht auch fragte er die juden dazu beigetragen dass dieser streif breiter werde auch bei ihnen steht geschrieben liebe deinen nächsten wie dich selbst das ist sogar ein hauptgebot ihres glaubens wie des unseren handeln ihre leute danach denken sie an den empfang der ihnen hier bereitet worden ist mir geschah wie ich es verdient erwiderte sie finster was wussten was wissen sie noch heute anderes von mir als dass ich eine ehrlose bin und meines vaters mörderin aber wenn sie recht hätten herr doktor und es stünde für uns alle eigentlich dasselbe geschrieben und wir sündigten alle dagegen nun dann kann es vielleicht einmal frieden und frühling auf erden werden aber jetzt ist kriegs und winterszeit in der winterszeit bleibt man daheim in der kriegszeit geht man nicht in das feindes lager und wenn sie recht hätten dass auch ihr altar vor gott ein heiliger ort ist so darf ich ihn nicht entweihen sagen sie selbst was müsste ich dabei fühlen wenn ich mein haupt zum taufbecken neigte und woran müsste ich bei der trauung denken es wäre ja nach all dem was geschehen ist vielleicht meine schlimmste sünde und ich fürchte mich vor gott ich muss daran denken wie mein vater darüber geurteilt hätte auch um seine zwillen darf es nicht sein wie ich so gestern an seinem grabe stand ist mir dies klar geworden er war ein gottesfürchtiger mann und hätte nicht dazu geraten dass ein mensch im heiligsten lüge er war ein milder mann entgegnete der arzt und wusste wohl wie viel gott vergeben könne er selbst hat viel vergeben die eigene kränkung sagte sie mit bebender stimme nicht den trefel gegen gott er sagte sich mein kind hat mir das herz gebrochen gott wird es strafen aber ich vergebe ihm und hat es genug gelitten so mag es an meiner seite ruhen und ruft der engel das gericht so mag es an meiner und meines weibes hand vor den richter treten so hat er es gemeint um dieses erbe zu verlieren fiele mir schwer aber für mein kind brächte ich dies opfer ein verbrechen aber wiederhole ich kann ich auch für mein kind nicht begehen er blickte in das bleiche düstere starre antlitz und wagte kein wort mehr stumm erhob er sich drückte ihre hand und wandte sich zum gehen da hielt ihn ein leiser ausruf zurück er klang wie ein seufzer er blickte sie fragend an sie stand vorgebeugt da zitternd das antlitz von glühender röte übergossen noch eins murmelte sie fast unverständlich wenn er sich dazu entschließen könnte sie verstummte wozu fragte er aber da seufzte sie tief auf und ließ die arme schlaff niedersinken nein sagte sie das wird er doch nicht tun wenn er kann es nicht und es ist wohl auch nach unseren gesetzen nicht möglich er würde mich wohl nur verhöhnen dass ich daran zu denken gewagt habe verzeihen sie ich habe nichts mehr zu sagen er fragte noch einmal nein nichts sagte sie nun wieder fest und entschieden darauf verließ er sie es blieb ihm nun noch die bittere pflicht dem grafen die antwort zu bringen aber agenor nahm sie gefaßter auf als er gefürchtet er wurde bei den ersten worten sehr bleich und murmelte ich habe es ihnen vorhergesagt dann verriet sich während er der erzählung klauschte seine unruhe nur durch das nervöse spiel der fingerspitzen auf der tischplatte wie gott will sagte er nachdem der arzt geschlossen mindestens habe ich nun den trost das meine getan zu haben und klagt sie mich an so werden sie mir ihr zeugnis nicht weigern dass ich ihr alles gewähren wollte was sie irgend fordern kann ja aber ungern erwiderte der alte herr kurz die äußerung des grafen verstimmt ihn doch nur einen augenblick dann sagte er sich dass sie im munde des schwachen mannes dem nicht bloß die reue sondern auch die furcht getrieben durchaus begreiflich sei und um sich seiner aufgabe ganz zu entledigen teilte er ihm nun auch ihre letzten worte mit sie übten eine tiefe wirkung auf den grafen mit geröteten wangen schnellte er vom sitz empor und streckte abwehrend die hände vor das kann nicht sein rief er lieber das zuchthaus wie kann sie mir derlei zumuten sie tut es ja auch nicht sagte der arzt sie hat mir nicht einmal gesagt um was es sich handelt und ich will es auch nicht wissen kein übler mensch dachte er als er die schlöschtreppe hinab schritt zudem in trauriger lage aber wie schwach wie schwach ich wette seine fassung hält nicht drei tage vor dann kommt er wieder zu mir und fleht mich an noch einen versuch zu machen er irrte nur insofern als agonur noch am abend desselben tages kam sprechen sie mit raphael bat er er ist der einzige mensch der einfluss auf sie hat es kann ihm ja nicht gleichgültig sein ob seine schwester als entehrte im städtchen lebt oder als meine gattin der arzt schlug es rundweg ab es wäre nutzlos erklärt er ihm ist sie eine tote und dabei blieb er trotz aller bitten und beschwörungen trotzdem sollte der wackere mann am nächsten morgen den weg zu raphael antreten was der graf nicht über ihn vermocht gelang der miriam gold kurz nachdem agonur gegangen kam sie zaghaft geschlichen und erschöpfte sich in tausend entschuldigungen daß sie so spät zu stören war aber es muss sein beteuerte sie in mir schreit mein herz du musstest dem herrn doktor sagen und so bin ich hier redet miriam sagte er aber zu einer versöhnung mit dem grafen kann ich keinen versuch mehr machen wer spricht davon erwiderte sie lob und dank dem allmächtigen dass es misslungen ist während sie drinnen bei ihr waren habe ich gebetet mein herr und gott lass es nicht geschehen unser herr doktor ist sonst ein kluger mann verwirre ihm den verstand dass er diesmal unsinn spricht und sie nicht überreden kann und warum etwa damit sie nicht abtrünnig wird nein ich weiß ja mehr von ihm als die anderen leute hier mir sagt mein herz er war barmherzig gegen meine lea und würde es darum auch gegen die judith sein oder weil die ehe nicht glücklich wäre welches leben wird sie sonst führen nein es ist etwas anderes ihre stimme sank zum flüstern herr wir müssen vorsichtig sein sonst gibt es ein unglück ihre seele herr doktor um die steht es schlecht die ist ein armes vögelchen das davonfliegen möchte und da halten es noch einige fäden fest sie muss für ihr kind sorgen und sich vor den leuten rechtfertigen und gottes willen erfüllen solange sie schmach und verfolgung zu dulden hat bleibt sie weil sie glaubt dass es die buße ist die er ihr auferlegt hat würde sie die frau des agenor so war sie gerechtfertigt das kind versorgt und auch die verfolgung wäre zu ende dann sind die fäden zerschnitten und das arme vögelchen flattert davon das hätte ich unter keinen umständen befürchtet erwiderte er hat sie ihnen derlei je angedeutet nein aber wenn man so mit jemand lebt und jeden seufzer hört nun es ist ihnen ja gottlob nicht gelungen aber ich möchte deshalb doch noch ein fädchen haben das sie festhält ihr herz blutet über raphaels kroll welches glück wenn sie mit ihm versöhnt wäre freilich die greisen fingerte in der luft als wäre da das gespinst wirklich ausgespannt freilich lockert sich dann das andere fädchen da die verfolgung aber ganz zerreißt es deshalb nicht ich kenne unsere leute und darum weil sie ein so gutes herz haben herr doktor und weil sie eine so arme seele ist wollen sie nicht mit raphael sprechen es wird nutzlos sein musste er auch ihr sagen aber er versprach es und als er raphael gegenüber stand schwand ihm vollends alle hoffnung das war das antlitz die gebärde eines finsteren kramvollen mannes nicht eines 23 jährigen jünglings kaum dass der arzt den zweck seines besuches angedeutet erhob er sich von seinem sitz herr doktor sagte er ruhigen kalten tones dieser name wird in meinem hause nicht genannt ich darf es auch dann nicht gestatten wenn mein besucher dadurch eine gewissenspflicht erfüllen will vor mehreren tagen waren die vorsteher der gemeinde bei mir und forderten mich auf zu bewirken daß der knabe endlich in den bund israels aufgenommen werde ich mußte ihnen erwidern daß mir in dieser frage nach meiner empfindung kein recht aber auch keine pflicht zustünde und da handelt es sich gewiss um eine heilige sache keine heiligere als die mich her führt erwiderte der arzt haben sie die vorsteher gehört so darf ich die gleiche kunst erhoffen und er begann von judith zu sprechen schlicht und kurz wie es seine art war aber er selbst hatte dabei die empfindung dass kein herz so hart sein können diesen jammer ungerührt zu vernehmen auch die werbung des grafen verschwieg er nicht und warum judith sie abgelehnt rafael hatte ohne ein zeichen der ungeduld regungslos mit abgewandtem antlitz zugehört und als er sich nun wieder dem arzt zuzu kehrte da wußte dieser daß er vergeblich gesprochen wer so blicken konnte hatte das erbarmen verlernt sie haben mir wenig neues gesagt sagte er gewiss ein hartes schicksal sie nennen es unverdient ich verdient die entscheidung liegt bei jenem der es bestimmt ich meinerseits will es weder verschärfen noch lindern nein ist die rate spricht der herr und sie ist mir eine tote sie bleibt es auch nach dem was sie mir erzählt haben sie versichern sie habe ihre ehre nicht leichtfertig verschleudert sondern sei um sie betrogen worden dann mag sie den betrüger verklagen mir genügt es dass sie das behütete kind des besten vaters eine ehrlose ist in dieser stadt seit jahrhunderten die einzige ihres glaubens sie sagen sie wollen nun nicht christin werden aber das ist meine ich kein verdienst sondern eine pflicht und ihre reue sie reißt meinen vater nicht ins leben zurück und wäscht nicht die schmach von unserem namen herr trachtenberg das ist eine seltene härte vielleicht nicht so selten erwiderte er und nun zum ersten male bebte seine stimme wie einst meine liebe zu ihr war als der arzt das haus verließ fand er den wagen agenurs vor der türe der herr graf sei beim kommissär grozza sagte ihm fedko sollte er sich selbst gestellt haben dachte dr reiser dann musste er sich wieder der seltsamen worte miriams erinnern er schenkte ihnen keinerlei glauben und doch bedrückten sie sein gemüt das fädchen hatte sich nicht knüpfen lassen es war wohl für immer zerschnitten als er am späten nachmittag von der wundfahrt bei seinen kranken heim kam berichtete ihm der diener dass sowohl der graf baranowski wie die alte miriam nach ihm gefragt diese habe darum gebeten sie sofort wissen zu lassen sobald der herr doktor heim komme so meld es ihr sagte der arzt der ermüdete hatte kaum in seinem lehnstuhl platz genommen als der graf eintrat er sah übel aus sein blick war unstet verzeihen sie begann er aber es ließ mir keine ruhe mein fedko erzählte mir dass sie heute doch bei rafael gewesen was hat er ihnen gesagt der arzt gab bescheid dann habe ich auch erwiderte baranowski den schritt den ich heute getan nicht zu bereuen ich dachte schon er sei vielleicht übereilt gewesen der ton widersprach den worten er klang unsicher genug nun seufzte er tief auf ich war bei groza dem rate meines anwalts folgend habe ich ihm selbst alles gebeichtet wie nahm er es auf schlimmer als ich dachte er sprach freilich kein wort aus das mich verletzen konnte aber er blickte mich finster an und vermied es mir beim abschied die hand zu reichen auch betonte er scharf dass er meinen nächsten besuch in seinem amtszimmer erwarte ich bin für morgen elf uhr vorgeladen nun wie gott will jedenfalls war es also kein übereilter da schnellte der alte herr der bisher auf die straße hinausgestarrt empor fasste ihn an der schulter und schob ihn ins nebenzimmer er hatte gesehen wie eben hinter dem diener her die judith dem hause zuschritt ihr kind auf dem arm sie dürfen horchen flüsterte er noch agener zu lehnte die türe an und ging ihr entgegen ihre wangen waren gerötet die augen glanzten vor erregung sie sind ja mein einziger freund begann sie sie werden mir nicht zirnen wenn ich sie um rat frage mittags brachte mir ein gerichtsbote dies papier er entfaltete den bogen herr kommissär grozza lädt sie für morgen elf uhr als zeugin vor das werden sie wohl früher gelesen haben in welcher sache das ahnen sie wohl auch ich kann ihnen übrigens zufällig mitteilen dass es sich wirklich um den grafen handelt er hat sich dem gerichte selbst gestellt ah rief sie um seine strafe zu mildern und wenn auch deshalb ist ihm zu verübeln er hat seine reue wahrlich deutlich genug erwiesen sie bleiben unversöhnlich nun so hat er die erfüllung ihrer drohungen nicht erst abgewartet sie werden ihm morgen vor dem richter begegnen er ist für dieselbe stunde als angeklagter vorgeladen nein nein rief sie ich will ihn nicht sehen er blickte sie an wie sie so dastand das edel geschnitten antlitz von leichter röde überflutet den schlanken leib hoch aufgerichtet umfloss sie ein abglanz ihrer einstigen schönheit aber wie hatte sich der schmerz in diese züge eingemeißelt wie erschütternd war der gegensatz des erkrauten haares zu dem jugendlichen erwahl des gesichts das es umschmiegte der arzt hatte mühe die angeschlagene turnart festzuhalten aber es mußte ja sein warum wollen sie ihn nicht sehen fragte er ich finde es sehr praktisch von großer daß er sie beide zusammen vorlädt das verkürzt das verfahren und der graf kommt rascher zu seiner strafe auch brauchen sie ja wenn sie morgen die anklage aussprechen die ihn dem kerker überliefern soll nicht seinen knaben mitzunehmen herr doktor rief sie wenden nun auch sie sich von mir ich kann ja nicht christin werden was soll ich tun das wird er ihnen selbst sagen erwiderte der arzt in der geöffneten türe stand agenom sie schrie leise auf und wankte als sie ihn erblickte er aber stand einige sekunden wie gelähmt und starrte sie an judith schluchzte er dann auf und stürzte vor und zu ihren füßen nieder verzeih verzeih du sollst nicht christin werden wir gehen nach weimar und lassen uns dort trauen bei gott dem allmächtigen schwöre ich's dir zu ihre augen schlossen sich der arzt eilte heran riss ihr das kind aus dem arm und ließ sie in einen stuhl gleiten es ist nur eine ohnmacht tröstete er ende von kapitel elf kapitel zwölf von judith trachtenberg von carl emil franzos diese librivox aufnahme ist in der public domain es war vier monate später ein klarer warmer sonntag im september die woche über hatte es gestürmt und geregnet vielen zu heimlicher freude nun hatten sie einen vorwand sich bei herrn stiegle zu entschuldigen warum sie weder fähnchen noch sonstigen schmuck an ihren häusern aussteckten aber schon am freitag hatten sich die wolken verzogen und am samstag stand die sonne am himmel und trocknete straßen und wände daß die christeneilends das versäumte nachzuhonen begannen die juden die bis zum einbruch der dämmerung keine hand regen durften wurden erst tief in der nacht mit der arbeit fertig herr stiegle hatte es befohlen und beigefügt der herr graf werde keinen vergessen dessen haus ungeschmückt bleibe sie gehorchten grimmiger jedoch unter giftigeren reden waren noch nie im städtchen reißig grenze gewunden die gerlenden aus buntem papier von fenster zu fenster gezogen wurden und dabei hofften sie noch immer auf einen tüchtigen regenguss am morgen aber die sonne schien voll und warm wie im juni alles gelingt ihr knirschten sie sie hat auch darin glück und sie zogen ihr festgewand an und traten auf die straße um den einzug des grafen agenur bachanowski und seiner gemahlin beizuwohnung der jüdin judith trachtenberg welche ihm zwei monate vorher von dem bürgermeister zu weimar angetraut wurden wer etwa als fremder an dem tage im städtchen geweiht wo es der neue gebieter zuerst betreten es waren nun fast auf die woche zwei jahre her hätte äußerlich kaum einen unterschied gewahren können auch die triumph pforte fehlte nicht und das gedränge in den straßen war sogar noch größer weil hunderte aus der umgebung herbeigeeilt waren das wunder zu sehen als ein ungeheures wäre es ja den leuten dieser landschaft schon erschienen wenn das gerücht in seiner ersten fassung nicht getrogen wenn der edelmann aus uraltem geschlecht der träger eines der edelsten namen in potolien die getaufte jüdin zu sich erhoben hätte und nun hatte der christ die jüdin geheiratet ohne priester und altar ohne die anrufung gottes es gab ein land auf erden wo dies gestattet war menschen die sich zu solchem frevel bereit fanden ohne den rechenden blitzstrahl des himmels zu fürchten und dieser blitz war ausgeblieben und die erde hatte an jenem tage nicht gezittert aber so unfaßbar dies war so sehr es alles ins schwanken brachte was in herz und hirn dieser menschen feststand es hatte sich fern von ihnen begeben hunderte von meilen fern fast wie eine sage klang es ihnen ins ohr vielleicht war es dasselbe land von welchem einige erzählten daß dort neben den weißen auch schwarze und gelbe menschen lebten schwarze ganz schwarze menschen aber zu sehen bekamen sie in potolien nicht und wer hinging kam nicht wieder der graf und die jüdin mochten nach den gesetzen jenes landes ein ehepaar sein aber dort mussten sie nun auch bleiben dieselbe luft wie jene menschen die an gott glaubten durften sie nicht trinken zum wunder zum unbegreiflichen und dennoch wirklichen wunder war das märchen erst geworden als sich die kunde verbreitete sie kommen zurück der kaiser hat es ihnen gestattet nun konnte sie nichts mehr verblüffen nicht einmal die ansage des festlichen einzugs warum nicht die beiden hatten eben alles schamgefühl alle gottesfurcht verloren sie wollten versuchen wie weit die langmut des herrn und ihrer mitmenschen reichte wer immer darüber sprach urteilte so und fügte hinzu wenn sie sich nur nicht verrechnen auch wurde viel darüber geredet ob es die frömmigkeit gestatte das schauspiel anzusehen würdet ihr rief der würdige dechant der kreisstadt hingehen um mit eigenen augen zu schauen wie ein mensch eine wölfin als sein eheweib heimbringt dieser fräfel ist nicht der geringere und seltsam der frömmste rabbi der gegend gebrauchte dasselbe bild andere meinten daß den sündern nicht der triumph zu gönnen sei auch noch von dichten scharen angestaunt zu werden und wieder andere wollte nicht dabei sein wenn etwa die menge sich in gerechtem zorn zu einer rachetat aufrasse als aber die sonne des einzugstages aufging strömten doch auf fünf meilen in der runde zu wagen zu pferde und fuß hunderte und aberhunderte nach dem städtchen bürger bauern und juden nur der adel und die geistlichkeit hielten sich fern neben diesen freiwilligen teilnehmern aber hatten sich andere eingefunden welche das machtgebot des herrn stiegle hierher gestellt dreihundert bauern und knechte von den gräflichen gütern und meierhöfen ältere besonnene männer die das spalier bilden sollten ihr seid der ordnung wegen da sagte er ihnen unser herr und seine erwählte sollen würdig empfangen werden er fügte nichts weiter bei aber er wußte daß sie ihn verstanden und ihre pflicht tun würden wenn es nötig sein sollte ob es nötig sein würde konnte niemand voraussehen auch dieser nüchtern erwägende mann nicht welcher die leute des städtchens so genau kannte er mußte sich damit trösten daß es wahrlich nicht seine schuld war wenn es zu peinlichen auftritten kam als er verwochen durch eine estafette des grafen aus wien die mitteilung erhalten fürst metternich habe das kreisamt angewiesen die ehe stillschweigend als gültig den inzwischen katholisch getauften knaben als legitimiert anzuerkennen und er wünsche daher einen feierlichen empfang hatte ihm der treue schwabe seine einrede entgegengeschickt und durch die allgemeine stimmung begründet es war fruchtlos gewesen eine neue estafette hatte den auftrag mit dem beifügen wiederholt die gräfin wünsche es durchaus die gräfin selbst der stiegler der nur das schulden machen und die unordnung aber keine religion hasste konnte bei diesem titel eine anwandlung grimmigen hohns nicht unterdrücken dann aber tat er seine pflicht die leute hatten bisher gehorcht als er morgen die ausschmückung der häuser besah konnte er zufrieden sein nur das kloster der dominikaner und das haus des rabbi wiesen keine fähnchen kein reißigbindel auf beim prior hatte der schwabe keinen versuch gewagt und der rabbi hatte ihm ermietert er fürchtegott mehr als den grafen auch herr groza hatte seine wohnung ungeschmückt gelassen die fenster waren geschlossen die vorhänge hinab gelassen ich bin erklärte er dem verwalter im frühling nicht zum richter geworden weil kein kläger zur stelle war und ich das geständnis des grafen als private mitteilung betrachten konnte den mann zu feiern bin ich nicht gewillt dies alles fand herr stieble noch begreiflich daß aber auch der bruder der gräfin kein fähnchen ausgesteckt fand er unverzeihlich judith hatte in der letzten zeit wiederholt briefe mit raffael getauscht das wußte er zur versöhnung war es also trotzdem nicht gekommen was wollte was konnte der düstere rachsüchtige mensch noch fordern dann aber nahmen han stieble während er so durch die gassen schritt und das bauernspalier zog ernstere sorgen in anspruch auf diese braven leute war verlass und zu einer gewalttat war die menge die hinter ihnen drängte zu feig aber wenn es zu schmährufen einem skandal kam wohin er blickte traf er auf finstere oder höhnische gesichter herr iwanicki sprach er den kleinen verwachsenen schustermeister an von dem er wußte wie groß dessen einfluss auf seinesgleichen sei ich rechne auf ihre einsicht gewiss gewiss erwiderte der volksführer wenn wir nur wüssten was wir rufen sollen wie heißt hoch auf jüdisch und als herr stieble zum triumphbogen gelangt an simon tragmann den vorsteher der juden die gleiche mahnung richtete erwiderte dieser demütig wir sind zur stelle wie sie befohlen aber wenn unsere leute die entrüstung übermannen sollte können wir dafür die entrüstung rief herr stieble es ist ja ein triumph für euch wie ihr ihn noch nie erlebt der alte simon schüttelte das haupt was gegen gott geht kann uns nicht erfreuen gott will dass ein jüdisch mädchen einen juden heirat und dass ihre kinder juden werden der einzige mensch der ein wahrhaft vergnügtes gesicht machte war der demosten ist des stetschens der herr bürgermeister er hatte sich eine wunderschöne rede einstudiert in welche er sowohl die geschichte der beiden konfessionen als auch die macht der liebe eingehend erörtern wollte und gerade ihnen musste er stiegle missvergnügt machen indem er ihm erklärte der herr graf wünsche nur eine möglichst kurze begrüßung dann ordnete er das banderium berittener bauern ab die herrschaft einzuholen stellte sich neben den triumphbogen hin und horchte bangen herzens den rufen die aus der menge drangen daran fehlte es nicht schon zum zeitvertreib der witzige schuster und seine freunde fanden immer neue jüdische übersetzungen für ihre hochrufe und gaben sie zum besten daneben unterhielten sie sich auch damit den judenfrauen die da und dort in der menge standen heiratsanträge zu machen der kaiser habe es ja gestattet die weiber kreischten auf und blieben die antwort nicht schuldig ihre männer mischten sich ein hüben und rüben ballten sich die fäuste aber es kam doch höchstens zu püffen nicht zu einer blutigen schlägerei denn wo eine solche drohte da kehrten sich die bauern um und geboten mit erhobenem handbeil ruhe wie stumpf sie auch dreinblickten so wußte doch jeder von ihnen wozu er dastand und was seines herrn ehre gebot auch fand sich zuweilen ein vernünftiger der begütigten brief was wollen wir uns die leiber wundschlagen ginge es nach unser aller willen der frevel wäre nicht geschehen das wirkte überall und es war schwer zu entscheiden ob die christen oder die juden eifriger beistimmten nur vor dem trachtenbergschen hause wollte der friede zwischen kraftan und tuchjacke nicht zustande kommen wir mussten die fähnchen ausstecken riefen die christen und der jude hat es nicht getan er hat recht gehabt verteidigten ihn seine glaubensbrüder ihn trifft der schimpf am schwersten für uns ist es ein schimpf war die antwort für euch eine ehre und schon hoben sich die stöcke bis endlich ein spaßvogel rief hier hat ja auch der wroblewski gewohnt er lebe hoch donnerndes gelächter lohnte den guten einfall sie wußten ja alle dass der tödlich gehasste mann seit dem frühling wo ihn der anwalt des grafen aus dem schlosse gejagt bei einem übel berufenen gutspächter der umgebung eine zufluchtsstätte gefunden und von der schande seines weibes lebe nur zwei menschen im städtchen folgen sich des einzugs und empfanden ihn in tiefster seele als eine segensreiche fügung des gottes an den sie glaubten aber auch zwischen ihren empfindungen gehende eine tiefe unüberbrückbare kluft draußen im ärmlichen stübchen zu roska saß die miriam gold in ihrem lehnstuhl seit langen stunden wie harrend da schon im morgengrauen hatte sie ihre pflegerin geweckt und ihr befohlen die stube zu schmücken so gut es ginge und ihr das sabbatkleid anzulegen die dienerin ein mädchen des ghetto welches um den guten lohnes willen bei der seltsamen alten aushielt denn seit judith reichlich für miriam sorgte war die bettlerin von einst zur wohltäterin für andere geworden hatte ihr gehorcht weil sie wohl wusste dass kein widerspruch nutzen würde es geht eben dachte sie auch mit ihrem verstand zu ende wie mit ihren kräften denn die greisen welche einst die not und die missachtung gebeugten nackens aber mit scheinbar unverwüstlicher ausdauer durchs leben geschleppt und von jenem tage ab da ihr gott verkündigt wozu ihre reue gut sei für judith und das kneblein gesorgt gearbeitet und gewacht als ob ihr die kraft der jugend zurückgekehrt wäre war nun da judith sich mit dem grafen versöhnt zusammengebrochen und verfiel sichtlich von woche zu woche mehr aber sie klagte nicht im gegenteil ein stolzes lächeln lag um ihre welken lippen wenn sie sagte er weiß was er tut nun habe ich ja nichts mehr auf erden zu verrichten als sich die kunde von der hochzeit zu weimar verbreitete und alle leute des ghettos sich an rufen des staunens und der verwünschung kaum genug tun konnten hob die greisen ihr haupt noch höher ich hab's ja gewusst sagte sie ihrer dienerin aber dass er es mich auch noch erleben lässt hätte ich nicht gehofft und wie wird sich mein kind freuen wenn es davon hört drüben wird man es ja auch wissen das mädchen plauderte es weiter und es gab eifere genug die sich nun nach dem stübchen in der vorstadt aufmachten der sünderin vorwürfe zu machen aber als sie vor ihr lager traten wurden sie still mit der siechen kreisen die kaum noch tage unter ihnen zuweilen hatte mochten sie nicht streiten sie urten miriam lebte fort auch der arzt der zuweilen aus freien stücken nach ihr sah sie ließ ihn niemals holen staunte darüber sie war hoch erfreut wenn er bei ihr eintrat aber den wein den er ihr zur stärkung verordnete ließ sie ungetrunken vorläufig lässt er mich wohl noch nicht sterben sagte sie ihm ich hoffe er gönnt mir in seiner barmherzigkeit auch noch zu dieser größten freude die frist der arzt fragte was sie meine sie werden es auch bald hören werde sie mit seltsamen lächeln ab sobald dies eintrifft gehe ich zum letzten mal zur schule das ist die synagoge er drang nicht weiter in sie und erzählte ihr nur noch dass ihn judith brieflich gebeten zuweilen nach ihrer wohltäterin zu sehen unsinn rief die kreisung sie hat mich gerettet und was ich von dem vögelchen geredet habe das wegfliegen will auch das herr doktor war unsinn das würde judith jetzt mir und ihm nicht antun jetzt muss sie ja erkennen dass er sie auserwählt hat den armen blinden menschen seinen willen zu offenbaren und diese erkenntnis ist ein faden der nichts zerreißt der arzt vernahm es bewegt wie viele große geister dachte er mögen sich zu einer solchen höhe der menschlichkeit erhoben haben wie sie dies einfällige judenweib durch ihr eigenes leid erreicht wenige tage später sollte er erfahren worauf miriam noch geharrt als die kunde von des kaisers entschließung und dem festlichen einzug ins städtchen kam ließ ihn die kreisung zum ersten mal seit ihrem hinsiechen zu sich entbieten verzeihen sie herr doktor sagte sie aber mit einem menschen wenigstens will ich meine freude teilen wie groß und gut er ist und am sabbat der darauf folgte legte sie ihr bestes gewand an und schleppte sich auf den arm der pflegerin gestützt zur schul oft genug glaubte sie am wege niedersinken zu müssen immer wieder raffte sie sich auf bis sie vor dem eingang des gottes hauses stand erstaunt sahen sie die leute heranwanken sie hatte sich seit langen jahren nur noch schüchtern und heimlich in eine ecke der weiberschule geschlichen nachdem der gottesdienst bereits begonnen gebt raum rief sie gebieterisch da sich ihr einige entgegenstellten gebt raum für die mutter der lea und so frevelhaft die leute dies wort bedüngte sie wichen zurück vor dem seltsamen glanz dieser augen in dem todklassen unheimlich abgezehrten antlitz sie ist wahnsinnig meinten die einen eine sterbende die anderen und ließen sie gewähren wie eine siegerin trat die kreis in unter die betenden wie eine siegerin kehrte sie heim das war mein letzter ausgang sagte sie ihre pflegerin und auch dies gewand werde ich nur noch einmal tragen dieser tag war heute erschienen und obwohl es noch sehr früh am morgen war drängte sie doch die dienerin zur eide bis alles nach ihren wünschen geordnet war dann ließ sie noch die fenster weit auftun damit sie es deutlich hören könne wenn die böllerschüsse den einzug verkündeten schlug das psalmenbüchlein auf und schickte die dienerin weg mum miriam fragte diese soll ich nicht draußen bleiben wenn ihr etwas braucht du tören erwiderte die kreisen lächelnd heut was sollte ich heute noch brauchen noch ein anderer mensch im städtchen hatte mit ungeduld der stunde des einzugs entgegen auch er dankte dem herrn dass er ihn dies hatte erleben lassen aber es war ein anderer gott zu dem sich seine gedanken wandten der gott der rache welcher dem frevler vergilt was er verübt und des übermütigen haupt in den staub schmettert während raphael in seiner stube erregt auf und nieder ging das bleiche antlitz stolz erhoben da war nur eine empfindung in ihm klar und mächtig und deckte die anderen die schmach die der übermütige christ im gefühl seiner macht dem judenhause angetan war gesühnt und sollte heute bis auf den letzten rest getilgt sein der graf hatte die jüdin zu seinem weibe machen müssen und führte sie nun ohne daß sie ihren glauben abgeschworen festlich in das schloss seiner väter was er dabei empfand war seine sache litt er so war als verdiente strafe preis und dank dem herrn der es so gefügt und wenn agenur wie ihm jude zuletzt aus wien geschrieben auch noch zu einer genugtuung bereit war die selbst raphael nicht einzufordern gewagt wenn er sich darein gefügt beim einzug an diesem hause anzuhalten mit der entführten vor ihren bruder zu treten und gleichsam nachträglich seine einwilligung zu dem ehebunde zu erbitten so mochte dies immerhin im leben des grafen die bitterste stunde sein gerecht war auch dies und judith hatte auch damit nur gefordert was ihr und den ihrigen zukam ja gott hatte es gut gewendet und je gellender draußen die stimmen des pöbels erklangen desto stolzer und trotziger hob sich des jünglingshaupt er stampfte wild auf und wenn sie mich knirschte er gleich darauf erschlügen mein letzter hauch wäre ein dank daß ich vorher die sühne erlebt wirr und streitend wurden seine gedanken nur wenn er judiths gedachte was sie empfinden mochte wenn sie des mannes nacken dessen ehre nun die ihrige war so tief beugte wie sich ihr leben gestalten sollte nach all dem was geschehen und in einer luft die vom hass aller gegen die eine durchdrängt war an all dies dachte er kaum und wenn seine gedanken daran streiften wenn ihm eine ahnung ihres heutigen elends und des drohenden unheils kam so half ihm jene empfindung darüber hinweg welche in den beiden furchtbaren jahren die hinter ihm lagen seine stütze gewesen auch ihr ward was sie sich selbst bereitet der gott betrogen führte genaue rechnung aber sie war ja seine schwester das wesen welches er mehr geliebt als sich selbst es gab augenblicke da sich alles was noch an groll und bitternis in seinem herzen war löste und in heiße zittrige zärtlichkeit wandelte was hatte dies gute schöne des reinsten glückes würdige mädchen gelitten und wenn sie gefrevelt so war es aus einem edlen triebe geschehen den andre mißbraucht und in den staub gezogen und wie hatte sie gebüßt die stunde da sie als reue geheimgekehrt und vor ihn hingesunken tauchte vor ihm auf o gott wie verhärmt sie gewesen von einem jammer belastet den kein menschenwort zu künden vermochte er konnte auch jetzt nicht bereuen wie er ihr damals begegnet und nun da alle schmach gesühnt war ihm war's als müßte er die arme ausbreiten und ihr entgegeneilen und wie eine unverzeihliche hatte erschien es ihm daß er auch vor ihrer abreise nach weimar jedes wiedersehen vermieden er hatte es getan weil er damals noch nicht recht daran glauben konnte daß ihr das werk der sühne gelingen könne vor allem aber weil er das vaters tot nicht vergessen konnte hatte sie auch dies gebüßt gab es für solchen frevel eine sühne mit finster brütendem antlitz stand er da die fäuste ballten sich konnte er darüber hinweg und wie sollte er sie empfangen ein neues gejohle noch gallender als das frühere ließ ihn emporfahren es waren jene hochrufe auf roblewski aber unmittelbar darauf tönte aus weiter ferne der dumpfe knall eines mörsers und nun lösten sie auch auf dem marktplatz den ersten böller die herrschaft hatte die gemarkung des städtchens erreicht wo das banderium ihrer harte noch eine halbe stunde und der zug war im orte es sollte noch kürzer werden als die beiden wagen der herrschaft ein offener landauer in welchem der graf und seine gattin saßen und eine geschlossene kutsche mit hania jan und einer wärterin mit dem katholisch getauften knaben ludwig auf dem arm an der gemarkung den drei linden eintrafen konnte der führer des banderiums nur eben das übliche hurra ausbringen salz und brot überreichen dann gab der graf ohne dem greisenbauer die zeit zur begrüßung zu gönnen dem geschlossenen wagen den befehl sofort auf dem landwege zum schlosse zu fahren und rief dann dem fitko zu mach rasch in scharfem trab fuhr der landauer auf der heerstraße dahin die bauern mussten ihre geule in galopp setzen um nicht zurück zu bleiben in wilder hast von einer staubwolke eingehüllt wie von verfolgern gejagt eilte der zug dem städtchen zu von minute zu minute wurden die wangen des grafen bleicher das zucken im antlitz stärker er vermied es aufzublicken und deckte zuweilen die augen mit der hand seit monaten seit wochen hatte er vor dieser stunde gezittert sie dünkte ihm die peinlichste die ihm das leben noch bringen konnte muss es sein hatte er sich all die tage gefragt und nun vollends erfüllte ihn nur die eine empfindung empörung über die härte des weibes das seinen nacken nun auch unter das schwerste joch gezogen und über seine schwäche die dies geduldet was hatte er in den letzten monaten ertragen müssen nach seiner überzeugung völlig unverdient denn wenn seine schuld groß gewesen so war die sühne unerhört er hatte ihren willen erfüllt hatte sich mit der jüdin in weimar trauen lassen was konnte was durfte sie mehr von ihm verlangen sie tat es doch bezüglich des knabens war fügte sie sich seinem willen wortlos ohne jeglichen kampf als hätte sie es selbst nicht anders gewünscht aber als er ihr nun mitteilte daß sie mindestens für zwei jahre der heimat fernbleiben müßten bis sich die leute an das unerhörte gewöhnt bat und beschwor sie ihn nach wien zu gehen die anerkennung der ehe zu bewirken er widerstrebte lange und es übte auch nur geringen eindruck auf ihn als sie ihm zu rief mir hängt die ganze seele an diesem einen willfahre mir darin und ich will es dir reichlich lohnen wodurch dachte er durch liebe und treue darauf hatte er sich nun vor gott und den menschen das gute recht erworben durch ein schwereres opfer als es je ein mann seines standes gebracht sollte sie ihm nicht treu anhangen um deren willen ihm seine nächsten freunde untreu geworden sie ihn nicht lieben um deren willen er so viel hass auf sich geladen aber allmählich wurde sein widerstand schwächer sein ganzes wesen war ja nicht dazu angetan selbst einem geringeren einfluss stand zu halten geschweige denn dem dieses eisernen willens er gab schließlich nach weil er dachte sie werde in wien bald selbst einsehen dass sie unmögliches begehre gelingt es dir nicht schlug er ihr vor dann gehen wir auf zwei jahre nach italien und sie willigte in den packt vom misserfolg fest überzeugt und darum doppelt ärgerlich dass judith seinen namen nutzlos in der leute mund bringen sah er in wien ihren versuch zu dass das metternischte regiment welches allen den fuß auf den nacken setzte und sich nur vor der kirche beugte das ohne hürde niemals bewilligen werde war ja klar wen immer sie darüber sprach sagte ihr mit mühsam erzwungenem ernste das ziel sei unerreichbar sie aber ward nicht müde immer neue verbindungen anzuknüpfen immer neue mittel zu versuchen und als alles nutzlos war wandte sie sich an die kirche selbst ein junger prälat aus verarmtem hochartigem geschlecht war der erste der sich gewinnen ließ bald wimmelte es in ihrer hotelwohnung beim wilden mann in der kärntner straße von zutanen und kutten und eines vormittags sechs wochen waren sie nun in wien und nur der bankier wo ihr erbteil hinterlegt war wusste wie kostspielig jetzt schon dieser aufenthalt für sie war trat sie vor ihnen hin wünsch mir glück agenot ich gehe zu metternich er blickte sie an wie sie so vor ihm stand im dunklen wallenden gewand das halb erkraute haar vom schwarzen schleier umhüllt das scharf geschnittene antlitz bleich und unbewegt und nur um die lippen ein zucken der erregung flößte sie ihm eine empfindung ein die seltsam aus bewunderung und grauen gemischt war von liebe er hatte es schon vorher zuweilen dunkel empfunden aber nie war es ihm so klar geworden wie in diesem augenblicke von liebe war nichts mehr in dieser empfindung du hast die gewissheit dass er dich empfängt fragte er zögernd sie zeigte ihm die audienzkarte aber hast du es auch recht bedacht fuhr er zaghaft fort darauf gab sie keine antwort mehr sondern reichte ihm zum abschied die hand als sie nach zwei stunden wieder vor ihnen trat las er von ihrem antlitz ab dass sie gesiegt wortlos schnellte er empor und starrte sie an aber von ihren lippen kam kein wort des triumphes wir werden die papiere noch diese woche erhalten sagte sie kurz und als er sie mit fragen bestürmt wie sie es erreicht erwiderte sie durch die wahrheit damit kommt man bei klugen menschen immer am weitesten und er ist so klug er hat sofort begriffen für sie mit bitterem lächeln fort dass ich weder österreich noch die kirche ja nicht einmal die ghettomauern umstürzen will er hat es auch nicht der jüdin gewährt sondern mir nachdem er erfahren was ich erlebt und wie es in meine seele steht nur eins habe ich ihm verhehlt was forschte er sie schüttelte den kopf du sollst es erfahren wohl schon bald heute noch nicht ich hätte ihm auch dies eine gesagt fuhr sie wie im selbstgespräch fort wenn es etwa nötig gewesen wäre aber es war nicht nötig weil er besser ist als die leute glauben weil er zu klug ist als dass er ganz schlecht sein könnte er horchte ihren worten ohne sich viel dabei zu denken und wurde erst wieder ganz ohr als sie fortfuhr sobald wir die papiere haben reisen wir natürlich heim er widersprach lebhaft und als sie auch nun verhieß ich will es dir lohnen war der ungeduldig und sagte ihr was er darüber denke sie hörte ihn ruhig an du verstehst mich nicht erwiderte sie dann mit seltsamen lächeln ich will dir wirklich den höchsten lohn gewähren der dir von mir werden kann aber dies wirkte weit weniger auf ihn als ihr versprechen dass sie sich mit einer woche aufenthaltes im städtchen begnügen will über das künftige sollst du dann selbst entscheiden schwur sie ihm zu vollends willfährig für ihre wünsche aber machte ihn eine mahnung welche ihm ein hoher beamter ein vertrauter des allmächtigen ministers kurz vor der abreise nach galizien überbrachte der fürst sagte er ihm hat von der unterredung mit ihrer gemahlin den tiefsten eindruck empfangen er meinte es sei jammerschade dass aus einem so herrlichen geschöpf nichts geworden als eine tief unglückliche frau und ich meinte er würde anstelle des grafen immer daran denken wie unglücklich sie ist so hatte judith alles durchgesetzt auch diesen einzug mit all der schmach die er für einen baranowski bedeutete mit all dem unheil das er wohl im gefolge hatte der graf richtete sich auf rascher rascher rief er dem kutscher zu und auch das städtchen fährst du so rasch als möglich judith hatte bisher still und stumm in der wagenecke gelehnt ein kleid von schwerster schwarzer seite umschloss die schmächtige gestalt ein prächtiger spitzen schleier das haar und auf ihre stirn blitzte das diadem welches sich mit dem majorat der baranowski mitvererbte aber das bleiche antlitz war düster wie nur je und da sie jener stunde entgegen ging die sie mit schier übermenschlicher kraft herbeigeführt verriet nur zuweilen ein schwerer atemzug nun aber richtete sie sich auf ihre hand fiel auf den arm des gatten agonur sagte sie hart und scharf ein ehrlicher mann hält sein wort auch wenn es ihm schwer wird es ist ja nur zu deinem besten erwiderte er du weißt was stiegle kein wort mehr wir fahren nun im schritt er gab zögernd dem fehl das banderium das zurückgeblieben sammelte sich wieder und umgab den wagen langsam kamen sie dem mauthaus näher der blumengeschmückte schranken schwebte empor hurra riefen die bauern die im spalier standen hurra erwiderte das banderium die böller dröhnten die aufgestellte musikkapelle blies einen tusch aber all dies ward übertönt von den wirren rufen der menge nur einzelnes konnte man daraus verstehen es klang nicht freundlich drohend wandten sich einige der bauern im spalier um und hoben den stock das handball gegen die schreier hinter ihnen enger scharrte sich das banderium um den wagen der graf war fahl geworden und in den sitz zurückgesunken judith aber gleich wie er saß hoch aufgerichtet da und blickte ruhig zur rechten dann zur linken auf die tobenden hin so passierten sie das mauthaus von diesem haus aufwärts verbreiterte sich die straße die menge die hinter dem spalier stellung genommen war noch größer daher hier die gefahr noch dringender aber seltsam als die musik schwieg die bauern still wurden da verhalten auch die rufe der menge hatten sie nur jene huldigungen zum widerspruch gereizt bande sie der blick der düstere gebieterische blick der blassen geschmückten frau hielten sie ruhe um sich nicht selbst im genuß des unerhörten schauspiels zu stören es leben noch heute einige menschen im städtchen welche damals vor fast sechzig jahren als knaben als jünglinge die gräfin büdet baranowska in das städtchen haben einziehen sehen fragt man sie danach so schütteln sie den kopf wie sie aussah lässt sich nicht beschreiben und was in uns vorging wenn uns ihr blick traf wie eine sterbende sah sie drein und dabei wie eine königin wer sie sah konnte kein schlimmes wort mehr rufen und als die bauern die mützen zogen da taten wir es auch und als sie wieder hurra riefen störten wir sie nicht wir standen zwischen dem mauthaus und der triumphforte vor ihrem vaterhaus wo das merkwürdigste geschah waren wir leider nicht dabei dies allein mußtes näheren berichtet werden an der triumphforte vollzog sich alles in ruhe selbst ein mann wie der bürgermeister fühlte das sich diese stunde nicht zu einer schönen rede schickte es stand zu viel auf dem spiel vielleicht wenn irgendein zufall ein witzwort ein erhobener bauernstock den seltsamen bann löste der die erregte menge im zaume hielt das leben einiger menschen er machte es kurz der graf stieß hastig eine gedankworte hervor dann wandte er sich an judith ich beschwöre dich murmelte er halten wir nicht an deines bruders hause es ist das sichere verderben es muß sein erwiderte sie und als er zögerte gab sie dem fedgo selbst den befehl und in der tat es schien das verderben als die menge die sich bisher lautlos verhalten das ziel der fahrt erriet brach plötzlich ein schreiter wut des hohnes aus hundert kehlen wild gellend überlaut wie in einem einzigen atemzug hervorbeschlossen schimpf und schande zum judenhaus dann zur synagoge nieder mit ihr nieder nieder im nächsten augenblick riefen es tausend und drängten tobend heran das spalier ward durchbrochen die bauern hoben ihre hand beide das handgemenge begann der wagen hielt sein einziger schutz waren jetzt nur mehr wenige berittene die auch nun noch an seiner seite geblieben in dem grafen regte sich der kavalier er riß eine pistole aus dem gürtel seines pelzbesetzten rockes das kontusch und schwang sich mit gespanntem hahn auf das trittbrett da begab sich etwas unerwartetes aufrecht war judith bisher da gesessen immer starr in die menge blickend nun richtete sie sich plötzlich zu ihrer vollen höhe empor daß das diadem auf ihrer stirne im sonnenschein aufleuchtete fort rief sie den berittenen zu so gebieterisch daß sie gehorchten und ihre pferde beiseite drängten fort herrschte sie agenur an und wies ihn vom tritt hinweg die menge stutzte die kämpfenden hielten inne es wurde plötzlich still was wollt ihr klang in diese stille die laute ruhige metallene stimme der blassen frau mich töten hier bin ich niemand soll mich beschützen ich verbiete es es soll um meine twillen kein blut fließen ich habe schon blutschuld auf mir ich harre niemand regte sich kein ruf ertönte und in diese stille hinein rief eine stimme wer es gewesen ist nie erkundet worden sie hat gotteswerk vor sie will sühnen was sie getan und der graf will's für seinen teil tun gotteswerk stört man nicht wieder ein murmeln ein drängen die menge gab raum der graf schwang sich in den wagen fedko lenkte die pferde dem hause raphaels zu auch hier wichen die leute unter tiefer stille traten judith und der graf ins haus und als sie nach wenigen minuten von raphael geleitet wieder erschienen klang abermals kein laut und alle sahen zu wie der graf raphael die hand schüttelte wie judith den bruder umarmte um vier uhr auf dem guten ort flüsterte sie ihm zu sie bestiegen den wagen da begab sich wieder unerwartetes raphael hatte mit tränen überströmten antlitz nach einmal judiths hand ergriffen und gedrückt im nächsten augenblick rief einer sie hat viel gelitten nun mag sie glücklich sein hurra 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 hundertfach wiederholte sich der ruf bis es von aller lippen klang hurra glück und segen unter diesen rufen unter fortwährenden grüßen und jubeln der menge fuhren die beiden vom städtchen ins schloss nun aber saß judith nicht mehr aufrecht wie früher wie gebrochen lehnte sie in der ecke und die tränen rollten über ihr antlitz im schloss hatten sich die pächter des grafen versammelt auch dr reise erschien zur begrüßung judith fragte sofort nach der alten miriam ich will zu ihr sagte sie sobald ich die tafel verlassen kann tun sie dies sagte der alte arzt bewegt denn morgen würden sie sie nicht mehr finden vor zwei stunden etwa mag sie gestorben sein eben als ich hierher fahren wollte kam ihre dienerin jammernd zu mir ich war einen augenblick in der kammer verklärter habe ich noch keines toten antlitz gesehen man setzte sich zur tafel sie war genauso gerüstet wie bei jedem hochzeitsmahl der dieselben speisen und weine wurden gereicht dieselben altertümlichen prunkgefäße standen auf den tischen nur die stimmung war anders nach einer stunde erhoben sich die gäste judith fuhr mit dem arzte nach dem häuschen zu roskowka von der alten freundin abschied zu nehmen sie hatten die leiche noch nicht aufgebahrt sie ruhte in ihrer festtracht im lehnstuhl keines wortes mächtig starrte judith in dies antlitz auf dem der ausdruck lichter seliger freude haftete wissen sie warum die miriam so lächelte als sie starb fragte dr reiser sie hörte die böllerschüsse die ihren einzug verkündeten und er erzählte judith von seinen letzten gesprächen mit ihr nun durfte sie sterben als siegerin nun wußte sie auch dass ihr kind nicht verdammt sei und dass sie es drüben wiederfinden würde judith war zu füßen der leiche hingesunken und hatte die starre hand geküßt sie haben recht sagte sie dann wohl ihr als siegerin ist sie gestorben und wohl ihnen fügte er hinzu die sie als siegerin leben dürfen sprechen sie nicht so wehrte sie hastig ab als sieger nach solchem kampfe darf nur der schuldlose leben der schuldige überlebt seinen sieg nicht verzeihen sie aber ich muß fort mein bruder erwartet mich auf dem guten ort am grabe unseres vaters kopfschütteln blickte ihr der arzt nach als sie davon fuhren was das für ein sonderbarer ton war dachte er doch machte er sich dann weiter keine gedanken darüber rafael hatte sich pünktlich am grabe eingefunden wie früher vor aller welt augen sanken die lange entfremdeten hier an der heiligsten städte die es auf erden für sie gab einander in die arme und hielten sich innig umschlungen und nun erst hatte die versöhnung für ihre herzen die rechte weihe erhalten hier also ist mein platz sagte judith und wies auf die freie stelle zwischen den gräbern der altern nicht wahr den darf mir niemand rauben ich bin ja eines christen weib und da könnten die frommen sagen aber du wirst es nicht dulden nicht wahr rafael wenn ich dich überlebe so wirst du hier begraben aber darüber können wir nach 30 jahren sprechen du schwörst es mir so wahr dir des vaters andenken heilig ist ich bitte dich darum du begreifst wie bewegt ich gerade heute bin wenn es dich beruhigt ich schwöre es und du lässt mir jene grabschrift setzen die ich mir selbst bestimme wenn ich dich überlebe sie sprachen noch einiges über seine künftigen pläne dann umarmte sie ihn noch einmal und fuhr zum schlosse zurück der graf saß mit stiegle und einigen seiner pächter in seiner arbeitsstube beisammen sie ging in ihr schlafzimmer und schrieb da zwei kurze briefe an agenow und ihren bruder darüber war schon die dämmerung hereingebrochen dennoch ließ sie sich dann noch ihren knaben bringen der bereits in seinem bettchen lag ich habe ihn ja seit heute morgen wo wir aus luste aufbrachen noch gar nicht gesehen sagte sie der wärterin und blieb dann mit dem kinde allein wohl eine stunde als die dienerin nun ungerufen das zimmer betrat war es schon ganz dunkel darin sie konnte das antlitz der herrn die tief über das kind gebückt saß nichts sehen aber an ihrer stimme glaubte sie zu erkennen dass sie weinte auch für dich ist es besser auch für dich dies waren die worte die sie zu verstehen glaubte die herrin übergab ihr das kind und sagte dann sie wolle noch in den garten der abend sei so mild und der mond werde bald aufgehen so tat sie auch sie schritt die treppe hinab in den park an der stelle vorbei wo agenow vor zwei jahren den ersten kuss auf ihre lippen gedrückt und dann dem teich zu auf dem wege begegnete ihr der kutscher fedgo bot ihr den guten abend und erhielt freundlich gegengruß er blickte ihr einen augenblick nach wie sie der wasserfläche zuschritt auf der eben der erste zitternde schein des mondes auftauchte wenn ich so daran denke sagte sich der gute mensch wie ich sie damals in burki an jenem morgen dem teich zustürzen sah wie ganz andere gedanken mag sie heute haben wo sie alles erreicht hat er hörte als judith gegen neun uhr noch nicht zurück war ging der graf sie zu suchen als er sie nicht fand wollte er besorgt die diener aufbieten da fand hanja den brief auf ihrem tische und nachdem er ihn gelesen wusste er wo er ihre leiche finden konnte der brief war kurz aber liebevoll sie band ihm die sorge für das kind aufs herz und bat ihn sich nicht mit dem vorwurf zu quälen dass er an ihrem tode schuldig sei sie sterbe um ihn nicht elend zu machen und selbst noch elender zu werden sterbe weil sie nach dem was über sie gekommen nicht mut noch kraft zum leben habe aber es sei keines einzelnen menschen schuld auch nicht die seine auch ihr antlitz war nicht verzerrt da sie die leiche aus der stillen flut hoben es war so ernst und unbewegt wie es in der letzten zeit immer gewesen zwei tage später war sie von ihren glaubensbrüdern auf dem guten ort begraben an dem platz der ihr als erbteil gebührte als sie das grab ausschaufelten fanden sie noch die reste eines mächtigen strauches im erdreich nur wenige wußten daß es ein rosenstrauch war und welche bewandten es es damit hatte auf ihrem grabstein steht die inschrift judith gräfin baranowska die tochter des natan ben manasse aus dem stamme israel sie starb in der dunkelheit aber es wird einst tagen ende von kapitel zwölf ende von judith trachtenberg von carl emil franzus aus dem Vielen Dank.